Karl May, Old Firehand, aus der Mappe eines Vielgereisten Gelesen von Karl-Heinz Gabor Mein Frühling ging zur Rüste, ich weiß gar wohl warum. Die Lippe, die mich küßte, ist worgenkühl und stumm. So klang es über die weite Ebene hin und Swerlo, mein wackerer Mustang, spitzte die kleinen Ohren, schnaubte freudig durch die Nüstern und hob graziös die feinen Hufe, wie zum Minuet. Noch hatte mich kein Mund geküsst und mein Frühling konnte also wohl beginnen, doch beleibe nicht schon zu Ende sein. Aber das Leben war mir bisher nichts gewesen als ein Kampf mit Hindernissen und Schwierigkeiten. Ich war einsam und allein meinen Weg gegangen, unbeachtet, unverstanden und ungeliebt. Und bei dieser Abgeschiedenheit hatte sich eine Art Weltschmerz in mir entwickelt, zu welchem der klagende Inhalt dieser Strophen recht gut passte. Schon neigte sich die Sonne demjenigen Teile der Rocky Mountains, welcher die Grenze zwischen Nebraska und Oregon bildet, zu, und noch immer ließ ich keine Senkung der mit Gelb blühenden Heliantus übersehten Ebene wahrnehmen. Das Pferd bedurfte der Ruhe. Ich selbst war müde, und so sehnte ich mich je länger desto mehr nach New Venango, wo ich mich von langer Wanderung einmal einen ganzen Tag lang gehörig ausruhen und die ziemlich alle gewordene Munition wieder ergänzen wollte. Plötzlich hob Swello das Köpfchen seitwärts und stieß den dampfenden Atem mit jenem eigentümlichen Laute aus, durch welchen das echte Präriepferd das Nahen eines lebenden Wesens signalisiert. Mit einem leisen Ruck war es zum Stehen gebracht, und ich wandte mich auf seinem Rücken, um den Horizont abzusuchen. Da, seitwärts von meinem Standorte, nahte ein Reiter, welche gerade auf mich zuhielt und sein Pferd weit ausgreifen ließ, und da die Entfernung zu groß war, um genau unterscheiden zu können, so griff ich zum Fernrohr und gewahrte zu meiner nicht geringen Verwunderung, dass dieser Reiter nicht ein Mann, sondern ein Frauenzimmer sei. Alle Teufel, meine Dame, hier im Far West, mitten in der Prärie und gar mit Reitkleid und wehendem Schleier, fuhr es mir über die Lippen, und erwartungsvoll schob ich Revolver und Bowie-Messer, welches ich vorsichtig gelockert hatte, wieder zurück. Oder ist's gar der Flex-Host, der Geist der Ebene, welcher folgem Rosse über die Woodlands fliegen soll, um die weißen Menschen von den Jagdgründen ihrer roten Brüder zu vertreiben? Mit einigem Bedenken musstete ich meinen äußeren Adam, welcher mir allerdings nicht sehr kurfähig erschien, die Moccasins waren mit der Zeit höchst offenherzig geworden, die Leggings glänzten, da ich sie bei der Tafel als Serviette zu gebrauchen pflegte vor Fett, das sackähnliche lederne Jagdhemde verlieh mir den würdevollen Anstand einer von Wind und Wetter maltretierten Krautscheuche, und die Bibermütze, welche mein Haupt bedeckte, hatte einen guten Teil ihrer Haare verloren und schien zu ihrem Nachteile mit den verschiedenen Lagerfeuern intime Bekanntschaft geflogen zu haben. Aber ich befand mich ja nicht im Parkett eines Opernhauses, sondern zwischen den Black Hills und dem Felsengebirge und hatte auch gar keine Zeit, mich zu ärgern, denn noch war ich mit meiner Selbstinspektion nicht fertig, so hielt die Reiterin schon vor mir, hob den Griff ihrer Reitpeitsche grüßend in die Höhe und rief mit tiefer, reiner, sonorer Stimme, »Good day, Sir. Was wollt ihr finden, dass er so an euch herumsucht?« »Your servant, Mistress.« Ich knöpfte mein Panzerhemd zu, um unter dem forschenden Blick eures schönen Auges nicht etwas Schaden zu leiden. »So darf man euch wohl nicht ansehen.« »Doch, doch, wenn mir die Erlaubnis zur Gegenbetrachtung wird.« »Die sollt ihr haben.« »Danke. So wollen wir uns denn einmal nach Herzenslust begucken, wobei ich natürlich besser wegkomme als ihr. Und meinen Mustang auf den Hinterbeinen herumdrehend setzte ich hinzu, »So, da habt ihr mich von allen Seiten, zu Pferde und Entlebensgröße. Wie gefalle ich euch?« »Wartet ein wenig und seht auch mich erst an,« erwiderte sie lachend, zog ihre Stute vorn in die Höhe und präsentierte sich durch eine kühne Wendung in derselben Weise, wie ich es getan hatte. »Jetzt ist die Vorstellung eine vollständige und nun sagt erst ihr, wie ich euch gefalle.« »Nicht übel, wenigstens scheint ihr mir gut genug für diesen Ort hier und ich.« »So lala, an dem ganzen Manne ist das Pferd das Beste.« »Ihr seid eine Dame, folglich habt ihr Recht. Überhaupt hat mich eure Gegenwart hier mitten in der Prärie so perplex gemacht, dass ich nicht die nötigen Worte finde, um euch einen besseren Begriff von meiner Schönheit beizubringen.« »Mitten in der Prärie? So seid ihr wohl fremd hier.« »Welche Frage?« »In der Wildnis.« »Folgt mir, so sollt ihr sehen, wie groß diese Wildnis ist.« Sie wandte sich der Richtung zu, welche ich verfolgt hatte, und ließ ihr Pferd vom langsamen Schritt durch alle Gangarten bis zum gestreckten Galopp übergehen. Swellow folgte mit Leichtigkeit, obwohl wir vom grauenen Morgen an unterwegs gewesen waren. Ja, das brave Tier schien zu bemerken, dass es sich hier um eine kleine Probe handele und griff ganz freiwillig in der Weise aus, dass die Reiterin zuletzt nicht mehr zu folgen vermochte und mit einem Ausruf der Bewunderung ihr Tier parierte. »Ihr seid außerordentlich gut beritten, Sir. Ist euch der Hengst feil?« »Um keinen Preis, Mistress.« »Lasst das, Mistress, fort.« »Dann, Miss, ganz wie es euch beliebt, das Pferd hat mich aus so mancher Gefahr hinettgetragen, sodass ich ihm mehr als einmal mein Leben verdanke und es mir also unmöglich feil sein kann.« »Es hat indianische Dressur,« sagte sie mit scharfem Kennerblick. »Wo habt ihr es her?« »Ich erhielt es von Winnetou, einem Apachenhäuptling, mit welchem ich am Rio Sohanka ein weniges zusammenkam. Zum Geschenk.« »Von Winnetou? Das ist ja der berühmteste und gefürchtetste Indianer zwischen Sonora und Kolumbien. Ihr seht gar nicht nach einer solchen Bekanntschaft aus, Sir.« »Warum, Miss?« fragte ich mit offenem Lächeln. »Ich hielt euch für einen Feldmesser oder etwas derartiges. Und diese Leute sind zwar oft recht gute Schützen, aber sich mitten zwischen Apachen, Niochas und Navajos hindurch zu wagen, dazu gehört schon ein wenig mehr. Eure blanken Revolver, das zierliche Messer da im Gürtel und die Weihnachtsbüchse dort am Sattelriemen oder gar noch eure Paradehaltung auf dem Pferde stimmen wenig mit dem überein, was man an einem echten und rechten Trapper oder Scatter zu bemerken pflegt. »Ihr sollt wieder Recht haben, und ich gestehe offen, dass ich auch nur so eine Art Sonntagsjäger bin. Aber die Waffen sind nicht ganz schlecht. Ich habe sie in Front Street St. Louis gekauft. Und wenn ihr auf diesem Felde so zu Hause seid, wisst ihr, wie es scheint so, müsst ihr auch wissen, dass man dort für gute Preise auch gute Ware bekommt.« »Diese Ware aber zeigt ihre Güte erst beim rechten Gebrauch. Was sagt ihr zu dieser Pistole?« Sie zog bei diesen Worten ein altes, verrostetes Schießinstrument aus der Satteltasche und hielt es mir zur Besichtigung hin. »Hm, das Ding stammt jedenfalls noch von Anno, Bocca und das her. Aber es kann doch gut sein. Ich habe in Jana oft mit dem miserabelsten Schießzeug zum Verwundern umgehen sehen. Haben Sie auch das fertiggebracht?« Sie warf das Pferd zur Seite, schlug im raschen Trabe einen Kreis um mich, hob den Arm und drückte auf mich los, die ich nur eine Ahnung von ihrer Absicht haben konnte. Ich fühlte einen leisen Ruck an meiner Kopfbedeckung und sah zu gleicher Zeit die Helianthusblüten, welche ich mir an die Mütze gesteckt hatte, vor mir niederfliegen. Es schien mir ganz als wolle die sichere Schützin sich darüber informieren, was von meiner Sonntagsjägerei zu halten sei, und ich antwortete also auf die ausgesprochene Frage kaltblütig. »So etwas bringt jeder fertig, aber ich bitte denn doch ganz höflich, Miss, die Mütze von jetzt an in Ruhe zu lassen, da zufälligerweise mein Kopf drinnen steckt.« Sie lachte laut und hielt sich wieder an meiner Seite. Die ganze Begegnung kam mir wie ein Traum vor und hätte ich früher vielleicht etwas Ähnliches in irgendeinem Romane gelesen, so wäre der Verfasser ganz gewiss in den Verdacht gekommen, Unmögliches als möglich darzustellen. Jedenfalls, das war klar, musste eine Ansiedlung in der Nähe sein, und da seit längerer Zeit der Kriegspfad keines der wilden Stämme in diese Gegend geführt hatte, so konnte es selbst eine Dame immerhin wagen, ein Stückchen in die Ebene hineinzureiten. Nicht so klar war es mir, was ich eigentlich aus meiner Begleiterin machen sollte. Ihre ganze Erscheinung deutete auf den Salon und doch verriet sie eine Kenntnis des Westens und eine Übung in den hier notwendigen Fertigkeiten, die auf ganz besondere Verhältnisse schließen ließen. Deshalb war es wohl kein Wunder, dass mein Auge mit dem größten Interesse auf ihr ruhte. Sie ritt jetzt eine halbe Pferdelänge vor und der goldene Sonnenstrahl umflutete ihre tadellose, vollendete Gestalt. Bräunlich und schön, wie die Bibel von David erzählt, zeigten die eigenartigen Züge trotz ihrer mädchenhaften Weichheit eine Festigkeit des Ausdrucks, welche auf geistige Überlegenheit und Energie des Willens schließen ließ und in der ganzen Haltung, in jeder einzelnen Bewegung des bezaubernden Wesens sprach sich eine Selbstständigkeit und Sicherheit aus, welche neben der freiwilligen Bewunderung unbedingte Achtung forderte. Ich gestand mir offen, noch nie ein Mädchen von solcher Schönheit gesehen zu haben und wunderte mich über mich selbst, dass ich trotz meiner gewöhnlichen Zaghaftigkeit im Umgang mit dem anderen Geschlecht bei der heutigen Begegnung so unverfroren hatte sein können. Freilich war auch ihre Art und Weise ganz geeignet gewesen, diese Zaghaftigkeit nicht aufkommen zu lassen, aber jetzt beim näheren Anschauen konnte ich doch einer leisen Bedrückung nicht so ganz Herr werden. Oft schon hatte ich von der Wirkung gehört, welche der Klang einer Frauenstimme selbst auf den sonst verschlossenen Mann auszuüben vermöge, an mir selbst jedoch noch keinerlei Erfahrung darüber gemacht. Jetzt aber fühlte ich mit einem Male diese Wirkung und es war mir, als sei mir etwas ins einsame Herz gedrungen, was die Öde und Leere desselben auszufüllen und mich mit all dem Vergangenen zu versöhnen vermöge. Plötzlich zog sie die Zügel an. Ihr seid ein Deutscher? Ja, spreche ich das Englisch mit so bösem Akzent, dass ihr meine Abstammung so genau bestimmen könnt. Nein, Sir, euer Englisch ist rein, aber euer Verhalten ist echt deutsch. Erst laut, munter und gemütlich und jetzt still, nachdenklich und grübelnd. Wenn es euch recht ist, wollen wir uns unserer Muttersprache bedienen? Wie, auch ihr habt die gleiche Heimat? Vater ist ein Deutscher, geboren bin ich am Kikur. Meine Mutter war eine Indianerin vom Stamme der Essene Boys. Eine Amerikanerin wäre euch wohl in anderer Weise begegnet. Jetzt war mir der eigentümliche Schnitt ihres Gesichtes und der tiefere Schatten des Terrens erklärlich. Ihre Mutter war also tot und der Vater lebte noch. Hier stieß ich jedenfalls auf außergewöhnliche Verhältnisse und es war mehr als bloße Neugierde, welche ich jetzt für dieselbe empfand. »Seht da hinüber«, belehrte sie mich mit erhobenem Arm, »seht ihr den Rauch, wie aus dem Boden aufsteigen?« »Ah, das ist der Bluff, welchen ich schon längst suchte und in dessen Senkung New Renango liegt. Kennt ihr Emory Foster, den Ölprinsen?« »Ein wenig. Er ist der Vater von meines Bruders Frau, welche mit ihrem Manne in Omaha lebt. Ich komme von daher, um den Vater zu sehen und habe ihr Absteigequartier genommen. »Habt ihr mit Foster zu tun, Sir?« »Nein, ich habe im Store zu tun, um mich mit einigem zu versorgen und fragte nur, weil er als einer der bedeutendsten Ölprinzen bekannt ist.« »Könnt euch auch nicht viel an ihm empfehlen. Ihr wisst ja, wie diese Leute sind. Doch lasst uns ausgreifen, es wird Abend.« Nach kurzer Zeit hielten wir am Rande der Schlucht und blickten auf die kleine Niederlassung, deren Häuserzahl wenigstens ich mir höher vorgestellt hatte. Das vor uns liegende Tal bildete eine schmale Pfanne, welche rings von steil ansteigenden Felsen umschlossen in ihrer Mitte von einem ansehnlichen Flusse durchströmt wurde, der sich zwischen nahe zusammentretendem Gestein unter einen Ausweg suchte. Das ganz unter uns liegende Terrain war mit Anlagen, wie sie die Petroleumerzeugung erfordert, bedeckt, oben, ganz nah am Wasser, sah ich einen Erdbohrer in voller Tätigkeit, am mittleren Laufe stand etwas vor den eigentlichen Fabrikräumlichkeiten, ein trotz des Interims doch ganz stattliches Wohngebäude und wo das Auge nur hinblickte, waren Dauben, Böden und fertige Fässer, teils leer, meist aber mit dem viel begehrten Brennstoff, gefüllt zu sehen. Da drüben seht ihr den Store, Sir, zugleich Restauration und alles sonst noch Mögliche, und hier führt der Weg hinab, ein wenig steil, sodass wir absteigen müssen, aber doch immer noch ohne Lebensgefahr zu passieren. Wollt ihr mitkommen? Rasch schnellte ich mich aus dem Sattel, um ihr beim Absteigen behilflich zu sein, aber ich kam zu spät, denn schon stand sie mit aufgenommenem Kleid vor mir und rief mit goldenem Lachen, danke, danke, man gewöhnt sich hier dergleichen, Aufmerksamkeiten nicht zu beanspruchen, nehmt euer Tier an die Hand. Swallow kommt von selbst nach, Miss, erlaubt mir das Eurige. Ich ergriff die Zügel der Stute und während mein Mustang ohne besondere Aufforderung nachfolgte, hatte ich Gelegenheit an der vorangehenden, die Gewandtheit und Sicherheit des Schrittes zu bewundern. Diese Übung hatte sie sich ganz bestimmt nicht im Institut aneignen können, und mein Interesse an dem wundervollen Wesen wuchs von Minute zu Minute. Auf der Sohle des Tales angekommen, bestiegen wir die Pferde wieder und hielten in raschem Tempo auf den Stort zu. »Forster steht unter der Tür, er wird mich wohl nicht vorüberlassen.« Der Bezeichnete war eine lange, hagere Gestalt mit echter Janky-Physiognomie. »Stop, Ellen, hier wird abgestiegen. In welche Gesellschaft bist du denn da geraten?« Es lag in Ton und Wort nicht die mindeste Höflichkeit für mich, und ebenso bekümmerte er sich nicht im Mindesten um das Mädchen, sondern trat sofort zu meinem Pferd. »Hm, hm, 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 hab's gleich von Weitem bemerkt. Hm, 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 das Tier muss man kaufen. Was meint ihr, Fenders?« Der Angeredete war ein Mann mit vertrunkenen Gesichtszügen und jedenfalls ein Irrländer. Ich vermutete den Wirt in ihm, schritt aber ohne die beiden weiter zu beachten, dem Mädchen nach, welches in den Bordraum gegangen war. Sie empfing mich mit den Worten, »Wenn ihr das Pferd, ja, verkauft, so lasst es mir. Ich zahle euch dasselbe wie Forster.« »Welches Pferd?« riefen einige Leute, welche am Tisch standen und traten, nachdem sie einen Blick durch das Fenster geworfen hatten hinaus, worauf sich ein lebhafter Wortwechsel draußen erhob, am Schluss dessen Forster Miene machte, das Tier zur Probe zu besteigen. Ich öffnete das Fenster. »Swello?« Das volksame Tier schüttelte den Zudringlichen mit einem jähen Seitensprung ab und kam herbei. Ich band die Zügel an das Fensterkreuz. »Glaubt ihr, dass ich euch das Pferd stehlen will, Herr?« fuhr mich der Abgeworfene an. »Ich werde es kaufen und kann also wohl auch erst einmal aufsitzen. Gebt her!« »Ich denke es euch noch nicht angeboten zu haben, Sir. Der Hengst ist müde. Lasst ihn in Ruhe.« »Oho! Ihr scheint ja ein ganz resoluter Junge zu sein. Man muss euch wirklich einmal näher ansehen.« Er wandte sich nach der Tür und trat an der Spitze der übrigen in das Zimmer. Nach einem kurzen Blick auf mich meinte er, mit Geringschätzen im Schütteln des Kopfes, »Wird euch auch besser stehen, hübschartig zu sein. Scheint mir ganz, als ob ihr ein gutes Handgeld gebrauchen könntet.« »Ist nicht eure Sache, Mann, sondern die meinige. Werde mit meinen Angelegenheiten schon selbst fertig.« »Good Luck«, klingt das wichtig. »Doch will ich verständlich sein und euch 150 Dollar anbieten.« »Ist mir nicht feil, das Pferd.« »175.« »Ist mir nicht feil.« »200, aber nicht fünf Cent mehr.« »Ist mir nicht feil, zum dritten Mal. Und nun lasst mich in Ruhe.« »Ihr seid ein Grobian, der froh sein sollte, wenn ein Gentleman ihm zu einem ganzen Zeuge felft. Wisst ihr das?« »Pah.« Ich begnügte mich, diesen einen laut auszusprechen, trotzdem ein anderer jedenfalls zur Waffe gegriffen hätte. »Meine Meinung über das Duell über Beleidigung und Genugtuung waren eben nicht die Landläufigen. Und wer daheim ein paar arme alte Eltern hat, welche ihre ganze Hoffnung allein nur auf ihn gesetzt haben, der setzt sein Leben nur dann ein, wenn es sich um Würde geriss, als die Fausthöflichkeit eines Hinterwäldlers handelt.« »Freilich musste mich diese Selbstbeherrschung in den Verdacht eines Feiglings bringen, aber das Urteil dieser Leute konnte mir ja sehr gleichgültig sein.« Einwesen gab es allerdings, dessen Meinung mich nicht empfindungslos lassen konnte, und das war Ellen, wie sie von Forster genannt worden war. Sie hatte unserem kurzen Wortwechsel eine gespannte Aufmerksamkeit gewidmet und jedenfalls ganz bestimmt erwartet, dass ich losbrechen werde. Als das aber nicht geschah, sah ich einen Zug der Enttäuschung über ihr schönes Angesicht gehen, und es lag eine sichtbare Zustimmung in ihrem Blick, als Forster verächtlich die Achsel zuckend meinte, »Nein, Koyote, mehr nicht, lasst ihn stehen, Leute.« Trotz dieser neuen und größeren Beleidigung hielt ich an mich und nun war es wirklich die ausgesprochenste Verachtung, mit welcher sich das Mädchen zur Seite wandte und ihren Verwandten zum Aufbruch mahnte. Mein Auge folgte ihr, bis die letzte Falte ihres Kleides verschwunden war, und dann überkam mich eine Bitterkeit, wie ich sie in meinem ganzen Leben noch nicht empfunden hatte. Ganz gewiss war nur ich allein schuld an der Unbill, die mir widerfahren, aber warum war ich doch nur so besonnen und überlegsam? Ein wenig Jezorn, ein wenig Leichtsinn ist oft nicht so ganz am unrechten Platze. So dachte ich in meinem Unmut und erhob mich endlich, um denselben im Handel vielleicht zu vergessen. Als ich mich mit dem Nötigen versehen hatte und dem Wirte die geforderte Summe vorzählte, fragte er, »Wollt ihr für diese Nacht nicht da bleiben? Man wird bei mir gut bedient.« »Danke, schwärme nicht für eure Bude.« »Könntet aber doch da bleiben, Mann, nicht bloß für heute, sondern für morgen und übermorgen und immer. Ich brauche einen Bordkeeper, der nicht leicht reinspringt, wenn er einen Tritt bekommt, oder zwei. In unserem Geschäft ist die Ambition oft ein recht überflüssiges und schädliches Ding. Wie gesagt, ihr könntet hierbleiben, denn ich meine, ihr seid der beste Mann dazu.« Eigentlich hätte ich den scharfsinnigen Gastwirt par figura belehren sollen, dass er sich sehr in mir geirrt habe, doch war die Offerte wirklich mehr lächerlich als ärgerlich, und so ließ ich ihn ruhig stehen und trat ins Freie, wo Svello immer noch meiner wartete. Der Abend hatte sich mittlerweile über das Tal gebreitet, und es war ziemlich dunkel geworden. Mir war die Lust vergangen, an meiner ursprünglichen Absicht zu bleiben, festzuhalten. Pferd und Reiter hatten sich ausgeruht, und so konnte es heute noch ein Stück in die offene Prärie hineingehen, wo es sich jedenfalls angenehmer schlafen ließ als in dem nach Petroleum duftenden Tale. Zuvor aber trieb es mich die kurze Strecke abwärts nach dem Wohngebäude zu, welches ich am Nachmittag von der Höhe aus gesehen. Der Weg führte dem Flusse entlang, und was ich vorher nicht bemerkt, das fiel mir jetzt, wo meine Aufmerksamkeit nicht von der schönen Begleiterin in Anspruch genommen wurde, sofort auf, nämlich, dass in der Nähe des Wassers sich der Ölgeruch verstärkte und der Fluss also eine nicht unbedeutende Quantität des Brennstoffes mit sich führen müsse. Der Gebäudekomplex lag vollständig schwarz vor mir, aber als ich eine leichte Krümmung des Weges hinter mir hatte und nun das Herrenhaus von vorn nehmen konnte, fiel heller, lichter Glanz von der Veranda herüber, und ich sah, dass dort eine kleine Gesellschaft versammelt sei. Ich sprang vom Pferd, welches ich an eine Fensstange band, und schlich mich leise über die dunklen Stellen des Vorplatzes bis an das niedere Mauerwerk, in welches die Träger der leichten Überdachung befestigt waren. Noch nie in meinem Leben hatte ich den Lauscher gemacht, aber heute tritt mich ein unbestimmtes und bisher unbekanntes Etwas zum unerlaubten Beobachten, und mit Genugtuung bemerkte ich die Gesuchte, welche von einem leichten Hauskleide umflossen, in einer der Hängematten lag. Eben war sie im Begriff, dem in ihrer Nähe sitzenden Forste eine Auseinandersetzung zu machen. Es ist ein unnützes und lästerliches Unternehmen, dir Ankel, und du hast dir die Sache wohl nicht richtig berechnet. Lerne uns doch das Kalkulieren nicht, Mädchen. Die Preise sind nur deshalb so gedrückt, weil die Quellen zu viel liefern. Wenn wir also einer wie der andere das Öl so einen Monat lang ablaufen lassen, so muss es dann wieder teurer werden. Und wir machen Geschäfte, gute Geschäfte, sag ich dir. Und diesen Coup werden wir ausführen. Es ist so beschlossen, und ein jeder wird sein Versprechen halten. Mir scheint nur, ihr habt die Quellen drüben im alten Lande und sonst wo noch dabei außer Acht gelassen. Euer Verhalten wird die dortige Konkurrenz sofort zur äußersten Anstrengung anspornen. Und ihr selbst gebt also dem jetzt noch schlafenden Gegner die Waffen in die Hand. Übrigens sind auch hier in den Staaten die aufgestapelten Vorräte so groß, dass sie für sehr geraume Zeit zureichen. Du kennst den Bedarf nicht und hast also auch kein Urteil, wie ihr Frauen ja überhaupt gar nicht denken solltet. Denn so oft ihr es tut, geratet ihr auf Irrwege. Das müsste denn doch sehr bewiesen werden. Und ich glaube gerade, der Beweis liegt nahe, unterbrach er sie. Hast du nicht vorhin erst gestanden, dass du dich in dem Wutzmen oder was der Mensch eigentlich war, getäuscht hast? Hätte mir nie gedacht, dass es dir in solcher Gesellschaft gefallen könne. Ich sah sie tief erröten, aber sie antwortete schnell, Von einer Täuschung ist keine Rede, denn ich sagte nur, dass er mir erst anders geschienen habe. Und zwischen Schein und bewiesener Wirklichkeit pflege ich einen Unterschied zu machen. Forster wollte etwas erwidern, kam aber nicht dazu, denn in demselben Augenblicke geschah ein Donnerschlag, als sei die Erde unter uns mitten auseinandergebrossen. Der Boden erzitterte, und als ich das Auge erschrocken seitwärts wandte, sah ich im oberen Teile des Tales, da wo der Bohrer tätig gewesen sein musste, einen glühenden Feuerstrom, fast fünfzig Fuß in die Höhe steigen, welcher flackernd oben breit auseinanderfloss und wieder zur Erde niedersinkend, mit reißender Schnelligkeit das abfallende Terrain überschwemmte. Zugleich drang ein scharfer, stechender, gasartiger Geruch in die Atmungswerkzeuge, und die Luft schien von leichtflüssigem, ätherischem Feuer erfüllt zu sein. Ich kannte dieses furchtbare Phänomen, denn ich hatte es im Kanauertal in seiner ganzen Schrecklichkeit gesehen und stand mit einem einzigen Sprung mitten unter der vor Schreck fast todesstarren Gesellschaft. Lichter aus, Lichter aus, der Bohrer ist auf Öl getroffen, und ihr habt beim Aufsteigen des Strahles Feuer in der Nähe gehabt. Lichter aus, sonst brennt in zwei Minuten das ganze Tal. Ich sprang von einem der brennenden Armleuchter zum anderen, aber da oben im Zimmer brannten die Lampen auch, und drüben vom Store her sah ich ebenfalls Lichtschimmer. Dazu hatte die Flut des hochaufsprühenden Öles, welches sich mit unglaublicher Raschheit über das ganze obere Tal ausbreitete, jetzt den Fluss erreicht, und nun galt es, alles einzusetzen für das nackte, bloße Leben. Rettet euch! Lauft, lauft um Gottes Willen! Sucht die Höhlen zu gewinnen! Mich um weiter niemand kümmernd riss ich Ellen empor in meine Arme und saß im nächsten Augenblick mit ihr im Sattel. Das Mädchen, die Größe der Gefahr nicht erkennend, sträubte sich mit Aufbietung aller Kräfte gegen die Umschlingung, aber wie man in solchen Augenblicken stets Riesenkraft besitzt, so verschwand auch diese Anstrengung fast ganz unter der Stärke, mit welcher ich sie festhielt, und in rasendem Laufe trug Swellow, dessen Instinkt die Führung des Zügels oder den Gebrauch der Sporen überflüssig machte, uns Strom abwärts. Der Bergpfad, welcher mich nach New Venango geführt hatte, war uns verschlossen, denn der Glutstrom war schon an ihm vorübergeflutet. Nur abwärts konnten wir Rettung finden, aber ich hatte am Tage nicht einer Straße ähnliches bemerkt und im Gegenteil gesehen, dass die Felswände so eng zusammentraten, dass sich der Fluss nur schäumend den Ausweg erzwingen konnte. »Sagt Miss«, rief ich in ängstlicher Hast, »gibt es einen Weg, welcher hier unten aus dem Tale führt?« »Nein, nein«, stöhnte sie unter der krampfhaften Anstrengung, von mir loszukommen. »Lasst mich fahren«, sag ich euch, »lasst mich fahren!« Ich konnte natürlich auf ihre Worte nicht hören und musterte mit Aufmerksamkeit den nahe zusammentretenden Horizont, welchen die beiden schroff aufstrebenden Höhenzüge bildeten. Da fühlte ich einen Druck in der Gürtelgegend und zugleich rief das Mädchen, »Lasst mich los! Gebt mich frei oder ich stoße euch euer eigenes Messer in den Leib!« Sie hatte das Bowiemesser an sich gerissen, aber ich hatte keine Zeit zu einer langen Auseinandersetzung, sondern vereinte mit einem raschen Griff ihre beiden Handgelenke in meiner rechten, während ich mit dem linken Arme sie immer fester umschloss. Die Gefahr wuchs mit jeder Sekunde. Der glühende Strom hatte Lagerräume erreicht und nun sprangen die Fässer mit Kanonenschuss ähnlichem Knallen und Ergossen ihren sofort in heller Lohe brennenden Inhalt in das auf diese Weise immer mehr anwachsende und immer rascher vorwärts schreitende Feuermeer. Die Atmosphäre war zum Ersticken heiß. Ich hatte das Gefühl, als koche ich in einem Topf siedenden Wassers. Und doch wuchsen Hitze und Trockenheit mit solcher Rapidität, dass ich innerlich zu brennen vermeinte. Fast wollten mir die Sinne schwinden, aber es galt nicht bloß mein Leben, sondern noch vielmehr dasjenige meiner kostbaren Bürde. Es war mir in diesen entsetzlichen Augenblicken zumute, als habe ich das herrlichste Gut der ganzen weiten Schöpfung, den größten Schatz des Himmels und der Erde, dem flammenen Orkus entführt und müsse nun meinen herrlichen Raub schützen und Bergen vor den nachsprühenden Blitzen und Gluten der Unterwelt. Obwohl ich kaum noch eines Gedanken mächtig war, durchzuckte mich doch die Erkenntnis der ersten allgewaltigen Liebe und Rettung. Rettung musste ich finden für sie und sollte ich selbst zehnmal, nein, tausendmal dabei zugrunde gehen. »Swello, voran, voran, swell!« Ich konnte nicht weitersprechen und das brave Tier raste ja auch mit fast unmöglicher Geschwindigkeit dahin. So viel sah ich, diesseits des Flusses war kein Ausweg. Die Flammen beleuchteten die Felswände ja hell genug, um sehen zu können, dass dieselben nicht zu erklimmen seien. Deshalb ins Wasser, ins Wasser, hinüber auf die andere Seite. Ein leiser Schenkeldruck, ein Sprung des gehorsamen Mustangs und hoch aufschlugen die Wellen über uns zusammen. Ich fühlte neue Kraft, neues Leben durch die Adern pulsieren, aber das Pferd war unter mir verschwunden. Doch das war jetzt leicht, nur hinüber, immer hinüber. Ich schwamm wie noch nie, nie in meinem ganzen Leben mit einer Angst so furchtbar, so furchtbar, nicht für mich, sondern für sie. Sie, sie, da schnaufte es hinter mir. »Swello, du treuer Wackerer bist du's! Hier ist das Ufer! Wieder aufs Pferd! Fort, fort!« So ging es weiter, fast wahnsinnig vor Aufregung und über Anstrengung. Ritt, sprang, lief und kletterte ich, ohne mehr zu wissen, was ich tat. Aber endlich, endlich war's erreicht. Und ich sank mit meiner Bürde nieder. Nach einigen Augenblicken der dringendsten Erholung trug ich sie mehrere hundert Schritte weiter in die sichere Nacht hinein. Der Himmel glänzte blutig rot und der Brodem des entfesselten Elementes kumulierte in dichten, schwarzen, von purpurnen Lichtern durchbrochenen Ballen über dem Herde der Verwüstung. Aber ich hatte keine Zeit zu diesen Betrachtungen, denn vor mir lag das Messer noch krampfhaft festhaltend das Mädchen, so bleich, so kalt und starr, dass ich sie tot glaubte, ertrunken im Wasser, während ich sie den Flammen entreißen wollte. Das leichte Gewand war durchnässt und legte sich eng an die wunderbar schöne Gestalt. Auf dem bewegungslosen Angesichte spielten die düsteren Reflexe der über den Rand der Ebene emporsprühenden Feuerstrahlen. Der Mund, welcher am Tage so herzlich gelacht war, geschlossen, das Auge dessen großer, voller Blick mir so tief in die Seele gedrungen, lag verborgen unter den gesunkenen Lidern. Die reine, klangvolle Stimme, doch nein und abermals nein, sie konnte, sie durfte nicht gestoppen sein. Ich nahm sie in die Arme, strich ihr das lange, reiche, aufgelöste Haar aus der Stirn, rieb ihr die zarten Schläfen, legte, um der regungslosen Brust Atem zu geben, meinen Mund auf ihre Lippen, rief sie bei den zärtlichsten Namen, die ich jemals gehört und da ging ein Zittern über ihren Körper, erst leise, dann immer bemerkbarer. Ich fühlte das Klopfen ihres Herzens, trank den Hauch ihres Atems, sah die langen, seidenen Wimpern sich öffnen. Sie lebte, sie erwachte, sie war dem Tode entgangen. Ich drückte sie an das Herz und küßte vor seliger, unendlicher Freude die sich mehr und mehr erwärmenden Lippen. Da, mit einem Male, öffnete sie weit, weit das Auge und starrte mir mit unbeschreiblichem Ausdruck in das Angesicht. Dann belebte sich der wiederkehrende Blick und mit einem lauten Schrei des Entsetzens wandte sie sich los und sprang empor. Wo bin ich? Wer seid ihr? Was ist mit mir geschehen? rief sie. Ihr seid gerettet, Miss, aus der Glut da unten. Beim Klang in meiner Stimme und dem Anblick des noch immer hochlodernden Brandes kehrte ihr die Besinnung zurück. Herr, ich verachte euch! Ich konnte nicht sofort eine Antwort finden. So unerwartet kamen mir diese Worte und nur nach einigem Zögern erwiderte ich Ich verstehe euch nicht. Das begreife ich. Wer keine Ehre hat, wird Rücksicht nie verständlich finden. Und es ist nicht bloß das, sondern ihr seid auch feig. Das verstehe ich noch weniger. Ist's etwa nicht feig? Eine wehrlose Dame? Sie stockte tiefes Rot, bedeckte ihr Gesicht bis zum Nacken herab und mit einer Miene der Entrüstung, vor welcher ich fast zurückweichen konnte, trat sie hart an mich heran und rief, Wärt ihr ein Mann? So würde ich Genugtuung von euch verlangen, blutige Genugtuung. Aber ihr fürchtet die Streicher wie ein Schulknabe und so mögt ihr gehen. Aber nehmt euch in Acht, mir einmal vor den Lauf meiner Büchse zu kommen, denn dann halte ich euch für das, für was euch Forster erklärt hat, »Ein Kojoden, mein Gott, Forster, und ich stehe hier!« Jetzt erst kam mir die vollständige Erinnerung und mit einem kreischenden Wehrufe stürzte sie fort dem Felsenabsturz zu. Mit einigen raschen Sprüngen hatte ich sie erreicht und fasste sie bei beiden Händen. »Bleibt, Miss, bei allem, was euch heilig ist! Ihr seid verloren, wenn ihr euch in dieses Feuer mehr wagt!« »Lasst mich, Elender! Ihr habt die Gefahr gekannt, ihr konntet sie retten, alle, alle, und habt es nicht getan. Lasst fahren, oder ihr schmeckt euren eigenen Stahl!« Noch immer war das Messer in ihrer Hand geblieben. Sie merkte es erst jetzt, da ich sie bei derselben gefasst hielt und wandte alle Kraft auf, um sich loszumachen. Wollte ich ihr die Hand nicht brechen, so musste ich nachgeben. Die rechte frei bekommend, entriss sie auch die linke meinem Griffe und ich fühlte einen kleinen Gegenstand zwischen meinen Fingern. Sie merkte den Verlust nicht und eilte längst des Bergrandes von dannen. Schon wollte ich ihr folgende, ertönte aus einiger Entfernung, leichter Hufschlag. Ich blieb stehen und lauschte. »Swallow«, ein lautes, freudiges Wieren antwortete und im nächsten Augenblick stand das treue Pferd, das Köpfchen liebkosend an meiner Schulter reibend, vor mir. »Swallow«, »mein lieber, lieber Swallow«, rief ich, das Tier vor Freude umarmend, »auch du bist gerettet. Du kommst zurück, obwohl ich dich verlassen habe im Augenblick der Gefahr und die, an der ich fast übermenschliches Vermögen getan habe. Sie nennt mich Feig und ehrlos, droht mir mit der Waffe und flieht mich wie ein schmutzigen Jambarico. Und doch wollen wir diesen Ring, den ich ihr gegen meinen Willen abgestreift habe, aufbewahren, Spallow. Wir müssen sie wiederfinden. Und dann wird sie's vielleicht entschieden haben, ob dein Herr nichts weiter ist als ein verächtlicher Koyote.« »Puff«, rief mein Begleiter, »mein weißer Bruder hat recht, hier ist der rote Mann geritten. »Lasst uns sehen, was er hier gewollt hat.« »Winnetou, der große Häuptling«, erwidert ich, »ist weise und hat das Auge des großen Geistes. Er sieht sehr wohl, was sein böser Bruder hier gewollt hat, aber er versucht, mich auf die Probe zu stellen.« Über das scharf gezeichnete Angesicht des Indianers glitt ein flüchtiges Lächeln, als er noch immer auf die Spur gebückt antwortete, »Und was denkt der weiße Freund von dieser Pferde?« »Der Mann, welcher hier geritten ist, hat seine Gefährten gesucht.« »Auf jedem Hügel hat er sein Pferd angehalten, um sich nach ihnen umzusehen. Und wir müssen also vorsichtig sein, wenn wir nicht unsere Skalbs verlieren wollen.« »Winnetou, denn dieser, von welchem ich Svello erhalten hatte, war es, richtete sich empor und maß mich mit einem langen, verwunderten Blick.« »Mein bleicher Bruder kennt mich. Er hat mit mir den Lasso um die Hörner des Büffels geworfen und den Bär des Gebirges in der Höhle getötet. Er ist an meiner Seite gestanden, gegen die Übermacht der Arapus und hat die Mandas im Blute zu meinen Füßen gesehen. Er zählte die Skalbs an den Wänden meines Wigwams und sieht die Locken meiner Feinde an meinem Gürtel hangen. Winnetou hat seinen Stamm verlassen, um die großen Hütten der Weißen zu sehen, ihre Feuerrosse und ihre Dampfkanus, von denen ihm der Freund erzählt hat. Aber sein Haupt wird von keinem Messer berührt werden. »Der große Häuptling der Apachen hat recht,« nickte ich ihm zu und fuhr auf die Spuren deutend fort, »aber er hat auch bemerkt, dass dieses Pferd hier müde gewesen ist.« Statt aller Antwort folgte er sein Tier am Lasso führend der Pferde weiter und blieb endlich auf den Boden zeigend stehen. Hier hat er ausgeruht und mit gespannter Miene setzte er hinzu, »Wird mein Bruder sehen, auf welchem Pfad er sich befindet?« Ich untersuchte den Boden sorgfältig. Das Pferd war angepflockt gewesen und hatte die halbdürren Büschel des Präriegrases abgefressen. Der Reiter hatte am Boden gelegen und mit dem Köcher gespielt. Dabei war ihm der Schaft eines Pfeiles zerbrochen und er hatte die beiden Bruchstücke ganz gegen die gewöhnliche Vorsichtigkeit der Indianer liegen gelassen. Ich hob sie auf, um sie zu betrachten. Es war kein Jagd, sondern ein Kriegspfeil gewesen. Er befindet sich auf dem Kriegspfade, aber er ist noch jung und unerfahren, denn sonst hätte er die verräterischen Stücke versteckt und die Spuren seines Fußes sind nicht die eines erwachsenen Mannes. Winnetou gab durch einen beifälligen Laut seine Zufriedenheit Kund. Bei unserer ersten Begegnung war er mir sozusagen Lehrer gewesen und hatte mich gewöhnt, auf die unscheinbarste Kleinigkeit zu achten, da dies bei den vielfältigen Gefahren der Prärie unumgänglich notwendig ist. Jetzt nun benutzte er jede Gelegenheit, um zu erfahren, ob seine Lehren von Erfolg gewesen seien. Ein Blick auf die weiterlaufenden Eindrücke genügte, uns zu zeigen, dass der Mann erst vor kurzem den Platz wieder verlassen habe, denn die Kanten derselben waren noch scharf und die gestreiften oder zerdrückten Halme hatten sich noch nicht vollständig wieder erhoben. Winnetou breitete seine Decke aus und streckte sich, nachdem er das Pferd gefesselt hatte, auf dieselbe nieder. Ich folgte ihm und zog zwei Zigarren aus der Seitentasche meines Jagdhemdes. Es waren die letzten von einigen Dutzend, welche ich vor mehreren Wochen in Provo mitgenommen hatte. Sie waren für eine besondere Gelegenheit stecken geblieben, da sich aber nichts dergleichen einzustellen schien, so konnten sie ebenso gut auch jetzt verraucht werden. Mit sichtbarer Begierde griff der brave Indianer zu, als ich ihm eine derselben hinreichte, und wer die Enthaltsamkeit kennt, welche der Westen einem jeden auferlegt, der wird ahnen, mit welcher Wonne wir uns dem seltenen Genosse hingaben. Ich, die blauen Ringel mit innigem Behagen ausblasend, Winnetou aber den Rauch nach Indianer Weise erst hinunterschluckend und dann durch die Nase von sich gebend. So verging eine geraume Zeit, während welcher kein Wort gewechselt wurde, Schweigsamkeit gehört selbst unter Gefährten zur Haupttugend und ich beabsichtigte keineswegs, mir durch unzeitige Sprachseligkeit die Freundschaft und Achtung meines Begleiters zu verscherzen. Endlich nachdem die Zigarre längst verraucht und der letzte Rest derselben dann hinter den Lippen des Indianers verschwunden war, erhob er sich und in kurzer Zeit ritten wir wieder, den Körper tief herab gebeugt und das forschende Auge am Boden nebeneinander her. Unsere Schatten wurden länger und länger, der Abend begann zu dunkeln und wir waren nun gezwungen abzusteigen, wenn wir die Pferde nicht verlieren wollten. Aber ehe ich vom Pferde stieg, griff ich zum Fernrohre, um die Ebene vorher noch einmal abzusuchen. Wir hielten gerade auf eine der zahlreichen wellenförmigen Erhebungen, welche sich in jenem Teile der Prärie wie die Wogen eines erstarrten Meeres aneinander legen und es war mir deshalb ein ziemlich freier Ausblick gestattet. Kaum hatte ich das Glas am Auge, so fiel mir eine lange gerade Linie auf, welche sich von Osten her längs des nördlichen Horizontes bis zum entferntesten westlichen Punkt hinzug. Voll Richtung an, in welche er es zu führen hatte. Nachdem er einige Zeit hindurch gesehen, zog er es mit einem neugierigen Uff wieder ab und blickte mich mit fragendem Ausdruck an. Weiß mein Bruder, was für ein Pfad das ist. Es ist nicht der Weg des Buffalo, auch hat ihn nicht der Fuß des roten Mannes ausgetreten. Ich weiß es, kein Müffel kann die Strecke laufen, welche dieser Pfad durchführt, und kein Innsmann vermag ihn durch die Prärie zu ziehen. Es ist der Pfad des Feuerhosses, welches mein Bruder heute noch sehen wird. Rasch hob er das Rohr wieder empor und betrachtete mit regem Interesse den durch die Linsen nahe gerückten Schienen Strang. Plötzlich aber sah ich einen Zug der Überraschung über sein ausgewettertes Gesicht gehen und im nächsten Augenblick war er abgesessen und zog sein Pferd raschen Laufes hinunter in das Wellental. Natürlich musste dieses Beginnen einen sehr triftigen Grund haben und ich ahmte deshalb sein Verhalten ohne Verzug nach. Da drüben am Pfade des Feuerhosses liegen die roten Männer, rief er. Sie stecken hinter dem Rücken der Erhebung, aber ich sah eins ihrer Pferde. Er hatte wohlgetan, unseren erhöhten Standpunkt sofort zu verlassen, da wir auf demselben leicht bemerkt werden konnten. Zwar war die Entfernung selbst für das scharfe Gesicht eines Indianers eine sehr bedeutende, aber ich hatte während meiner Streifereien mehrere Male in den Händen dieser Leute Fernrohre gesehen. Die Kultur schreitet eben unaufhaltsam vorwärts und indem sie den Wilden immer weiter zurückdrängt, bietet sie ihm doch die Mittel, sich bis zum letzten Manne gegen ihre Gewalt zu verteidigen. Was sagt mein Freund zu der Absicht dieser Leute? fragte ich. Er schwieg. Augenscheinlich fiel es ihm schwer, sich ihr Verhalten zu erklären. Sie befanden sich auf dem Kriegspfade und hatten doch keine Wache aufgestellt. Sie mussten also wissen, dass in ziemlichem Umkreis kein Feind vorhanden sei, und da sie bei ihrer jedenfalls nicht bedeutenden Anzahl einen zweiten Zug nicht vorhaben konnten, so wusste er mir keine Antwort zu geben. Mir hingegen schien ihr Vorhaben unschwer zu erraten und das Rohr aus seiner Hand nehmend ford 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 vorwärts und schlief mich vorsichtig vorwärts. Obgleich ich fast überzeugt sein konnte, dass sie von unserer Nähe keine Ahnung hatten, suchte ich so viel wie möglich Deckung zu behalten und gelangte dadurch so weit an sie heran, dass ich am Boden liegend sie zählen und beobachten konnte. Es waren ihrer drei und sechzig sämtlich mit den Kriegsfarben bemalt und sowohl mit Pfeilen als auch mit Feuerwaffen bewährt. Die Zahl der angepflöckten Pferde war bedeutend höher und dieser Umstand bekräftigte meine Ansicht. Da hörte ich einen leisen Atemzug hinter mir. Rasch das Messer ziehen drehte ich mich um. Es war Winnetou, der nicht bei den Pferden gelitten hatte. Uff, klang es von seinen Lippen. Mein Bruder ist sehr kühn. So weit vorzugehen, es sind Ogulala, der kühnste Stamm des Zoo und dort liegt Parano, der weiße Häuptling. Erstaunt sah ich ihn an. Der weiße Häuptling? Hat mein Freund noch nichts gehört von Parano, dem grausamen der Atabasca? Niemand weiß vorhergekommen, aber er ist ein gewaltiger Krieger und im Rate des Stammes unter die roten Männer aufgenommen worden. Als die grauen Häupte alle zum Manitou, dem großen Geist gegangen, hat er das Kalomet erhalten und viele Skalps gesammelt. Dann ist er aber von dem bösen Geist verblendet worden und hat fliehen müssen. Jetzt wohnt er im Rate der Kennt mein Bruder sein Angesicht? Winnetou hat seinen Tomahawk mit ihm gemessen, aber der Weiße ist voller Tücke, er kämpft nicht ehrlich. Er ist ein Verräter, ich sehe es, er will das Feuerroß anhalten und meine Brüder töten und berauben. Die weißen Männer, fragte er erstaunt, er trägt doch ihre Farbe. Kann er das Ross halten? Nein, und wenn er alle Inzmen, die einen Lasso schwingen können, zusammenbrächte, so könnten sie doch den Lauf desselben nicht hemmen, aber wenn man seinen Pfad zerstört, so muss er stehen bleiben und wird seine eigenen Reiter töten. Das Erstaunen des Häuptlings wuchs, er hatte keinen Begriff von dem Wesen der Lokomotive und konnte meine Worte also auch nicht begreifen. Nach einer Weile des Schweigens, während welcher wir, wie überhaupt bisher, die vor uns lagernden Krieger scharf beobachten, fragte er, Was wird mein Freund tun? Er wird warten und sehen, ob Perano den Pfad des Eisernen Rosses zerstört und dann seinen Brüdern entgegenreiten, um sie zu warnen. Er nickte. Winnetou wird ihm helfen. Wie viele Männer werden auf dem Rosse sitzen? Ich weiß es nicht. Werden sie dem Vater der Apachen freundlich gesinnt sein? Sie werden meinem Freunde die Hände drücken, die große Pfeife mit ihm rauchen und ihm Pulver Blei und Tabak geben, so viel er will. Sein Angesicht glänzte vor Freude. Das Dunkel des Abends senkte sich immer tiefer herab, sodass es immer schwieriger wurde, die feindlichen Gestalten im Auge zu behalten. Ich musste über das Tun der Indianer genau unterrichtet sein und bat Winnetou zu den Pferden zurückzukehren und dort auf mich zu warten. Der konnte mir nichts nützen, da er die Beschaffenheit der Bahn nicht kannte und fügte sich, wenn noch widerwillig meinem Verlangen. Wenn mein Bruder in Gefahr ist, so mag er den Schrei des Präriehuhnes ausstoßen. Ich werde dann kommen, ihm zu helfen. Er bewegte sich rückwärts und ich schlug immer am Boden kriechend und aufmerksam jedes Geräusch beachtend eine schräge Richtung nach dem Bahnkörper ein. Lange dauerte es, ehe ich ihn erreichte, dann aber überkroch ich ihn und hielt auf seiner anderen Seite mit verdoppelter Vorsicht auf die Stelle zu, an welcher ich die Oglala gesehen. Da drang ein leise klingender Ton an mein Ohr, ich horchte, es war der Schall eines regelmäßig wiederkehrenden Schlages und als ich die Ausschüttung erklomm und das Ohr an eine der Schienen legte, hörte ich ein so deutliches Hämmern und Klopfen, dass mir kein Zweifel übrig blieb. Hier war nicht die mindeste Zeit zu versäumen und nachdem ich nur eine kurze Strecke rückwärts geschlichen, erhob ich mich und sprang den Weg zurück, Zeit, in welcher ein Zug vorüberkommen musste. Das konnte alle Augenblicke geschehen und zur Warnung war ein bedeutender Vorsprung nötig. Ich befand mich in einer nicht unbedeutenden Aufregung und wäre von Winnetou, in welchen ich fast anrannte, beinahe verkannt und niedergestoßen worden. Nach einigen Worten der Verständigung saßen wir zu Pferde und bewegten uns in scharfem Trabe längs klare Schimmer der Sterne genügte ja auch so ziemlich uns die Strecke erkennen zu lassen. Eine Viertelstunde verging und noch eine Gefahr für den herannahenden Zug war also nicht mehr zu befürchten und sobald es nur gelang uns bemerklich zu machen aber besser noch war es wenn dies ohne Wissen der Indianer geschehen konnte und bei dem platten Terrain war das durchdringende Licht wie es die amerikanischen Maschinen bei sich führen auf mehrere Meilen weit bemerklich also ließen wir die Pferde laufen und legten so uns wortlos nebeneinander haltend noch eine ansehnliche Strecke zurück Jetzt endlich schien es mir Zeit Ich hielt an und sprang vom Pferde Winnetou tat dasselbe Nachdem die Tiere gehörig gefesselt waren sammelte ich einen Haufen ausgedorrten Grases dessen trockensten Mithilfe einigen aufgestreuten Pulvers war dieselbe leicht in Brand zu stecken und nun konnten wir das kommende ruhig erwarten Auf unsere Decken gelagert lauschten wir in die Nacht hinein und verwandten fast kein Auge von der Richtung aus welcher der Zug zu erwarten war Winnetou sprach kein Wort Er verstand von dem was ich vorhatte wenig oder gar nichts und ließ mich ruhig gewähren Außerdem Geräusche als höchstens das leise Knispern eines auf Raub ausgehenden Käfers und die Minuten dehnten sich zu einer immer peinlicher werdenden Länge Da nach einer kleinen Ewigkeit blitzte in weiter weiter ferne ein Licht auf erst klein und kaum wahrnehmbar aber nach und nach immer größer werdend Der große Häuptling der Apachen wird jetzt das Feuer raus sehen es kommt Winnetou erhob sich kein Laut seines Mundes gab Zeugnis von der Spannung in welcher er sich befand er nahm die Lunte zur Hand und schüttete Pulver auf jetzt machte sich das nahen der wagen durch ein immer vernehmlicher werdendes rollen bemerkbar welches nach und nach zu einem Geräusch anwuchs das dem Grollen eines entfernten Donners glich das eiserne Ross hat eine böse Stimme sprach Winnetou wie sind seine Gedanken über den Stamm der Apachen er fühlte also doch eine Besorgnis um seine Sicherheit dem Feinde selbst dem überlegenen gegenüber wäre ihm nicht das mindeste bangen angekommen die unbekannte und sich auf so schreckliche Weise ankündigende Macht des Dampfes aber störte doch seine Gemütsruhe das ist nicht die Stimme des Feuerhosses sondern das Zittern des Pfades über welchen es daher fliegt da muss das Viren seines Mundes noch fürchterlicher sein mein Bruder wird Winnetou nicht verlassen ich konnte nur ein kurzes Wort der Beruhigung aussprechen denn der Augenblick war gekommen ein blendenden Licht Keul vor sich her werfen brauste der Zug heran ich zog den Revolver und drückte los im Nu flammte das Pulver auf und brachte das Dörre Gras in glimmenden Brand die Lunte schwingend versetzte sich sie in helle Flamme und gab mit dem anderen Arm das Zeichen zum Halten Der Maschinist musste das Zeichen durch die Glastafeln des Wetterschutzes sofort bemerkt haben denn schon nach den ersten Schwingungen des Brandes ertönte ein sich rasch und die Wagenreihe an uns vorüber Uff 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 rief voller Schrecken Winnetou aber ich hatte nicht Zeit auf sein ängstliches Erstaunen zu achten sondern gab ihm nur ein kurzes Zeichen mir zu folgen und sprang dem seine Geschwindigkeit zusehends verringernden Zuge nach Endlich hielt er ohne zunächst die sich von ihren erhöhten Plätzen herabbeugenden Beamten zu beachten eilte ich an den Wagen vorüber bis vor die Lokomotive und warf vorsorglich von der Erde gerafft hatte über den Reflektor und rief zu gleicher Zeit mit möglichst lauter Stimme Lichter aus sofort verschwanden die Laternen die Angestellten der Pacific Bahn sind ein geistesgegenwärtiges und schnell gefasstes Völkchen Steff rief es von der Maschine herab warum verdeckt ihr unsere Flamme Mann ich hoffe nicht dass davon irgendetwas los ist wir müssen im Finstern sein Sir antwortete ich es sind Indianer vor uns und ich glaube sehr dass sie die Schienen aufgerissen haben alle Teufel wenn das so ist so seid ihr der bravste Kerl der jemals durch dieses verfluchte Land stolperte und und Erde herab springend drückte er mir die Hand so gut dass ich hätte aufschreien mögen in einigen Augenblicken waren wir von neugierigen umringt und ich musste mich fast wundern über die bedeutende Anzahl von Leuten die sich da aus den verschiedenen Wagen hervor paddelten was gibt's was gibt's warum halten wir rief es rund im Kreise mit kurzen Worten erklärte ich ihnen die Verhältnisse und brachte dadurch eine nicht geringe Aufregung unter den Männern hervor gut sehr gut rief der Ingenieur zwar bringt das eine Störung im Betrieb hervor aber das hat nichts zu sagen gegen die prächtige Gelegenheit den roten Alunken einmal eins aufs Feld zu brennen das ist in kurzer Zeit das dritte Mal dass sie es wagen Züge zu überfallen und auszurauben aber heute sollen sie sich geirrt haben und den Dank gleich in Summa bekommen jedenfalls haben sie geglaubt dass dieser Zug Güter und wie gewöhnlich nur fünf bis sechs Leute bei sich habe glücklicherweise aber haben wir einige hundert Arbeiter geladen und da diese Leute sämtlich bewaffnet sind so wird ergriff in den Gürtel und wollte sich auf Winnetou stürzen welcher mir gefolgt war und nun in aufrechter zuwartender Stellung seitwärts im Halbdunkel hielt bleibt ruhig hier Sir es ist mein Jagdgenosse der sich freuen wird die kühnen Reiter des Feuerrosses kennenzulernen das ist was anderes ruft den Mann her ich winkte dem Häuptling und er trat langsam ein Schrittes herzu zurück denn der Ingenieur war wieder auf den Wagen gestiegen um die Dämpfe abzulassen welche mit gellendem zischen den Ventilen entströmten und die Umgebung der Maschinen eine weiße Wolke hülden uff uff warum ruft mein Bruder Winnetou wenn das rost zornig ist Winnetou rief es da laut im Hintergrunde und ein Mann drängte sich hastig durch die Umstehenden Winnetou der große Häuptling der Apachen ist er hier es war ein Mann von wahrhaft riesigen Körperformen wie ich in der Dunkelheit erkennen konnte auch schien er mir nicht die Kleidung der ihm rasch Platz machenden Arbeiter sondern das Gewand eines Präriejägers zu tragen er stellte sich vor den Häuptling auf und fragte mit hörbar freudigem Tone hat Winnetou die Gestalt und die Stimme seines Freundes vergessen antwortete mit eben solcher Freude der Gefragte wie kann Winnetou vergessen Old Firehand den größten unter den weißen Jägern obgleich er ihn seit vielen Sonnen nicht gesehen glaub's glaub's alter Skalper geht mir mit dir ja ebenso aber Old Firehand rief's ihn unterbrechend rund im Kreise und fast erbietig traten die Anwesenden einen Schritt von dem genannten zurück Auch mir war der Name dieses berühmtesten unter den Indianer Feinden bekannt an dessen Personen sich Erzählungen von fast unglaublichen Kühnheiten knüpften so dass ihn der Aberglaube der Präriejäger mit einem durch und immer neue Berichte wachsendem Nimbus umgab Old Firehand rief auch der Ingenieur warum habt ihr mir euren Namen nicht genannt als ihr Aufstieg Mann Ich hätte euch einen besseren Platz angewiesen als jedem anderen dem dann aus Gefälligkeit ein Stück mit in den Westen hinein nimmt Danke Sir war gut genug aber lasst uns die kostbare Zeit nicht verschwatzen sondern beraten was was gegen die Inns vorzunehmen haben Sofort gruppierte sich alles als wäre er selbstverständlich derjenige dessen Ansicht die beste sei um ihn und ich musste meinen Bericht eingehender wiederholen So seid ihr also Winnetus Freund fragte er als ich geendet hatte Ich mag so leicht nicht von jemandem was wissen aber wem der seine Achtung schenkt der kann auch auf mich rechnen hier habt ihr meine Hand und nun lasst euch meine Meinung sagen ihr Leute wir bilden zwei Abteilungen welche zu beiden Seiten der Bahn sich an die Indianer schleichen zwei Führer haben wir ja so dass wir uns nicht irren können während die eine dieser Abteilung die Inns man vorsichtig in einem Halbkreis umfängt und über die Schienen treibt nimmt die andere den Feind auf sodass er in die Mitte kommt und vollständig aufgerieben wird aber nehmt euch in Acht dass wir nicht vor der Zeit bemerkt werden der Zug bleibt natürlich hier halten und wir müssen nicht behakt mit uns zu kommen der bleibt bei ihm zurück well Sir ich stimme bei rief der Ingenieur aber obgleich ich eigentlich meinen Posten nicht verlassen darf will ich doch nicht umsonst ein paar gesunde Fäuste besitzen ich würde es auf dem alten Feuerkasten nicht aushalten können sobald ich eure Büchse knallen hörte und ich gehe also mit und sich zu seinem Personale wenden fuhr er fort ihr anderen bleibt bei den Wagen und gebt gut acht man weiß zuweilen nicht was passieren kann Tom Sir antwortete der Feuermann du verstehst so ziemlich mit der Maschine umzugehen damit wir nicht erst wieder zurück zu gehen brauchen kommst du mit den Wagen nach sobald du ein Feuerzeichen erblickst aber langsam so langsam wie möglich es wird jedenfalls am Tracé auszubessern geben in kurzer Zeit lag tiefe Stille über der Gegend und nicht das leiseste Geräusch verriet dass der auf der weiten Ebene ruhende scheinbare Frieden die Vorbereitung einer blutigen Katastrophe in sich berge zunächst hatten wir eine ansehnliche Strecke in aufrechter Stellung zurückgelegt jetzt aber nachdem wir die Nähe des mutmaßlichen Kampfplatzes erreicht hatten legten wir uns nieder und krochen einer hinter dem anderen auf Händen und Füßen die Böschung entlang Der Mond war mittlerweile aufgegangen und warf ein ruhiges klares Licht über die Gegend so dass es möglich war in sehr geraume Entfernung zu blicken Diese Helligkeit erschwerte zwar das Anschleichen war uns aber in anderer Beziehung wieder von Vorteil Bei der Gleichheit der Hebungen und Senkungen des Bodens wäre uns im Dunkel nicht leicht geworden den Ort genau zu bestimmen an welchem wir die Oglala gesehen hatten und möglicherweise konnten wir also ganz unversehens auf sie stoßen das war aber jetzt nicht zu befürchten Von Zeit zu Zeit im Vorwärts dringend einen Augenblick innehaltend und mich vorsichtig erhebend warf ich einen forschenden Blick über den Damm hinaus und gewahrte jetzt auf der seitwärts liegenden Erhöhung eine Gestalt welche sich leicht kenntlich am Horizont abzeichnete man hatte also jetzt eine Wache ausgestellt und wenn der Mann sein Augenmerk nicht bloß in die Ferne auf den von ihm erwarteten Bahnzug sondern auch auf die nähere Umgebung richtete so musste er unbedingt die Abteilung von uns welche sich auf der anderen Seite des Schienenstranges fortbewegte bemerken doch vertraute ich der Klugheit des Apachen Häuptlings welcher mir schon öfter eine geradezu erstaunenswerte Meisterschaft im Beschleichen gezeigt hatte nach wenigen Minuten konnten wir die übrigen sehen welche bewegungslos am Boden lagen eine kurze Strecke hinter ihnen hielten die angekoppelten Pferde ein Umstand der einen plötzlichen Überfall sehr erschwerte da die Tiere leicht zu verrätern werden konnten zu gleicher Zeit erblickte ich die Vorrichtung welche die Indianer getroffen hatten um den Schienen ausgebrochen und mit den ausgehobenen Schwellen quer über das Gleis gelegt worden und mit Schaudern dachte ich an das Schicksal welches die Insassen der Wagen hätte treffen müssen wenn das Vorhaben der Wilden nicht von uns bemerkt worden wäre Wir setzten unsere Bewegung so lange fort bis wir uns der Truppe gerade gegenüber fanden und blieben nun die Waffen zum sofortigen Gebrauch bereithaltend erwartungsvoll liegen Besser wäre es gewesen den Angriff von unserer Seite aus zu übernehmen aber die Disposition war nun einmal getroffen und so mussten wir uns gedulden Die Hauptaufgaben unserer Verbündeten war zunächst den Posten unschädlich zu machen ein Vornehmen welches sich kaum einem anderen als Winnetou zutraute der Mann konnte im hellen Mondenschein die geringste Kleinigkeit seiner Umgebung genauso erkennen und musste bei der ringsumherrschenden Ruhe das leiseste Geräusch bemerken und selbst wenn es gelang ihn zu überraschen so war es doch um ihn durch einen gut geführten Messerstich unschädlich zu machen notwendig aufzuspringen und dann musste man ja sofort von den anderen gesehen werden Mit mir zurate gehend wie diesem Übelstande abzuhelfen sei sah ich ihn plötzlich wie in den Boden hinein verschwinden im nächsten Augenblick aber schon wieder in seiner früheren geraden Haltung aufrecht stehen Nur einen einzigen blitzschnellen Moment hatte diese Bewegung in Anspruch genommen aber ich wusste sogleich was sie zu bedeuten hatte der jetzt scheinbar Wache Haltende war nicht mehr der Oglala sondern Winnetou er musste sich mit noch einem bis unmittelbar an den Posten geschlichen haben und war in demselben Augenblicke in welchem letzterer von dem anderen bei den Füßen niedergerissen und sofort eines Lautes unfähig gemacht wurde Kerzengrad in die Höhe gefahren das war wieder eins seiner bewundernswerten Indianerstücke bei welchem ihm sicher nur Old Fire Hand geholfen haben konnte niemand weiter von uns hatte den Vorgang bemerkt und da die Feinde in ihrer Unbewirklichkeit verharrten so musste er auch ihnen entgangen sein das schwerste war somit glücklich vollbracht und nun konnten wir in kürzester Zeit den Angriff erwarten wirklich gewahrte ich auch nur kurze Zeit später eine Reihe dunkler Punkte welche sich in einiger Entfernung hinter den Pferden immer weiter vorschob und das Bestreben zeigte sich zu einem Halbkreis zu verengen ungesehen von den Indianern rückte sie näher und immer näher und schon schien mir die vollständige Überrumpelung des Feindes sicher da zuckte ein flüchtiges Leuchten drüben auf welchem ein lauter Knall folgte es war irgendeinem das Gewehr losgegangen sofort standen die Oglalas auf den Füßen und kaum hatten sie die rasch heranstürmenden Gegner bemerkt so saßen sie mit Gedankenschnelle im Sattel warfen die Pferde herum und stürmten im Galopp auf den Bahndamm zu sie sie waren Achtung Achtung rief rief als sie nur noch einige Pferdelängen von uns entfernt waren zielt auf die Pferde und dann drauf ich hatte ein Henry Stutzen mit fünfundzwanzig Kugeln im Kolben gegen Reiter eine fürchterliche Waffe die ich auch nach Kräften gebrauchte schon bei unserer ersten Salve bildeten die Innsmänner einen Knäuel auf welchen sich die anderen alle stürzten während ich einstweilen meinen Standpunkt beibehielt um Kugel auf Kugel aus dem sicheren Lauf zu entsenden Der Kampf wütete mit tödlicher Erbitterung Zwar war es einer kleinen Anzahl gelungen unsere Linie zu durchbrechen und das Weite zu gewinnen aber die bei weitem meisten waren entweder von ihren verwundeten Pferden abgeworfen oder von unserer Übermacht am Ausbrechen verhindert worden und wenn sie auch wie die Teufel kämpften so war es doch augenscheinlich dass sie dem Untergang gewidmet waren Die ursprüngliche Verwirrung des Handgemenges löste allmählich sich in einen besser zu übersehen Einzelkampf auf welcher einem nicht beteiligten Zuschauer Gelegenheit gegeben hätte Taten zu beobachten für welche der zivilisierte Boden kaum einen Platz haben dürfte Die Schar der Bahnarbeiter bestand begreiflicherweise zwar meist aus Leuten welche in den Stürmen des Lebens ihre Kräfte geübt hatten aber der Kampfart der Indianer war wohl keiner von ihnen gewachsen und wo nicht mehrere von ihnen gegen einen Inzmen standen behielt dieser gewiss die Oberhand und die Städte bedeckte sich immer mehr mit den unter dem wuchtigen Hiebe des Tomahawk Gefallenen Nur drei von uns Old Firehand Winnetou und ich waren mit dieser Waffe versehen und es zeigte sich allerdings dass bei gleichen Waffen der intelligentere Europäer meist im Vorteil steht Ich hatte das Gewehr längst aus der Hand gelegt und mich am Hand gemenge beteiligt Je geringer die Zahl der Feinde wurde desto mehr glaubten die Arbeiter ihre Pflicht getan zu haben und traten beiseite um sich zu erholen umso mehr aber waren wir anderen engagiert und hatten wirklich voll auf zu tun um den Rest der Feinde zu bemeistern Winnetou könnte ich genugsam und ließ ihn also unbeachtet mit Gewalt dagegen drängte es mich in die Nähe von Old Firehand dessen Anblick mich an jene alten Recken mahnte von denen ich als Knabe so oft mit Begeisterung gelesen mit auseinander gespreizten Beinen stand er gerat und aufrecht da und ließ sich von den anderen die Indianer in das Schlacht beil treiben welches von seiner riesen starken Faust geführt bei jedem Schlag zerschmetternd auf die Köpfe der Feinde sank die langen weißen mähnenartigen Haare wehten ihm um sein blöster Haupt und in seinem vom Monde hell beschienen Angesichte sprach sich ein Gefühl der Wonne aus welche den Zügen einen geradezu befremdenden Ausdruck gab Seitwärts von ihm und mir kämpfte ein Indianer welcher seinen Gegnern sehr zu schaffen machte so dass es ihm endlich doch gelang sich einen Weg zu bahnen um dem Schicksal der übrigen zu entgehen eben stieß er den letzten im Wege stehenden weit ab von sich und wollte das Weite suchen als sich ihm ganz unerwartet ein neuer Feind entgegenstellte Es war Winnetou der bei dem Anblick des Wilden sofort herbeigesprungen kam noch ehe ich die gleiche Absicht ausgeführt hatte Parano rief er der sonst nach Indianersitte während des Kampfes den Mund nicht öffnete Will der Hund von Etabesca laufen vor Winnetou dem Häuptling der Apachen Der Mund der Erde soll sein Blut trinken und die Kralle des Geier soll zerreißen den Leib des Verräters aber sein Skalb wird zieren den Gürtel des Apachen Er warf den Tomahawk weit von sich riss das Messer aus dem mit Kopf häuten geschmückten Gürtel und packte den weißen Häuptling bei der Kehle aber er wurde von dem tödlichen Stiche abgehalten Als so lautem Ruf er auf den Oglala stürzte hatte Old Firehand einen raschen Blick herüber geworfen welcher das Gesicht des Feindes streifte Trotz der Flüchtigkeit dieses Blickes aber hatte er doch ein Gesicht gesehen welches er hasste mit der tiefsten Faser seines Innern welches er lange Jahre mit fürchterlicher Anstrengung aber vergebens gesucht und das ihm nun so unerwartet an diesem Orte vor Timfinity schrie er schlug mit den Armen die Indianer wie Grashalme auseinander und sprang mitten durch sie hindurch auf Winnetou zu dessen soeben zum Stoße erhobene Hand er packte halt Bruder dieser Mann gehört mir vor Schrecken starr stand Perrineau als er seinen eigentlichen Namen rufen hörte kaum aber hatte er einen Blick in das Angesicht Old Firehands geworfen so riss er sich von der Hand Winnetous der seine Aufmerksamkeit geteilt hatte los und stürmte wie von der Sehne geschnellt von dannen im Augenblick machte auch ich mich von dem Indianer mit welchem ich während dieser Szene im Kampf verstand los und setzte dem Fliehenden nach zwar hatte ich für meine Person keinerlei Abrechnung mit ihm zu halten aber selbst wenn er auch nicht als der eigentliche Urheber des beabsichtigten Überfalles Anrechte auf eine Kugel gehabt hätte so wusste ich doch dass er ein Todfeind Winnetou sei und ebenso hatten mich die letzten Augenblicke belehrt dass Old Firehand an der Habhaftwerdung seiner Person gelegen sein müsste Beide hatten sich ebenfalls augenblicklich zur Verfolgung in Bewegung gesetzt aber ich wusste dass sie den Vorsprung welchen ich vorhin hatte nicht verringern würden und musste freilich auch zu gleicher Zeit bemerken dass ich es mit einem außerordentlich guten Läufer zu tun hatte obgleich Old Firehand nach dem was ich von ihm gehört hatte ein Meister in allen Fertigkeiten welche das Leben im Westen verlangt sein musste so befand er sich doch schon längst nicht mehr in den Jahren welche einen Wettlauf auf Tod und Leben begünstigen und Winnetou hatte mir schon öfter eingestanden dass er mich nicht einzuholen vermöge zu meiner Genugtuung bemerkte ich dass Paranaut den Fehler beging ohne seine Kräfte gehörig abzumessen Hals über Kopf immer gerade aus zu rennen und in seiner Bestürzung die gewöhnliche Taktik der Indianer im Zickzack zu fliehen nicht befolgte während ich den Odem zu sparen suchte und in vollständiger Berechnung meiner Kräfte und der möglichen Ausdauer die Anstrengung des Laufes abwechselnd von einem Bein auf das andere legte eine Vorsicht welche mir stets von Vorteil gewesen war die beiden anderen blieben immer weiter zurück sodass ich das Geräusch ihres Atems welches sich erst dicht hinter mir gehört hatte nicht mehr vernahm und Old Firehand mag stehen bleiben mein junger weißer Bruder wird die Kröte von Etabesca fangen und töten er hat die Füße des Sturmes und niemand vermag ihm zu entkommen so schmeichelhaft dieser Ruh für mich klang ich konnte mich doch nicht umsehen um zu gewahren ob der grimmige Jäger ihm auch Folge leiste zwar schien der Mond aber bei der Trüglichkeit seines Schimmers musste ich den Flüchtling immer fest im Auge behalten bisher war ich ihm noch um keinen Schritt näher gerückt aber als ich jetzt bemerkte dass seine Geschwindigkeit im Abnehmen begriffen sei holte ich weiter aus und in kurzer Zeit flog ich so nah hinter ihm her dass ich sein keuchendes Schnaufen vernahm ich hatte keine andere Waffe bei mir als die beiden abgeschossenen Revolver und das Bowie Messer welches ich jetzt zog das Beil hätte mich am Laufe gehindert und war deshalb schon nach den ersten Schritten von mir weggeworfen worden da plötzlich sprang er zur Seite um mich im vollen Jagen an sich vorbeischießen zu lassen und dann von hinten an mich zu kommen aber ich war eben demselben Moment seitwärts so dass wir mit voller Gewalt zusammen prallten und ihm dabei mein Messer bis an den Griff in den Leib fuhr der Zusammenstoß war so kräftig dass wir beide zur Erde stürzten von welcher er sich allerdings nicht wieder erhob während ich mich augenblicklich zusammen raffte da ich nicht wissen konnte ob er tödlich getroffen sei aber er bewegte kein es war nicht der erste feind welchen ich niedergestreckt und mein körper zeigte manches andenken an nicht immer glücklich bestandene rekontos mit den kampfgewandten bewohnern der amerikanischen steppen aber hier lag ein weißer vor mir der von meiner waffe gestorben und ich konnte mich eines beengenden gefühls nicht erwehren doch hatte er den Tod jedenfalls verdient und war das bedauern also nicht wert noch mit mir zu rate gehend welches zeichen meines sieges ich mit mir nehmen sollte hörte ich hinter mir den eiligen lauf eines menschen rasch warf ich mich nieder aber ich hatte nichts zu befürchten denn es war Winnetou welcher mir in freundschaftlicher besorgnis doch er ist stark wie der bär zur zeit der schneefalles aber sein fuß wird gehalten von der hand der jahre will mein bruder sich nicht schmücken mit der skalblocke des etabesca ich schenke sie meinem roten freund mit drei schnitten war die kopfhaut des gefallenen vom schädel gelöst ich hatte mich von dieser prozedur nicht berührt zu werden abgewandt da war es mir langsam auf uns zu Winnetou mag sich zur Erde strecken er wird den skalb des weißen Häuptlings verteidigen müssen die kommenden laden sich mit sichtbarer vorsicht es war ungefähr ein halbes dutzend oglalas augenscheinlich von denen welche uns entkommen waren und kehrten zurück jedenfalls um zu rekognoszieren und etwa versprengte ihrige aufzusuchen der Apache kroch tief zur Erde gedrückt seitwärts und ich folgte seiner Absicht erratend längst schon hätte Old Firehand bei uns sein müssen aber vermutlich hatte er sobald Winnetou ihm aus den Augen geraten war eine falsche Richtung eingeschlagen jetzt bemerkten wir dass die nahenen Pferde bei sich hatten welche sie am Zügel nachführten auf diese Weise waren sie für alle Fälle zur schnellen Flucht bereit uns aber konnte dieser Umstand gefährlich werden und wir mussten uns deshalb in den Besitz der Tiere setzen wir schlugen daher einen Bogen ein eine Bewegung welche uns in ihrem Rücken und die Pferde zwischen uns und sie bringen musste in dieser Entfernung vom eigentlichen Kampfplatz hatten sie natürlich keinen Toten vermutet und stießen ein verwundertes aus als sie einen regungslosen menschlichen Körper vor sich erblickten hätten sie vermutet dass er hier getroffen sei so wären sie gewiss mit weniger Eile auf ihn zugeschritten sie schienen aber anzunehmen dass er sich verwundet aus dem Handgemenge bis hierher geschleppt habe bückten sich unverzüglich auf ihn nieder und stießen als sie ihn und seine Entstellung erkannten ein unterdrücktes Wutgeheul aus das war der geeignete Augenblick für uns im Nu hatten wir sämtliche Pferde welche sie im Schrecken losgelassen hatten bei den Riemen saßen auf und jagten im Galopp den unsrigen zu an einem Kampfe konnte uns nichts gelegen sein es war genug dass wir fast waffenlos wie wir waren den dreifach überlegenen entkamen und außer dem Skalp des feindlichen Anführers noch eine Anzahl Pferde mitbrachten mit sehr verzeihlichem Vergnügen dachte ich an die verdutzten Gesichter welche die Betrogenen uns jedenfalls nachschnitten und selbst der so ernste Winnetou konnte ein lachendes Huf nicht unterdrücken zugleich aber war eine kleine Sorge um Old Fire hin sicher gerechtfertigt daher ebenso gut wie wir mit einer Truppe der Verschlagenen zusammengetroffen sein konnte und diese Sorge erwies sich als gerechtfertigt denn wir fanden ihn bei unserer Rückkehr zu dem Platz des Überfalles nicht vor obwohl seit unserer Entfernung eine geraume Zeit vergangen sein musste der Kampf war beendet man befand sich beim Verbinden der Verwundeten und trug die Gefallenen zusammen in der Nähe derjenigen Stelle an welcher die ausgerissenen Schienen lagen brannten zwei hochloderne Feuer welche die nötige Helle verbreiteten und zugleich dem Zugpersonal als Signal dienten da seid ihr ja wieder rief uns der Ingenieur entgegen welcher ein Tuch um den verletzten Arm trug und die unbeschädigte Rechte zum Gruße hinstreckte habt euch brav gehalten Alter hätte einem Inzmen so etwas gar nicht zugetraut werde es zu berichten wissen wohin führt euch euer Pfad Winnetou geht zu sehen das mächtige Volk der Bleichgesichter antwortete der Gefragte dann vergesst ja nicht nach Washington zu gehen zur Stadt des großen Vaters dem ich schreiben werde von dem tapferen und guten Häuptling der Apachen Winnetou wird ihn sehen und ihm sagen die Wünsche der roten Männer Er Er wird die Worte unseres Bruders hören und mit Weisheit und Güte beantworten aber wo ist Old Fire hint den ich euch nachjagen sah Mein weißer Bruder hat verloren die Fährte des roten Mannes und ist auf einen neuen Feind gestoßen der Apache wird mit seinem jungen Freunde gehen ihn zu suchen auch ich hegte diese Ansicht da er längst wieder da sein musste wenn ihm nichts begegnet gewesen wäre ohne ein weiteres Wort zu verlieren schloss ich mich deshalb dem Indianer nachdem wir uns unsere Waffen wieder angeeignet sie in den gehörigen Zustand gesetzt und die erbeuteten Pferde in Sicherheit gebracht hatten an und schritt mit ihm der Richtung zu aus welcher wir soeben gekommen waren der mond warf sein fallbes zweifelhaftes licht über die vor uns ausgebreitete weite hinter uns flammten die beiden feuerzungen empor und am östlichen punkte des gesichtskreises wurde nun auch das scharfe licht der nahenden maschine sichtbar der knoten welcher uns für wenige viertel stunden mit der zivilisation verbannt war nur leicht geschlungen vielleicht löste er sich schon in dem gegenwärtigen augenblicke welcher uns in die ungewisse und gefahrvolle nacht hinaus führte eine reihe von tagen war vergangen unser glücklich zurückgelegter weg hatte uns mitten durch das gebiet feindlicher stämme geführt und jetzt nun wo die uns dabei drohenden gefahren hinter uns lagen konnten wir uns einmal nach herzenslust ausruhen und pflegen unsere büchsen waren in den letzten tagen um durch den knall derselben nicht die rothäute auf uns aufmerksam zu machen stumm geblieben aber trotzdem hatten wir da wir an der station der bahnarbeiter mit hinreichendem proviant und manchem andern reichlich versehen worden waren nicht mangel gelitten und auch jetzt eben ließ old fire hand den letzten inhalt einer mitgenommenen rumpflasche in das heiße wasser laufen und kostete mit sichtbarem wohlbehagen den in diesen breiten so seltenen trank winnetou hatte die wache und trat von einem seiner rundgänge zurückgekehrt zum feuer old fire hand bot ihm den dampfenden becher will mein freund sich nicht ans feuer setzen der pfad des rabau führt nicht an diese stelle das auge des apachen steht immer offen er traut nicht der nacht nachdem er einen langen behaglich schlurfenen schluck getan hatte schritt er wieder in das dunkel zurück er hasst die frauen warf ich hin um den anfang zu geben zu einer jener traulichen unterhaltungen welche geführt unter ruhig flimmernden sternen für lange jahre in der erinnerung bleiben oldfire entöffnete das an seinem hals hängende futural und entnahm demselben die sorgfältig darin verwahrte kurze pfeife welche er gemächlich stopfte und dann in brand steckte meint meint ihr vielleicht doch nicht seine worte schienen es zu sagen schienen nickte der alte jäger aber es ist nicht so es gab einmal eine und deren besitz er mit mensch und teufel gekämpft hätte und seit jener zeit ist ihm das wort squaw entfallen warum führte er sie nicht in seine Hütte sie liebte einen anderen danach pflegt ein indianer nicht zu fragen aber dieser andere war sein freund und der name dieses freundes ist jetzt old fire hand ich blickte überrascht empor hier stand ich vor einer jener katastrophen an denen der westen so reich ist und welche seinen gestalten und ereignissen jenen energischen charakter geben durch welchen sie sich kräftig auszeichnen natürlich hatte ich weiter zu fragen aber das verlangen nach weiterem musste ich deutlich in meinen minen aussprechen denn er fuhr nach einer pause fort wäre 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 in jener nacht verloren gewesen ich hatte in der hitze in welchem ich der anblick timfinities brachte eure spur welcher welcher ich nicht schnell genug folgen konnte weil mir vor kurzem ein pfeil durchs beid gedrungen war aus dem auge gelassen und geriet nur mit dem messer bewaffnet zwischen eine truppe der herumschleichenden oglalas der sich dann noch diejenigen zugesellten welchen ihr mit den pferden davongegangen ward ich hatte einen teufelsmäßig harten stand und blutete wie ein viel angeschossener büffel als ihr endlich kamt das muss gesagt sein sir eine andere mutter sohn wäre in eurer lage der mut in die beine gefahren und an der ehre lebendig davon zu kommen hätte er vollkommen genug gehabt es hat noch nie eine rothaut sagen können dass old fire in dir den rücken gekehrt habe es war nur ärgerlich dass ich meine Rechnung mit dem finiti nicht auf der stelle diese meine hand darum wenn es mir vergönnt gewesen wäre dem halunken mein eigenes eisen zu schmecken zu geben bei diesen worten zuckte eine ingrimmige erbitterung über das sonst so ruhige und offene gesicht der sprechenden und wie er mit wutblitzenden augen und fest geballten fäusten mir so gegenüber lag konnte ich nicht anders denken als dass die erwähnte Rechnung mit diesem Parano oder finiti eine ordentliche gewesen sein müsse ich gestehe gern dass meine wissbegierde immer größer wurde und bei jedem anderen an meiner Stelle wäre es ebenso gewesen aber ich musste mich gedulden was mir auch gar nicht schwer fiel da ich von der Zukunft ganz sichere Aufklärung erwarten konnte als ich ihn in der Nacht des Überfalles mit Winnetou aufsuchte fanden wir ihn im Kampf mit einer überlegenen Anzahl Inzmen Mangel an Pflege in der Prärie in kurzer Zeit sein Tod herbeigeführt glücklicherweise aber bot sich uns in dem anwesenden Bahnzug ein willkommenes Rettungsmittel und mit Freude folgten wir der vom Ingenieur ausgesprochenen Einladung bis an den nächsten und zugleich auch am weitesten vorgeschobenen Verwaltungspunkt der damals noch im Bau begriffenen Bahn mitzufahren und dort die Genesung des Verwundeten abzuwarten Diese Genesung war schneller vorgeschritten als wir erwartet hatten und so brachen wir nach verhältnismäßig kurzer Zeit auf um unsere unterbrochene Wanderung fortzusetzen und zunächst durch das Land der Rapaus und Pornis bis an den Mankizilla vorzudringen an dessen Ufer Old Firehand seine Festung hatte wie er sich ausdrückte die wir vielleicht in kurzer Zeit erreichen konnten da wir schon vorgestern den Keupan überschritten hatten Dort wollten wir einige Tage Rast machen und dann über Dakota und die Hunde Prairie die Seen zu gewinnen suchen Während dieses Aufenthalts bot sich hoffentlich Gelegenheit ein Einblick in die Vergangenheit Old Firehands zu tun und so verharrte ich jetzt schweigend in meiner Stellung die ich nur zuweilen veränderte um das Feuer zu schüren und ihm neue Nahrung zu geben Bei einer dieser Bewegungen funkelte der an meinem Finger steckende Ring im Strahle der Flamme Old Firehands scharfes Auge hatte trotz der Schnelligkeit dieses Leuchtens den kleinen goldenen Gegenstand genau erfasst und er fuhr mit betretener Miene aus seiner bequemen Lage empor Was ist das für ein Ring den ihr da tragt Sir Es ist das Andenken an eine der schrecklichsten Stunden meines Lebens Wollt ihr ihn mir einmal zur Betrachtung geben Ich erfüllte seinen Wunsch mit sichtbarer Hass griff er zu und kaum hatte er einen näheren Blick auf den Ring geworfen so erklang die Frage Von wem habt ihr ihn Es war eine unbeschreibliche Aufregung die sich seiner bemächtigt hatte und auf meine Antwort Ich erhielt ihn von einer jungen Dame in Juvenango stieß er hervor Habt ihr Ellen gesehen Ihr sprach von einer schrecklichen Stunde von einem Unglück Ein Abenteuer bei welchem ich mit meinem braven Swallow in Gefahr kam bei lebendigem Leibe gebraten zu werden erwiderte ich die Hand nach dem Ringe ausstrengend Lass das wehrte er ab Ich muss wissen wie dieser Reife in euren Besitz gekommen ist Ich habe ein heiliges Anrecht auf ihn heiliger und größer als irgendein anderes Menschenkind Lasst euch ruhig nieder Sir Verweigerte mir ein anderer die Zurückgabe so würde ich ihn dazu zwingen aber euch will ich das nähere berichten und ihr werdet dann mir wohl auch euer Anrecht beweisen können Sprecht aber wisst auch ihr dass dieser Ring in der Hand eines Mannes dem ich weniger vertraute als euch sehr leicht sein Todesurteil werden könnte als erzählt erzählt erkannte Ellen erkannte auch Forster und die Erregung in welcher er sich befand zeugte von dem großen Interesse welches er an dieser Person nahm ich hatte hundert Fragen auf der Zunge aber ich drängte sie zurück und begann meinen Bericht von der Begegnung mit dem wunderbaren und rätselhaften Mädchen dessen Bild sich meiner Erinnerung so fest eingedrückt hatte dass ich den Gedanken an sie nur auf kurze Unterbrechung von mir zu weisen vermochte Auf den einen Ellbogen gestützt lag ihr das Feuer zwischen uns mir gegenüber und in jedem einzelnen seiner Züge sprach sich die Spannung aus mit welcher er dem Laufe meiner Erzählung folgte von Wort zu Wort wog seine Aufmerksamkeit und als ich zu dem Augenblicke kam an welchem ich sie vor mir auf das Pferd gerissen hatte sprang er auf und rief Mann das war das Einzige sie zu retten ich zittre für ihr Leben rasch sprecht weiter auch ich hatte mich in dem wieder fühlen jener furchtbaren Aufregung erhoben und fuhr in meiner Schilderung fort er trat mir näher und immer näher seine Lippen öffneten sich als wolle jedes einzelne meiner Worte trinken sein Auge hing weit aufgerissen in meinem Munde und sein Körper bog sich in eine Stellung als säße er selbst auf dem dahin brausenden Svello stürzte sich selbst mit in die hoch aufschäumenden Fluten des Flusses und strebe selbst in fürchterlicher Angst um das holde Wesen die steile zackige Felswand empor längst schon hat er meinen Arm erfasst den er unbewusst drückte dass ich hätte die Zähne zusammen pressen mögen und laut und ächzend drängte sich der Atem aus seiner von fürchterlicher Besorgnis zusammengepressten Brust heavens rief er mit einem tiefen tiefen Atemzuge als er hörte dass ich glücklich mit ihr über den Rand der Schlucht gekommen sei und sie also in Sicherheit gebracht habe das war entsetzlich fürchterlich ich habe eine Angst ausgestanden als ob mein eigener Körper in den Flammen stecke und doch wusste ich vorher dass euch die Rettung gelungen sei denn sonst hätte sie euch ja den Ring nicht geben können sie hat es auch nicht getan ich streifte ihn wider willen von ihrem Finger und sie hat den Verlust gar nicht bemerkt so musstet ihr das fremde Eigentum der Besitzerin unbedingt zurückstellen ich wollte es doch sie floh mich zwar folgte ich ihr doch sah ich sie erst am anderen Morgen in Gesellschaft einer Familie wieder welche dem Tode entgangen war weil ihre Wohnung im obersten Winkel des Tales lag und der Brand seine Richtung abwärts genommen hatte Und da sprach ihr von dem Ringe Nein sie ließ mich gar nicht vor und ich bin dann natürlich meines Weges fortgeritten So ist sie sie hasst nichts mehr als Feigheit und hat euch für mutlos gehalten Was ist das Forster geworden Ich habe gehört dass nur allein jene Familie davon gekommen sei Das Glutmeer von welchem der Talkessel erfüllt war hat alles verschlungen was in seinen Bereich gekommen ist Es ist schrecklich und eine zu furchtbare Strafe für das allerdings unnütze und lächerliche Vorhaben das Öl fortlaufen zu lassen um den Preis desselben in die Höhe zu bringen Auch ihr habt ihn gekannt Sir fragte ich jetzt Ich war einige Male bei ihm in New Venango Er war ein stolzer geldprotziger Mann der wohl Ursache gehabt hätte wenigstens mit mir etwas manierlicher umzuspringen Und Alan habt ihr bei ihm gesehen Alan sagt er mit einem eigentümlichen Lächeln in seinem jetzt wieder ruhigen Angesicht Ja bei ihm und in Umaha wo sie einen Bruder hat vielleicht auch noch sonst irgendwo nur Absteige Quartier genommen So so das tut sie alle Jahre Also ihr behauptet dass sie der Gefahr dort wirklich und ganz bestimmt entgangen sei Ganz sicher Und schießen habt ihr sie auch sehen Wie ich euch sagte und zwar ganz vorzüglich Sie muss eine sehr ungewöhnliche Erziehung genossen haben Das ist so Ihr Vater ist ein Alters Gelber der keine einzige Kugel gießt die nicht ihren Weg zwischen die bewussten zwei Indianer Rippen fände Von ihm hat sie das Zielen gelernt und wenn ihr etwa glaubt dass sie es nicht zur rechten Zeit und am richtigen Ort anzuwenden verstehe so irrt ihr euch ganz gewaltig Wo ist dieser Vater Er ist bald da sagen dass wir einander so ziemlich kennengelernt haben Es ist möglich dass ich euch helfe ihn einmal zu sehen Wenn ihr das könnt Sir rief ich aufspringend Werden ja sehen Mann habt es an der Tochter verdient dass euch der Vater Dank sagt Oh das ist nicht was ich meine Versteht sich versteht sich kenne euch gut genug aber hier habt ihr euren Ring werdet später erst sehen was es heißt dass ich ihn euch wieder zustelle für jetzt aber will ich euch den Apachen schicken seine Wache ist um legt euch aufs Ohr damit ihr früh am Tag munter seid wir werden morgen einmal unsere Gäule dran nehmen und zwei Tage reisen erzwingen müssen Zwei wollten wir morgen Der Tag war kühl wir Wir waren gut beritten und da wir unsere Tiere während der letzten Tour geschont und immer gut gepflegt hatten so legten wir nach und nach ein tüchtiges Stück grünes Land hinter uns eigentümlich war die Veränderung welche ich heute in dem Verhalten meiner Gefährten zu mir bemerkte bisher hatten sich beide zu mir gestellt wie alte erfahrene Gönner zu einem wenn auch Gelehrigen aber doch auch noch unkundigen Schützlinge jetzt aber lag eine deutlich erkennbare Rücksicht ich möchte sagen Achtung in ihrem ganzen Benehmen und es war mir ganz so als ob in dem Blicke den der eine oder andere zuweilen über mich gleiten ließ etwas einer zurückhaltenden Zärtlichkeit ähnliches liege Es war überhaupt augenfällig welch beinahe liebevolle Aufmerksamkeit und Ergebenheit die zwei Leute gegeneinander zeigten Zwei Brüder die sich durch die Bande des Blutes mit jeder Faser des Innern aneinander gefesselt fühlen hätten nicht besorgter füreinander sein können und es lüngte mir als begegne sich diese beiderseitige Fürsorge jetzt in meiner Person Als wir um die Mittagszeit Halt machten und Old Fire Hand sich entfernte um die Umgebung des Lagerplatzes zu rekognoszieren streckte sich während ich den Proviant hervorholte Winnetou an meiner Seite nieder und meinte Mein Bruder ist kühn wie die große Katze des Waldes und stumm wie der Mund des Felsens Ich schwieg zu dieser sonderbaren Einleitung Er hat die Blume der Savanne aus dem Feuer gerissen und nicht davon gesprochen zu Winnetou seinem Freunde Die Zunge des Mannes antwortete ich ist wie das Messer in der Scheide es ist scharf und spitz und taugt nicht zum Spiele Mein Bruder ist weise und hat recht aber Winnetou ist betrübt wenn das Herz seines jungen Freundes sich ihm verschließt wie der Stein in dessen Schoße die Körner des Goldes verborgen liegen Ist das Herz Winnetous geöffnet gewesen dem Ohr seines Freundes Hat er ihm nicht gesagt alle Geheimnisse der Prärie hat er ihm nicht gezeigt und gelehrt die Spur zu sehen den Lassot zu werfen den Skalb zu lösen und alles zu tun was ein großer Krieger können muss Winnetou hat es getan aber hat er auch gesprochen von Old Firehand der seine Seele besitzt und von dem Weibe dessen Andenken nicht gestorben ist in seinem Herzen Winnetou hat sie geliebt und die Liebe wohnt nicht in seinem Munde Nun weiß wohl auch der Apache warum sein Bruder nicht gesprochen hat von der Jungfrau welche er genannt hat die Blume der Savanne Hat er ihr geschenkt seine Liebe Winnetou sagt es Sie sind würdig miteinander zu wohnen im Wigwam und der Apache wird ihnen geben eine große Medizin welche glücklich macht und ein Schutz ist gegen jede Gefahr und die Angriffe des bösen Geistes Hat mein Bruder die Blume gesehen Er hat sie getragen auf seinen Armen er hat ihr gezeigt die Blumen des Feldes die Bäume des Waldes die Fische des Wassers und die Sterne des Himmels er hat sie gelehrt den Pfeil vom Bogen schießen und das wilde Rost zu besteigen er hat ihr geschenkt die Sprachen der roten Männer und ihr zuletzt gegeben das Feuer Gewehr dessen die Tochter der Ersene Boynes Erstaunt blickte ich ihn an Ist der Matta eine Ahnung in mir auf der ich kaum Worte zu geben wagte und doch hätte ich es vielleicht getan wenn ich gerade jetzt und Feier hin zurückgekehrt wäre und unsere Aufmerksamkeit auf das Mahl gerichtet hätte Aber während desselben musste ich immerfort an die Worte Winnetos denken aus denen in Verbindung mit dem was Ellen mir gesagt hat fast hervor ging dass Old Fire Hand ihr Vater sei Das Benehmen desselben bei meiner Erzählung am gestrigen Abend stimmte allerdings mit dieser Vermutung überein aber er hatte von diesem Vater als von einem dritten gesprochen und nichts gesagt was meine Vermutung zu einer festen Überzeugung machen konnte Nach einigen Stunden der Ruhe brachten wir wieder auf als ob unsere Tiere wüssten dass ein Ort mehrtägiger Erholung vor ihnen liege trabten sie munter dahin und wir hatten eine ziemliche Strecke zurückgelegt als mit der hereinbrechenden Dämmerung der Höhenzug hinter welchem das Tal des Monkey Dealer liegt und so nahe getreten war dass das Terrain sich zu erheben begann und wir uns durch eine Schlucht bewegten welche wie es schien uns senkrecht auf den Lauf des Flusses führen musste halt tönte es da plötzlich aus den zur Seite stehenden Cartoon Sträuchern hervor und zu gleicher Zeit war zwischen den Zweigen der Lauf einer auf uns gerichteten Büchse sichtbar wie heißt das Wort tapfer und verschwiegen gab Old Feier in die Parole in dem er mit scharfem Blick das Gesträuch zu durchdringen suchte Bei dem letzten Worte teilte sich dasselbe und ließ einen Mann hindurch bei dessen Anblick ich mich eines leisen Lächelns nicht erwehren konnte Unter der wehmütig herabhängenden Krempe eines Filzhutes dessen alter Farbe und Gestalt selbst dem schärfsten Denker einiges Kopfzerbrechend verursacht haben würde blickte zwischen einem Walde von verworrenen schwarz-grauen Barthaaren eine Nase hervor welche fast von erschreckenden Dimensionen war und jeder beliebigen Sonnenuhr als Schattenwerfer hätte dienen können In Folge des gewaltigen Bartwuchses waren außer diesem so verschwenderisch ausgestatteten Riechorgane von den übrigen Gesichtsteilen nur die zwei kleinen klugen Augen zu bemerken welche mit einer außerordentlichen Beweglichkeit begabt zu sein schienen und mit einem Ausdruck von schallkrafter List von einem zum anderen von uns dreien sprangen Diese Oberpartie ruhte auf einem Körper welcher uns bis auf das Knie herab vollständig unsichtbar blieb und der in einem alten Bock ledernen Jagdrocke stag welcher augenscheinlich für eine bedeutend stärkere Person angefertigt worden war und dem kleinen Mann vor uns das Aussehen eines Kindes gab welches sich zum Vergnügen einmal in den Schlafrock des Großvaters gesteckt hatte Aus dieser mehr als zu länglichen Umhüllung guckten zwei dürre sichelkrumme Beine hervor welche in ausgefransten Leggings starken die so hoch betagt waren dass sie das Männchen schon vor einem Jahrzehnt ausgewachsen haben musste und dabei einen umfassenden Blick auf ein paar Indianerstiefel gestatteten in welche zur Not der Besitzer in voller Person hätte Platz finden können In der Hand trug der Mann eine alte Riffle die ich nur mit der äußersten Vorsicht angefasst hätte und als er sich so mit einer gewissen Würde auf uns zubewegte konnte ich mir keine größere Karikatur eines Präriejägers denken als ihn Sam Hawkins rief Old Firehand sind deine Äuglein blöde geworden sodass du mir die Parole abverlangst Meine ist nichts Sir halte aber dafür dass ein Mann auf Posten auch zuweilen zeigen muss dass er die Losung nicht vergessen hat Willkommen in Bayou Meshuvus wird Freude geben große Freude Wer von den Männern ist vorhanden fragte unser Anführer indem er ihm vom Pferde herab die Hand schüttelte Alles außer Bill Bolcher Dick Stone und Harris meine ich die fort sind um Fleisch zu machen Die kleine Lady ist auch gekommen und wenn ich recht gesehen habe ein wenig groß geworden Weiß es weiß es dass sie da ist wie ist sonst gegangen gab's rot heute Danke versteckt zu Die kleine Szene hatte mir gezeigt dass wir in der Nähe der Festung angekommen seien denn Tom Hawkins stand jedenfalls als Sicherheitswache in kurzer Entfernung vom Zugange zu derselben und mit Aufmerksamkeit musterte ich die Umgebung um denselben zu entdecken Jetzt öffnete sich links eine enge Kluft welche von so nah an aneinander tretendem und doch oben von Brombeer ranken bildet wurde dass man beide Seitenwände mit den ausgespreizten Händen erreichen konnte Die ganze Breite des Bodens nahm ein Bach ein dessen hartes felsiges Bette nicht die geringste Spur eines Fußes wiedergeben konnte und sein klares durchsichtiges Wasser in das Flüsschen leitete an dessen Rande wir in das Tal emporgeritten waren Old Feierhand bog hier ein und wir folgten langsam gegen den Lauf des Wassers Worte des Postens dass wir wenig Wasser im Tor finden würden kurze Zeit nur hatten wir die Richtung eingeschlagen als die Felsen zusammenrückten und uns in so geschlossener Masse entgegentraten dass der Weg hier zu Ende zu sein schien aber zu meinem Erstaunen ritt Old Feierhand immerzu und ich sah ihn mitten durch die Mauer verschwinden Winnetou folgte und als ich die rätselhafte Stelle erreichte bemerkte von oben herabhängenden wilden Efeuranken nicht eine Bekleidung des Steines sondern ein Vorhang bildeten hinter welchem die Öffnung tunnelartig fortlief und in dichte Finsternis führte lange lange Zeit und in verschiedenen Krümmungen folgte ich den beiden Voranreitenden durch das Dunkel bis endlich wieder ein matter Tagesschein vor mir auftauchte und wir in eine ähnliche Kluft kamen wie die jenige durch welche wir uns vorhin gewunden hatten als dieselbe sich öffnete blieb ich überrascht schalten und auch Winnetou ließ ein erstauntes Uff hören wir befanden uns nämlich am Eingang eines mächtigen und weit ausgedehnten Talkessels welcher rings von ungangbaren Felswänden umschlossen war ein blätterreicher Saum von Büschen umrahmte die mit lockigem Grase bestandene fast kreisrunde Fläche auf welcher mehrere Trupps von Pferden und Maultieren weideten zwischen denen sich zahlreiche Hunde herumtrieben die teils jener wolfsähnlichen Rasse welche den Indianern ihre Wacht und Last Tiere liefern teils teils aber auch den kleinen schnell fett werdenden Bastard Arten angehörten deren Fleisch nächst dem des Panthers als der größte Leckerbissen gilt da habt ihr meine Burg wandte sich Old Firehand an uns in welcher es sich sicherer noch wohnen lässt das selbst in Abrahams Schoß gibt es eine Öffnung dort in den Bergen fragte ich nicht so viel dass ein Skunk hindurch schlüpfen könnte und von außen ist es fast unmöglich die Höhen zu erklimmen es ist wohl schon manche Othort da draußen vorüber geschlichen ohne zu ahnen dass diese schroffen Felsenzacken nicht eine kompakte Masse bilden sondern ein allerliebstes Tal umschließen aber wie habt ihr diesen köstlichen Ort entdeckt ich verfolgte einen Waschbären in die Spalte welche damals noch nicht vom Efei verdeckt wurde und habe natürlich sofort Besitz von dem Platz ergriffen allein erst ja und hundertmal bin ich dem Tod enträunen weil ich vor den Verfolgungen der Rothäutigen Halunken hier ein sicheres und untrügliches Versteck fand später aber habe ich meine Jungens mit hergenommen wo wir nun unsere Häute sammeln und dem Schrecken des Winters trotzen können noch während der letzten Worte tönte ein gellender Pfiff weit über den grünen Plan und kaum war er klungen so öffneten sich an verschiedenen Stellen rings um die Büsche und es kamen eine Anzahl Gestalten zum Vorschein den man das Bürgerrecht des Westens auf mehrere tausend Schritte anzusehen vermochte wir trabten der Mitte des Platzes zu und waren bald von den Leuten umringt welche ihre Freude über die Ankunft und Feierhends in den kernigsten Ausdrücken kundgaben mitten in dem Lärmen der allerdings nur in dieser vollständigen Abgeschlossenheit erlaubt sein konnte sah ich Winnetou beschäftigt sein Pferd von welchem er gestiegen war Als dies geschehen war gab er dem Tier mit einem leichten Schlag die Weisung sich um das Abendbrot zu kümmern nahm Sattel Zaum und Decke auf die Schulter und schritt davon ohne die Umstehenden eines Blickes zu würdigen Ich folgte da unser Anführer zu sehr in Anspruch genommen war um sich jetzt viel mit uns beschäftigen zu können sein Beispiel machte den braven Zwerlow vollständig frei und unternahm die neugierigen Frager kurzabfertigend eine Rekognition des Platzes Wie eine riesenhafte Seifenblase waren die Gesteinsmassen bei der Bildung des Gebirges von den plutonischen Gewalten emporgetrieben worden und hatten bei ihrem zerplatzen eine hohle nach oben offene und von außen unzugängliche Halbkugel gebildet welche dem eingesunkenen Krater eines ungeheuren Vulkans glich Luft und Licht Wind und Wetter waren dann beschäftigt gewesen den harten Boden zu zersetzen und der Vegetation zugänglich zu machen und die angesammelten Wassermengen hatten sich nach und nach durch die eine Seite der Felswand gebohrt und den Bach gebildet welcher heute unser Führer gewesen war Ich wählte zu meinem Gange den äußersten Saum des Tales und Schritt zwischen dem Gebüsch und der meist senkrecht aufsteigenden oft sogar überhängenden Felswand entlang in derselben bemerkte ich zahlreiche mit Lagerräumen führten deren die Jäger Kolonie ja notwendig bedurfte Jedenfalls bestand dieselbe aus mehreren Personen als sich uns bei dem Empfange gezeigt hatten wenigstens konnte ich das aus der Anzahl der Squares schließen welche ich während meines Ganges erblickte aber die meisten waren jedenfalls auf Jagdzügen abwesend und kehrten erst bei Beginn des Winters dessen Nahen allerdings in nicht mehr lange Zeit zu erwarten war zurück Während ich so dahin schlenderte bemerkte ich auf einer der wie es schien unbesteigbaren Klippen eine kleine aus knorrigen Ästen aufgeführte Hütte von ihr aus musste das ganze Tal mit allen seinen Einzelheiten vollständig zu überschauen sein und ich beschloss hinauf zu steigen bald fand ich wenn auch keinen Pfad so noch die Spuren von Fuß abdrücken die sich da hinauf gearbeitet hatten und folgte ihnen empor nur noch eine kurze Strecke hatte ich zurückzulegen da sah ich aus der schmalen und niederen Tür einen Mann schlüpfen welcher wohl kaum durch mein Kommen gestört worden sein konnte denn er bemerkte mich gar nicht und trat den Rücken mir zugewendet an den Rand des Felsens und warf das Auge mit der erhobenen Hand beschattend ein Blick hinunter in die Tiefe Er trug ein buntes stark stoffiges Jagdhemde an der äußeren Naht von der Hüfte bis zum Knöchel mit Fransen verzierte Leggings also Lederbeinkleider und die kleinen Mokassins waren reich mit Glasperlen und Stachelschweinborsten besetzt Um den Kopf war turbanartig ein rotes Tuch geschlungen und eine ebenso gefärbte Scherpe vertrat die Stelle des gewöhnlicheren Gürtels Als ich den Fuß auf die kleine Plattform setzte vernahm er das Geräusch meiner Schritte und wandte sich schnell um War es Wahrheit oder Täuschung Vor mir stand das Bild meiner Träume der stetige Gegenstand meines Sinnens und Denkens das Ziel aller meiner Wünsche und Hoffnungen und in hellem rückhaltlosem Jubel rief ich aus Ellen ist's möglich und trat mit rascher Bewegung auf sie zu aber ernst und kalt blickte ihr Auge stolz und unbeweglich stand ihre der Männerkleidung jedenfalls nicht ungewohnte Gestalt und kein Zug ihres jetzt tief gebräunten Angesichtes verriet auch nur die leiseste freundliche Regung über mein Kommen Wenn es nicht möglich wäre würdet ihr mich nicht hier treffen Sir aber die Berechtigung zur Frage ist wohl mehr an mir als an euch welche Ursache gab euch die Erlaubnis euren Weg in unser Lager zu nehmen »Wie wie ein Strom eiskalten Wassers auf 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 erhitzten Körper« So wirkten diese Worte auf meinen Entzücken das wunderbare Mädchen wieder zu sehen und kälter und gemessener als sie erwiderte ich nur das eine Wort und glitt ihr den Rücken wendend vorsichtigen Fußes wieder hinab Ich hatte in der Überraschung die reinsten und heiligsten Gefühle meines Herzens bloß gegeben und eine Demütigung erlitten die mich tiefer traf als es der Pfeil eines Indianers tun konnte und die Bitterkeit welche ich jetzt empfand war eine ganz andere als die jenige welche ich gefühlt hatte als sie mich an jenem Abend so energisch von sich wies Es war also doch so wie ich vermutet hatte dass sie die Tochter Old Firehands sei und nun war mir auch das andere so ziemlich klar nie hatte ich es für möglich gehalten dass ein Weib ein so zartes und schönes Wesen wie sie die den Genüssen und Ansprüchen des zivilisierten Lebens ganz gewiss nicht fremd geblieben war dieses Leben mit den Gefahren und Entbehrungen der Wildnis vertauschen war musste ganz besondere Gründe haben und es schien mir nicht schwer aus den einzelnen Mitteilungen die mir gemacht worden waren das Ganze zusammen zu setzen schwieriger aber konnte ich die so deutlich gezeigte Abneigung begreifen welche sie mir ganz entgegengesetzt den ersten Augenblicken unserer Bekanntschaft später an den Tag gelegt hatte die Behauptung Old Firehands dass sie mich für feig gehalten habe stimmte allerdings vollständig mit ihrer eigenen damaligen Äußerung überein aber es war mir absolut unmöglich zu sagen worin diese Feigheit denn eigentlich bestanden habe ein besserer Menschenkenner als ich damals war würde die Motive ihres Verhaltens ohne Zweifel an einem ganz anderen Ort gesucht haben doch ich war mit den Unwägbarkeiten eines Frauenherzens zu wenig bekannt als dass ich das Richtige hätte treffen können Es war Abend geworden in der Mitte des weiten Talkessels brannte ein hoch empor züngelndes Feuer um welches sämtliche anwesende Bewohner des Lagers sich versammelt hatten Ellen welche wie ich bald bemerkte den Männern in jeder Beziehung gleichberechtigt war hatte mitten unter den Jägern Platz genommen doch dünkte es mich dass sie von der Erzählung all der Abenteuer welche in rascher Folge vorgetragen wurden wenig berührt werde träumerisch suchten ihre Augen das Weite und wenn sie zurückkehrten so ruhte ihr Blick mit einem eigentümlichen Ausdruck auf meinem Angesicht so dass auch mein Auge immer wieder zu ihr hinüber gezogen wurde auch ich hörte nur mit halben Ohre auf die Worte der Erzählenden ich konnte die Empfindung nicht loswerden als sei ich der Held eines jener fantastischen Märchen welche ihre Gestalten der Einbildungskraft des Dichters entnehmen und gerade desto interessanter sind je unmöglicher die Ereignisse genannt werden müssen welche sie erzählen wie eine der verzauberten Prinzessinnen welche verfolgt von dem Fluche einer bösen Fee herabsteigen mussten von blinkender Höhe um in unscheinbarer Gestalt des Erretters zu erwarten lag sie vor mir und ich fühlte in diesem Augenblick dass ich für sie zu jeder Anstrengung zu allem allem fähig sein was ein Mann nur zu tun vermag für das Weib dem jeder Pulschlag seines Herzens gewidmet ist aber was half mir diese Liebe einem Wesen gegenüber welches eine so in die Augen fallende Abneigung für mich an den Tag legte ich stand auf und schritt in das Dunkel hinaus über welches sich der klare sternenvolle Himmel ausbreitete ein ein leises freudiges blicken eine eine männliche gestalt kam auf uns zugeschritten und ich sah den Zipfel des um den Kopf geschlungenen Tuches sich bewegen es war Allen verzeiht wenn ich störe klang ihre tiefe jetzt etwas unsichere stimme ich dachte an euren Svello welchem ich das Leben zu danken habe und wollte das brave Tier gern begrüßen hier steht es miss ich werde die Herzlichkeit dieser begrüßung nicht durch meine Gegenwart beeinträchtigen good night ich wandte mich zum gehen hatte aber kaum ein dutzend schritte getan als ich ihren halblauten ruf vernahm so ich blieb stehen zögernden Fußes kam sie mir nach und das eigentümliche vibrieren ihrer Stimme verriet die Verlegenheit welche sie nicht so schnell überwinden konnte ich habe euch beleidigt beleidigt erwiderte ich kühl und ruhig ihr irrt miss der Mann kann einer Dame gegenüber wohl Nachsicht nie aber das Gefühl des beleidigt seins empfinden es dauerte eine Minute ehe sie eine Antwort auf diese vielleicht unerwarteten Worte fand dann verzeiht meinen Irrtum gern ich bin an ihn gewöhnt eure Nachsicht werde ich wohl nicht wieder in Anspruch nehmen sie steht euch trotzdem zu jeder Zeit zur Verfügung schon wollte ich mich wieder abwenden als sie mir mit einem schnellen Schritt nahe trat und die Hand auf den Arm legte lassen wir persönlich es jetzt unberührt ihr habt mit der größten Gefahr für euer eigenes Leben mir das jenige meines Vaters an einem Abend zweimal erhalten ich muss euch danken und wenn ihr noch so böse und abstoßende Worte sprecht warm und weich legten sich ihre Finger um meine Hand und der Hauch ihres Atems berührte mein Gesicht ihre großen offenen Augen blickten voll und forschend in die meinigen Je länger dieser magische Blick auf mir ruhte desto näher zog er mich zu ihr und ich musste mich bezwingen um nicht meine Arme um sie zu legen und denselben Fehler zu begehen der sie in Juvenango von mir gescheucht hatte jeder Westmann ist zu dem bereit was ich getan habe und es geschehen noch ganz andere Dinge als das ist was ihr da erwähnt was der eine für den anderen tut ist ihm von noch anderen vielleicht schon zehnfach geschehen und kaum der Rede wert ihr dürft nicht nach dem Maßstabe urteilen welchen eure Kindesliebe euch in die Hand gibt erst war ich es jetzt aber seid ihrs der ungerecht gegen euch selbst ist wollt ihrs auch gegen mich sein nein nur dies eine Wort vermochte ich auszusprechen so voll war mein inneres von der Wirkung dieser Stimme deren Modulation mich mit süßer Wonne durchbebte wie scharf und abweisend hatte sie da droben beim Felsenhäuschen geklungen und mit welchem fesselnden Wohllaute legte sie sich jetzt so lind und beruhigend auf die Bitterkeit welche sie mir vorher im Herzen erweckt hatte dann 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 darf ich wohl eine Bitte wagen sprecht miss zirnt mir sir seid bös auf mich so sehr ihr es nur immer könnt wenn ich nicht recht tue aber sprecht nicht wieder von Nachsicht wollt ihr ich will danke und nun kehrt mit zum Feuer zurück um den anderen gute Nacht zu sagen ich werde euch euren Schlafraum anweisen und wir müssen bald die Ruhe suchen da es morgen einen zeitigen Aufbruch geben wird aus welchem Grunde ich habe am Beef Fork meine Fallen gestellt und ihr sollt mit mir gehen nach dem Fang zu sehen einige Minuten später standen wir vor einer der erwähnten Feldtüren welche sie zurückschlug um mich in einen dunklen Raum zu führen der indes bald durch eine primitive und mit Hilfe des Punks eines Prärie Feuerzeugs entzündete Hirschtal Kerze erleuchtet wurde hier ist euer Bedroom Sir die Company Männer pflegen sich in diese Räume zurückzuziehen wenn sie unter freiem Himmel ein Rheumatismus befürchten und ihr meint dass dieser schlimme Gesell auch mir nicht unbekannt sei will euch das Gegenteil wünschen aber das Tal ist feucht da die rundum liegenden Berge dem Winde den Zutritt verwehren und Vorsicht ist zu allen Dingen Nütze wie man drüben in der Heimat sagt schlaf wohl sie bot mir die Hand und schritt dann mit freundlichem Kopfnicken hinaus als ich allein war blickte ich mich in der kleinen Klause um sie war nicht eine natürliche Höhle sondern durch menschliche Hand in das Gestein gehauen worden den felsigen Fußboden hatte man mit gegerbten Häuten belegt ebenso waren die Wände mit denselben behangen und an der hinteren Wand stand die Lagerstätte bestehend aus einer allerdings nur aus glatten Kirschbaumstämmchen zusammengesetzten Bettstelle über welche sich auf einer dicken Lage weicher Jutta-Felle eine sehr hinreichende Anzahl echter Navajundecken bereitete mehrere mehrere in die Ritzen eingeschlagene Holzpflöcke trugen Gegenstände welche zur weiblichen Toilette gehörten und eine sorgfältigere Umschau brachte mich bald zu der Überzeugung dass Ellen mir ihr eigenes Kabinett abgetreten habe einzig und allein nur dieser Umstand veranlasste mich in dem engen abgeschlossenen Raum zu bleiben denn wer seine Nächte in der Unendlichkeit der freien offenen Prärie zugebracht hat kann sich nur schwer entschließen sich zur Benutzung desjenigen Gefängnisses zu bequemen welches der zivilisierte Mensch eine Wohnung nennt aber nie hatte ich mich mit herzlicherer Befriedigung zur Ruhe gelegt als an diesem Abend ihr streuten gegen meine Nachsicht machte ja alles wieder gut und genau genommen trug nur ich die Schuld an dem was ich zwischen uns gelegt hatte die abgeschlossenheit meines Boudoirs mochte doch wohl schuld sein dass mich der Schlaf etwas fester als gewöhnlich in seine Arme nahm denn noch hatte ich mich nicht erhoben als ich durch eine weckende Stimme wachgerufen wurde ho man ich glaube gar ihr seid noch nicht ganz fertig die Decken zu messen meine ich streckt euch noch ein wenig aber nicht in die Länge sondern in die Höhe das wird gut sein wie mir scheint ich sprang empor und sah mir den Störenfried welcher unter der zurückgeschlagenen Tür stand an es war Sam Hawkins während er gestern nur mit der Riffle versehen gewesen war sah ich ihn jetzt in vollständiger Trappe Ausrüstung meiner Warten ein Beweis dass er uns begleiten werde bin gleich fertig Mann hoffe Sir die kleine Miss steht denke ich schon an der Tür ihr geht mit scheint so wenn ich mich nicht irre die kleine Miss aber gewachsen hat sie doch einen Haufen die kleine Miss also wollte ich sagen soll doch das Gerät nicht etwa tragen und ihr und dabei flimmerten die kleinen Augen höchst ehrenrührig aus dem Bartwalde hervor na ich meine dass ihr auch noch keinen Truthahn Bussard geschluckt haben werdet Sir möglich werde es aber lernen gut hoffe es scheint mir sonst kein so unrechter new man habe schon manchem noch grüneren die riffel halten gelehrt na da seid ihr ja fertig denke ich kommt ich war innerlich belustigt über die Ansicht welche der alte Waschbär über mich hegte allerdings war meine äußere Erscheinung wohl nicht ganz genau diejenige eines echten verwitterten Gebirgsmannes und meine immer sorgfältig blankgehaltenen Waffen mochten wohl für das Auge eines solchen ein etwas spielzeugartiges Aussehen haben aber ich war dieser Ansicht schon so oft begegnet dass ich mich an sie gewöhnt hatte und unmöglich durch sie gekränkt werden konnte vor die Tür treten bemerkte ich Ellen welche am Eingang der Schlucht unserer wartete Sam nahm einige zusammengebundene Fallen auf warf sie über die Achsel und Schritt ohne sich zu überzeugen dass ich ihm auch nachfolge auf die unsere Harrende zu lassen wir die Pferde hier meine nicht dass euer Tier gelernt hat ein regelrechtes Eisen zu legen oder einen Biber vom Grunde des Flusses herauf zu angeln wir müssen die Beine in die Hand nehmen wenn wir zu rechter Zeit fertig sein wollen kommt also muss doch erst nach dem Pferd sehen Alter ist nicht notwendig Sir die kleine Miss hat schon getan wenn ich nicht irre ohne dass er es wusste sagte er mir mit den letzten Worten etwas höchster Freuliches sie hatte sich also schon bei grauendem Tage um Swellung bekümmert ein Zeichen dass sie auch an seinen Herrn gedacht habe jedenfalls hatte ihr Vater von mir gesprochen und den Anstoß zur Änderung dass er der Wachsame noch nicht zu sehen sei als er mit Winnetou und einem der Jäger durch den Bach geschritten kam Good Morning Sir grüßte er mir die Hand bietend habe mich draußen umgesehen und die Wache abgelöst seid ihr schon mal mit auf Biber gewesen Nein So da gibt es also doch noch was Neues für euch werdet aber nicht ohne Lehrmeister sein das Es war das erste Mal dass er ein deutsches Wort zu mir sprach Ellen hat ihn also auf meine Nationalität aufmerksam gemacht Auch Winnetou begrüßte mich mit einem in seiner Art freundlichen Ho und machte dann Ellen sein indianisches Kompliment Die Tochter Ribanas ist schön wie das errötende Gebirge und stark wie die Krieger vom Ufer des Dschila Ihr Auge wird viele Biber sehen und ihre Hand Zahl der Fälle Und den Blick bemerkend welchen ich nach Svello suchend über das Tal warf meinte er beruhigend Mein guter Bruder kann gehen sein Freund wird sorgen für das Ross welches auch besitzt die Liebe des Apachen Nachdem wir durch die Kluft gegangen waren wandten wir uns der Richtung aus welcher wir gestern kamen entgegengesetzt nach links und schritten den Lauf des Dichtes fast undurchdringliches Gestrüpp bestand die Ufer des Flusses und die Ranken des wilden Weines kletterten an den engstehenden Stämmen empor liefen von Zweig zu Zweig ließen sich fest ineinander geschlungen von oben her nieder stiegen am nächsten Baum wieder in die Höhe und bildeten so ein Wirrwarr in welches man sich nur mit Hilfe des Messers Eingang zu verschaffen vermochte Sam der Kleine war immer vor uns hergegangen und seine voll bepackte Gestalt erinnerte mich lebhaft an die slowakischen Mausefallen Händler welche sich drüben in meinem freundlichen Heimatstädtchen von Zeit zu Zeit sehen ließen Obwohl in der Nähe kein feindliches Wesen zu vermuten war vermied sein groß beschwuter Fuß mit bewundernswerter Behändigkeit jeden Punkt welcher eine Spur seines leisen Trittes zurückbehalten konnte und die kleinen Äuglein streiften mit ununterbrochener Beweglichkeit bald rechts bald links über die reiche Vegetation welche trotz der späten Jahreszeit mit der Üppigkeit zu wetteifern vermochte welche die jungfräulichen Bottoms des Mississippi Thales hervorbringen jetzt hob er einige Ranken in die Höhe und kroch sich bückend unter ihnen hindurch kommt Sir forderte Ellen ihm folgend mich auf hier zweigt unser Biberpfad ab wirklich zog sich hinter dem grünen Vorhange eine schmale offene Linie durch das Dickicht und wir schlüpften immer parallel mit dem Flusse eine ansehnliche Weile zwischen dem Baum und Strauch gewirr hindurch bis Sam bei einem halb knurrenden halb pfeifenden Laute welcher vom Wasser her vernehmlich wurde innehielt und sich zu uns wendend die Hand an den Mund legte wir sind da flüsterte Ellen und die Wache hat Verdacht geschöpft Nach einer Weile während welcher die tiefste Stille in der Umgebung herrschte schlichen wir wieder vorwärts und gelangten an eine Biegung des Flusses welcher uns Gelegenheit bot eine ansehnliche Biber Kolonie zu beobachten Ein breiter für einen vorsichtigen menschlichen Fuß gangbarer Damm war weit in das Wasser hineingebaut und die vierfüßigen Bewohner desselben waren eifrig beschäftigt ihn zu befestigen und zu vergrößern drüben am anderen Ufer sah ich eine Anzahl der fleißigen Tiere bemüht vermittelt sie scharfen Zähne schlanke Stämmchen so zu durchnagen dass sie in das Wasser fallen mussten andere waren mit dem Transport dieser Bäume beschäftigt die sie schwimmend vor sich her schoben und noch andere beklebten den Baum mit fettem Erdreich welches sie vom Ufer herbeibrachten und vermittels der Füße und des breiten als kelle gebrauchten Schwanzes an das Holz und Strauchwerk befestigten mit regem Interesse betrachtete ich das Treiben des regsamen Völkchens und hatte ganz besonders meine Aufmerksamkeit auf ein ungewöhnlich großes Exemplar gerichtet welches in wachsamer Haltung auf dem Damme saß und allem Anschein nach als Sicherheitsposten fungierte da plötzlich spitzte der dicke Kerl die kurzen Ohren machte eine halbe Drehung um seine eigene Achse stieß den schon erwähnten Warnungsruf aus und war im nächsten Augenblick unter dem Wasser verschwunden im Nu folgten die anderen nach und es war höchst possierlich zu sehen wie sie beim Untertauchen den Hinterkörper in die Höhe warfen und der Wasserfläche mit dem Platten Schwanze einen Schlag versetzten dass es weithin schallte und das Wasser hoch in die Höhe spritzte freilich war es nicht Zeit sich humoristischen Betrachtungen hinzugeben denn diese unerwartete Störung könnte bloß durch das Nahen eines feindlichen Wesens hervorgerufen worden sein und der größte Feind dieser friedlichen und so sehr gesuchten Tiere ist der Mensch Noch war deshalb der letzte Biber nicht unter der Wasserfläche verschwunden so lagen wir schon die Waffen in der Hand unter den tief herabhängenden Zweigen einiger Pinien und erwarteten mit Spannung das Erscheinen des unwillkommenen Gastes Nicht lange dauerte es so bewegten sich eine Strecke aufwärts von uns die Spitzen des Rührichs und nur wenige Augenblicke später sahen wir zwei Indianer schleichenden Schrittes am Ufer herabkommen der eine hatte mehrere Fallen über der Schulter hängen der andere trug eine Anzahl Fälle beide aber waren vollständig bewaffnet und beobachteten eine Haltung wie welcher man es anmerkte dass sie sich in Feindes Nähe wussten Sounds zischte Sam durch die Zähne sind die Schurken über unsere Fallen geraten und haben geerntet wo sie nicht gesät haben wenn ich nicht irre war die Halunken meine Liddy hier mag euch sagen wem die Eisen gehören und die Pelze er nahm die Büchse langsam auf und machte sich schussfertig ich traute wirklich dem alten Kanonenrohre keinen nur einigermaßen leidlichen Schuss zu und war auch von der Notwendigkeit die beiden Rothäute ohne Lärme niederzustoßen so sehr überzeugt dass ich den alten Trapper am Arme fasste Auf den ersten Blick hatte ich bemerkt dass es Oglalas seien und die schwarze Tätowierung ihres Gesichtes gab mir die Gewissheit dass sie sich nicht auf einem Jagdzuge sondern auf dem Kriegspfeil befanden sie waren also nicht allein in der Nähe und jeder Schuss konnte ihnen Helfer oder doch wenigstens Rächer herbeirufen nicht schießen alter nehmt das Messer sie haben den Kriegspfeil ausgegraben und sind also wohl nicht nur zu zweien der kleine schießlustige Mann sah mich mit einer eigentümlich zweifelhaften Miene an und entgegnete das sehe ich natürlich auch sollte ich meinen und freilich ist es sie im Stillen auszulöschen aber ein altes Messer ist zu sehr abgeschliffen als dass es sich durch zwei solche Männer hindurch beißen könnte ihr nehmt den einen und ich den anderen kommen vier von unseren besten fallen kostet jede dreieinhalb dollars würde mich freuen wenn sie zu den gestohlenen heute noch ihre beiden eigenen Fälle hergeben müssten meine ich aber wenn euch eins von ihren Messern in die Seele fährt dann habt ihr eure letzten Boudins gegessen wenn ich mich nicht irre vorwärts man ehe es zu spät ist die die beiden Worte nicht nicht mehr denn schon hatte ich den Rand des Gebüsches erreicht sprang empor hatte im nächsten augenblick den mir am nächsten stehenden der indianer mit der linken beim nacken rasch besonders im Sommer kann sie abnehmen wenn mich schwitzt aber trotzdem hat manche rothaut dafür untergehen müssen und ein skalb macht mir mehr vergnügen als der feinste dick schwanz während dieser Worte hatte er sich Hut und Perücke wieder aufgestülpt und dem zweiten Indianer die Kopfhaut genommen der alte Mann war von mir unterschätzt worden er war trotz seiner unansehnlichen Gestalt eine jeder eisernen im Kampfe mit den Elementen und den tausenderlei Gefahren gestellten Naturen wie sie der Westen so zahlreich bietet und als er unter derb scherzenden Worten aber mit von Hass und Grimm Zügen und Wut blitzenden Augen sich über die Leiche beugte und rasch zuckenden Schnittes mit dem Messer um Stirn und Schläfe derselben fuhr machte er auf mich den Eindruck der wildesten Unversöhnlichkeit Ich wandte mich ab von jenem vor mir selbst grauenden und der Reue ähnlichen Gefühle erfüllt welches in den Herzen aller derer wohnen sollte welche die stolzen Nationen der amerikanischen Savannen heimatlos und vogelfrei erklärt mit Gift Feuer und Schwert gelichtet und zwischen die Canyons der Felsengebirge getrieben haben wo ihnen nur die Wahl bleibt ruhm und ehrlos hin zu sterben oder mit kämpfender Hand den Todesstoß zu empfangen vor mir stand Ellen ihr Auge ruhte mit einem Blicke auf den beiden entseelten Körpern der mich durchfröstelte und von ihr abstieß und erst nach und nach als sie es zu mir erhob bekam es einen freundlicheren Ausdruck warum nahmt ihr den Skalp nicht für euch Sir fragte sie hab schon Winnetou eingelassen von einem weiblichen Wesen ausgesprochen war mir diese Frage vollständig unbegreiflich und ich antwortete deshalb auch nur mit einem Blick des Erstaunens auch war hier der Ort gar nicht zu zartsinnigen Bemerkungen denn hinter jedem Baum konnte die Sehne eines Bogens schwirren oder der Hahn einer Büchse knacken und es war von allen Dingen notwendig das Lager zu alarmieren und die Jäger auf die Nähe der Indianer aufmerksam zu machen greift zu Sam wollen die Recht Sir ist notwendig das meine ich aber die kleine Miss mag doch ein wenig hinter die Büsche treten ich wette meinem Mockersins gegen ein paar Ballettschuhe dass es in kurzer Zeit hier rote Männer geben wird sie folgte der Warnung des Alten und ich verbarg mit seiner Hilfe die Leichen welche wir vorsichtiger Weise nicht in das Wasser stoßen durften unter das Uferschilf als wir damit fertig waren meinte Hawkins so das wäre getan und nun geht ihr mit der kleinen Miss nach der Festung warnt unsere Leute während ich diese Spuren zurückgehen werde um etwas mehr zu erfahren als die beiden Braunen uns gesagt haben scheint es mir mögt nicht lieber ihr zum Vater gehen Sam Hawkins fragte Ellen ihr versteht besser mit den Fallen umzugehen und vier Augen sehen mehr als zwei wenn die kleine Miss es nicht anders will so muss ich schon tun meine ich aber wenn der Stock anders schrimmt als sie es jetzt denkt so mag ich nicht die Schuld haben habt sie auch nicht Alter wisst schon dass ich nicht gern etwas anderes tue als was mir beliebt eure zwei Skalps habt ihr muss sehen dass ich mir mein Teil auch hole kommt Sir sie ließ den kleinen Trapper stehen und wandte sich durch das Dickicht weiter vorwärts ich folgte ihr obgleich es die Umstände erforderten dass ich meine volle Aufmerksamkeit auf die Umgebung richtete konnte ich doch nicht umhin an das Verhalten des Mädchens zu denken welches mit der vollständigen Gewandtheit sich geräuschlos durch das Gestrüpp arbeitete und in jeder ihrer Bewegungen ein Bild der angestrengtesten Vorsicht bot es war gar nicht anders möglich sie musste schon von Jugend auf mit dem Leben im Jagdlande vertraut sein musste Eindrücke empfangen haben welche ihre Sinne verschärft ihr Gefühl gehärtet und im Laufe ihres Schicksals eine so ungewöhnliche Richtung gegeben hatten aber trotz alledem wirkte die vorhin gezeigte Nervenstärke fast erkältend auf mich und die Glorie mit welcher meine Erinnerung ihr Bild umgeben hatte ward von der rauen rücksichtslosen Wirklichkeit verdunkelt die Angst welche sie vorhin gezeigte als ich im Begriff stand mich auf den Indianer zu stürzen hätte mich in anderer Lage beseligen können aber die dabei ausgesprochenen Worte ich werde es an eurer Stelle tun mussten mir die Überzeugung geben dass sie mit ruhigem Blut und ohne zaghaftes Bedenken ein Menschenleben zu zerstören vermöge und ich konnte die Ansicht nicht von mir weisen dass Büchse und Messer in den Händen des Mannes Waffen in denen eines Weibes aber Mordinstrumente seien wohl beinahe eine Stunde lang waren wir ununterbrochen vorwärts gedrungen als wir in eine zweite Biber Kolonie kamen deren Bewohner aber nicht außerhalb ihrer Wohnungen zu erblicken waren hier hatten wir die Fallen gestellt welche wir den Rothäuten wieder abgenommen haben Sir und weiter droben teilt sich der Biforg ab wo wir ursprünglich hin wollten doch wird's wohl anders kommen denn sieht die Spuren laufen nach dem Walde aus welchem sie gekommen sind wir müssen sie verfolgen sie stand im Begriff weiter zu gehen als ich sie zurück hielt Miss Ellen sie blieb stehen und sah mich fragend an wollt ihr nicht lieber umkehren und das andere mir allein überlassen wie kommt ihr auf diesen Gedanken kennt ihr die Gefahren welche unserer da vorn vielleicht war warum sollte ich nicht sie können unmöglich größer sein als die jenigen den ich schon getrotzt und die ich überwunden habe ihr müsst euch erhalten das will und das werde ich auch aber glaubt ihr etwa dass mich der Anblick eines bunt bemalten Mannes zu erschrecken vermöge ich wollte es wäre so wirklich sie sprach das wort langsam und gezogen aus und ihr Auge ruhte mit forschendem Blick auf meinem Angesicht aber ich sah ein leises und nach und nach sich immer mehr vertiefendes Rot in ihre Wangen steigen und wusste nun dass sie mich verstanden hatte ihr Auge suchte den Boden und ich bemerkte deutlich dass sie mit ihren Gefühlen kämpfte ist ein weibliches Wesen hassenswert wenn es dasselbe tut was sonst nur dem Manne gestattet ist hassenswert nein antwortete ich die beiden ersten Silben betonend aber der Hass ist nicht das einzige was man gewöhnlich zu vermeiden strebt eine ganze Weile verging im Schweigen ehe sie den Blick wieder erhob und ihn voll und groß auf mich richtete ihr urteilt nach dem Augenblicke und legt den Maßstab der Gewöhnlichkeit an Verhältnisse welche mehr als ungewöhnlich sind ihr sollt erfahren welche Ereignisse es gewesen sind die meinem Leben den Wahlspruch der Rache und des Kampfes gegeben haben jetzt aber kommt wir dürfen nicht unvorsichtig oder nachlässig sein wieder ging es vorwärts wir entfernten uns jetzt vom flusse und schritten leicht zwischen den schlanken und freien Stämmen des Hochwaldes hin welcher ein dichtes grünes Dach über den mit feuchtem Mose überzogenen Boden wölbte infolgedessen weicher Beschaffenheit wir die Fußeindrücke ohne besonderen Scharfsinn erkennen konnten da blieb Ellen welche immer noch voranschritt stehen es waren jetzt die Spuren nicht von zwei sondern von vier Männern zu erkennen welche zusammengegangen waren und sich hier getrennt hatten die beiden von uns unschädlich gemachten hatten die vollständige Kriegsbewaffnung getragen und da ich annahm dass eine größere Anzahl ihrer Stammesgenossen vorhanden sei welche nur durch ein wichtiges Unternehmen veranlasst sein konnte einen so weiten Weg mitten durch das Gebiet feindliche Horten zu machen so kam ich jetzt auf den Gedanken dass dieses Unternehmen vielleicht mit dem gestörten Bahnüberfalle in Verbindung stehe und einer jener Rache Züge sei bei denen die Indianer alles aufbieten um eine elitene Beleidigung oder einen gehabten Verlust quitt zu machen was tun wir fragte Ellen diese Spuren führen in der Richtung nach unserem Lager welches wir der Entdeckung nicht aussetzen dürfen verfolgen wir sie oder teilen wir uns und diese vierfache Spur geht jedenfalls zum Lager der Roth heute welche sich natürlich verborgen haben und die Rückkehr ihrer Kundschafter abwahren vor allen Dingen müssen wir dieses aufsuchen und Gewissheit über ihre Zahl und Zwecke zu bekommen der Eingang zu unserer Ritterburg wird ja von einem Posten bewacht der das seinige schon tun wird unser Geheimnis zu bewahren Ihr habt recht gehen wir vorwärts Der Wald lief von der Höhe zu welcher das Flusstal empor stieg eine ansehnliche Strecke in die Ebene hinein und war von tiefen felsigen Rinnen durchschnitten in welchen farren Kraut und wildes Bergesträuch üppig wucherte eben nahten wir uns leise eine dieser Einsenkungen als ich einen brenzlichen Geruch bemerkte und dadurch aufmerksam gemacht so dass ich mit schärferem Blick die Wallung zu durchdringen suchte eine leichte dünne Rauchsäule wahrnahm welche oft unterbrochen oder auch ganz verschwindend in spielender Bewegung gerade vor uns zu den Baumkronen in die Höhe stieg Dieser Rauch konnte nur von einem Indianer Feuer kommen denn während der Weiße das Holz gleich in seiner ganzen Länge in die Glut wirft und dadurch eine breite und hoch bleckende Flamme hervorbringt welcher stets eine ansehnliche und oft verräterische Menge Rauches erzeugt schiebt der Wilde die Scheite nur mit den Spitzen in das Feuer wodurch nur eine kleine Flamme mit kaum wahrnehmbarem Rauch entsteht Winnetou hatte mich auf das Vorteilhafte der letzteren Weise aufmerksam gemacht und wiederholt gesagt mein Bruder macht mit seinem Feuer so viel Hitze dass er sich nicht daran setzen kann um sich zu wärmen Ich hielt Ellen zurück und machte sie auf meine Bemerkung aufmerksam Steckt euch hinter jenes Gestrüpp Mist ich werde mir die Leute ansehen Warum nicht auch ich Einer genügt Bei zweien ist die Gefahr des Entdeckens eine doppelt große Sie nickte zustimmend und schritt behutsam jede Spur verwischend seitwärts während ich von Stamm zu Stamm Deckung suchend gegen die Rinne schlich Auf dem Grunde derselben saßen und lagen eng aneinander gedrängt eine solche Menge der Rothäute dass sie die Vertiefung kaum zu fassen vermochte unten am Ausgang in derselben stand bewegungslos wie eine ehrende Statue ein junger langhaariger bursche bursche und auch hüben und drüben am rande bemerkte ich wachen denen mein nahen glücklicherweise vollständig entgangen war ich versuchte die lagernden zu zählen und nahm deshalb jeden einzelnen ins Auge hielt aber bald in größter überraschung inne als der nächste am feuer saß war es denn nur auch möglich der weiße häuptling parano oder tim fanity wie er von old fire hand genannt worden war ich hatte in jener nacht sein gesicht beim scheine des mondes und dann beim niederstoßen seiner person zu deutlich gesehen um mich jetzt täuschen zu können und doch wurde ich irre an mir selbst denn von seinem kopfe hing die prächtigste skalblocke herab während winnetou sie ihm doch genommen und nicht eine minute lang aus seinem gürtel gebracht hatte da machte der wachtposten welcher diesseits der schlucht stand eine bewegung nach dem auto zu an welchem ich von einem feldstück verborgen lag und ich musste mich deshalb schleunigst zurückziehen glücklich bei ellen angelangt winkte ich ihr mir zu folgen wieder bis zu der stelle zurück an welcher sich die spuren teilten von hier aus verfolgten wir die neue fährte welche durch das dichteste pflanzen gewirr immer grad auf das tal zulief durch welches wir gestern gekommen und von dem posten angerufen worden waren es war mir jetzt klar dass uns die oglalas schritt um schritt gefolgt waren um sich an uns zu rächen unser aufenthalt bei den bannarbeitern während der krankheit old firehands hatte ihnen zeit gegeben alle verfügbaren kräfte zusammenzuziehen aber warum sich wegen uns dreien eine so große zahl streitbarer krieger versammelt hatte warum sie nicht schon längst über uns hergefallen waren und stattdessen uns ruhig hatten ziehen lassen das konnte ich nicht begreifen wenn ich nicht annehmen wollte dass Perrano von der Jäger Niederlassung wisse und seine Pläne auf sämtliche Angehörigen derselben erstreckte die beiden vorangeschlichenen hatten uns gut bahngebrochen sodass wir verhältnismäßig schnell vorwärts kamen und uns gar nicht mehr weit von dem senkrecht unserer Richtung durch schneidenden tale befinden konnten als ich ein leises klirren vernahm welches hinter einem dichten gebüsch wilder kirchen stämmchen hervorklang ellen mit einer handbewegung bedeutend sich zu verstecken legte ich mich sogleich auf den Boden nieder zog das Messer und kroch auf einem Umwege der erwähnten Richtung zu das nächste nicht an diesen Ort gehörige was ich erblickte war ein Haufen eiserner Biberfallen neben welchem ein paar krumme Beinchen sichtbar wurden welche in riesigen Mockersins staken weiter heranschleichend bemerkte ich auch ein langes weites Sackhemde auf dessen oberen Teile die breite runzlige Krempe eines uralten Filzhutes lag und etwas abwärts von dieser Krempe sah ich die gerad und dornig abstehenden Spitzen eines verworrenen Bartes aus welchem zwei kleine Äuglein munter und aufmerksam durch das Blätterwerk lugten es war Sam der kleine aber wie war er nur hierher gekommen da ich ihn doch längst in der Burg vermutete das war jedenfalls leicht und sofort zu erfahren ich durfte ihn ja nur fragen und als ich deshalb so geräuschlos wie möglich an ihn herankroch machte mir der Schreck welchen er über den unvermuteten Überfall haben musste schon im Voraus vergnügen leise leise ganz leise griff ich nach der Riffle welche an seiner Seite lag zog die alte vorsinnflutliche Liddy an mich heran und öffnete den rostbedeckten Hahn derselben bei dem dadurch verursachten Knacken fuhr er so schnell herum dass ihm das überhängende Zweigwerk Hut und Perücke abstreifte und als er seine eigene Büchse auf sich gerichtet sah wurde unmittelbar unter der in allen Regenbogen Farben spielenden Papageienase ein mächtig großes Loch sichtbar welches vom Erstaunen immer weiter aufgerissen wurde Sam Hawkins flüsterte ich wenn ihr euren Mund nicht bald zumacht werde ich euch das ganze Dutzend Fallen hineinschieben welches hier liegt gut luck habt ihr mich erschreckt man wenn ich mich nicht irre antwortete der trapper welcher trotz seiner Stürzung keinen einzigen unvorsichtigen laut von sich gegeben hatte und schleunigst Hut und Perücke ihren verlorenen Herrschersitz wieder anwies glaubt ihr nun noch immer dass ich ein human sei dem ihr lehren müsst die Büchse zu halten hol euch der Teufel Sir mir ist sind alle Glieder gefahren meine ich denn wenn ihr eine Roth gewesen wärt so hättet ihr eure letzten Buddha aus gegessen gehabt wie ihr vorhin sagtet ihr habt euer Schießgewehr hier und nun sagt wie ihr dazu kommt euch hier schlafen zu legen schlafen da hört mal Sir von schlafen war wohl gar keine Rede wenn ihr mir auch auf den Leib gerückt seid ohne dass ich es gemerkt habe hatte meine drei Gedanken eben nur bei den zwei Ratten fällen welche ich mir noch holen wollte und ihr braucht da drin bei den anderen bei Leibe nicht zu erzählen dass der alte Sam über über überrumpelt worden ist werdet still sein wo habt ihr die miss steht dahin wir hörten eure fallen klirren und ich musste natürlich wissen was das für glocken wären glocken ist so laut gewesen Sam Hockens was bist du für ein altes dummes Kuhn liegt das alte Maultier da um Skalpe zu fangen und macht dabei einen Lärm der droben in Kanada zu hören ist wie mir scheint aber wie seid ihr denn in die Richtung geraten seid wohl auch hinter den beiden Rothäuten her ich bejahte diese Frage und erzählte ihm was ich gesehen hatte Pulverkosten viel Pulver Sir kam damit meinen Fallen das Wasser herauf und sah plötzlich zwei braune wenn ich mich nicht irre die spionierend dort am Rande des Gebüsches kaum acht Schritte von uns entfernt standen natürlich duckte ich mich ins Gestreuch und gewahrte nun dass der eine abwärts der andere aber aufwärts ging um das Tal abzusuchen wird ihn aber schlecht bekommen sein meine ich ich ließ den einen an mir vorüber und machte mich dann hierher um die Burschen zu fragen was sie gesehen haben wenn sie nachher hier wieder zusammentreffen glaubt ihr es meine es wenn ihr klug sein wollt so macht euch da hinüber auf die andere Seite damit wir sie zwischen uns kriegen und lasst die Miss nicht länger warten könnte sonst vor lauter Ungeduld einen Fehler beuteten skalb so wenig platz an seinem gürtel gefunden hatte dass er die außen nähte seiner weiten hosen in dicken lagen mit dem haar seiner erlegten feinde ausgefranst hatte kaum kaum war in unseren bereich getreten als er auch schon von hüben und rüben gepackt und ausgelöscht wurde ebenso erging es dem anderen welcher nach kurzer zeit erschien und nun kehrten wir vereint wie wir ausgegangen waren in die festung zurück vor dem tor suchten wir den posten auf welcher hinter dem beschützenden gesträuch geborgen gelegen und den spionierenden wilden der in einer Entfernung von kaum einigen Schritten an ihm vorüber geschlichen war wohl bemerkt hatte Sam blickte ihn erstaunt an bis ein greenhorn gewesen will und wirst ein greenhorn bleiben bis dich mal die red mans beim schopfe haben meine ich hast wohl geglaubt der braune gehe hier nur Ameisen fangen dass du das Eisen stecken gelassen hast Sam Hawkins bewirft den Lariat um deine Zunge sonst tue ich jetzt an dir was ich vorhin unterlassen habe will parker ein greenhorn der spaß wäre schon einige Körner pulver wert altes kuhn aber deiner mutter sohn ist wohl nicht klug genug um einzusehen dass man einen kundschafter laufen lässt um nicht die übrigen durch seinen untergang aufmerksam zu machen sollst recht haben man wenn du nämlich nicht zu indianer fällen kommen willst wie mir scheint da bei diesen worten zeigte er die erbeuteten skalbs vor und über sein gesicht ging ein entzücktes grinsen welches eine erdbebenartige bewegung des chaotischen bartwuchses hervorbrachte lass deines vaters kind einmal diese prachtvollen heute ansehen ist das nichts will parker frage ich dich wie mir scheint ist das nichts eins zählte der angeredete und es klang fast wie eine art neid aus seiner stimme zwei aber beim alten korn mensch wo hast du diese kostbaren dinger her drei hört es noch nicht auf sam hawkens hey vier die hast du doch nicht allein geholt wie allein ganz allein wenn ich die zwei nicht zähle die mir der der junge scalper da abgelassen hat abgelassen fragte der andere erstaunt und warf mir einen Blick zu in welchem sich der aufrichtigste zweifel über meine geistige zurechnungsfähigkeit aussprach magst wohl nicht glauben will parker hast ja einen echten kingsfield stahl und ne gute kentucky büchse lass nichts vorüber laufen dann hast du auch was wenn ich mich nicht irre ein scharfer ich meinen schwor wahr machen und inzwischen meine fäuste nehmen wie es jahrelang mein einziger mein heißester wunsch gewesen ist die haare allein machen mich irre oh sie sind gleichgültig sam hawkins mag euch als beispiel dienen und es ist doch nicht ganz unglaublich dass ihr ihn in jener nacht nicht getroffen habt die seinen haben ihn gefunden und mitgenommen während ich krank war hat er sich erholt hat uns beobachten lassen und ist uns dann gefolgt aber warum griff er uns nicht an weiß es nicht wird aber jedenfalls seinen grund haben den wir auch erfahren seid ihr müde sir könnt ihr es nicht behaupten ich muss den mann selbst sehen wollt ihr mich begleiten versteht sich nun muss ich euch auf das gefährliche dieses ganges aufmerksam machen die indianer werden vergebens auf ihre ausgesandten späer warten sich bald nach innen umsehen und die toten finden wir geraten zwischen die suchenden und werden vielleicht von den unsrigen abgeschnitten das alles ist möglich aber ich kann unmöglich bleiben und ruhig zuwarten bis sie uns finden dick stone sir hast du es gehört wohin es gehen soll denke es hole deine gun und schnür dich ein wenig fester altes gerippe wir sehen nach rothäuten bin dabei sir das muss so sein reiten wir nein es geht nur bis zum gatter ihr anderen aber rührt die hände und deckt die catches mit rasen zu man kann nicht wissen wie es geht und wenn die braunen in ja zwischen unsere felsen kommen sollen sie wenigstens nichts von dem finden was sie brauchen können Harris du gehst hinaus zu Bill Parker und du Bill Bolscher magst auf Ordnung sehen während wir fort sind Vater lass mich bei dir sein bat Ellen kannst mir zu nichts dienen Kind ruhe dich aus wirst schon noch zur rechten Stelle kommen sie wiederholte ihre Bitte aber Firehand hielt an seiner Bestimmung fest und so schritten wir bald wieder zu dreien durch das Bett des Baches hinaus Dickstone war nicht weniger ein Original als Sam Hawkins unendlich lang und entsetzlich dürr und ausgetrocknet hing seine knochige Gestalt weit vornüber so dass es schien als gäbe es für seine Augen keine andere Perspektive als diejenige auf die beiden Füße welche an ein paar Beine gewachsen waren deren Ausdehnung einem Angst und Bange machen konnte über 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 festen kernigen Jagd Schuhe hatte ein paar lederne gamaschen geschnallt welche noch ein gut Stück des Oberschenkels bedeckten der Leib stark in einem eng anliegenden Kamisol das mittels eines breiten Gürtels in und an welchem neben Messer und Revolver die verschiedensten kleinen Notwendigkeiten starken und hingen zusammengehalten wurde um die breiten eckigen Schultern zog sich eine wollende Decke deren Fäden die ausgedehnteste Erlaubnis hatten nach allen Himmelsgegenden auseinander zu laufen und der kurzgeschorene Kopf stak in einem Dinge dessen Definition geradezu eine Sache der reinsten Unmöglichkeit war Draußen angekommen schritten wir nach einigen kurzen Weisungen an der Wache vorüber dem Orte zu an welchem sich Sam Hawkins versteckt gehabt hatte Die von dort nach der Schlucht führende Richtung war jedenfalls die für uns vorteilhafteste denn wir hatten von beiden Seiten Deckung und waren sicher denjenigen von den Indianern zu begegnen welche annehmbarerweise ihr Versteck verlassen hatten um nach dem Verbleiben der uns begegneten zu sehen Winnetou hatte kurz nach unserem frühzeitigen Aufbruch am Morgen das Lager auch verlassen und war noch nicht zurückgekehrt er wäre uns auf dem jetzigen Gange der willkommen Begleiter gewesen und ich konnte da ich ihn wirklich lieb gewonnen hatte mich einer leisen Sorge um ihn nicht erwehren es war ja ein zusammentreffen mit dem Feinde so leicht möglich und in diesem Falle war er trotz einer Tapferkeit verloren eben dachte ich an diesen Umstand als sich plötzlich neben uns die Büsche teilten und der Apache vor uns stand unsere Hände welche beim ersten raschelnden Laute der Zweige nach den Waffen gegriffen hatten fuhren von denselben zurück als wir ihn erkannten Winnetou wird gehen mit den weißen Männern um zu sehen Pernau und die Oglalas erstaunt blickten wir ihn an er wusste also schon von der Anwesenheit der Indianer hat mein roter Bruder die Krieger des grausamsten Stammes der Sue gesehen Winnetou muss wachen über seinen jungen Bruder und über die Tochter Ribanas er ist hinter ihn gegangen und hat gesehen ihre Messer fahren in das Herz der roten Krieger Pernau hat sich genommen den Schädel eines Mannes vom Volk der Osagen sein Haar ist eine Lüge und seine Gedanken sind voller Falschheit Winnetou wird ihn töten Nein der Häuptling der Apachen wird ihn nicht berühren sondern ihn mir lassen entgegnete Old Er wird mir nicht wieder entgehen denn meine Hand nur das letzte Wort hörte ich noch denn in dem Augenblick in welchem es gesprochen wurde sah ich zwei glühende Augen hinter dem Strauche welcher die Biegung der Fußspuren Verbarca vorleuchten und hatte mit einem raschen Sprung den Mann gepackt dem sie angehörten Es war der von welchem gesprochen wurde und kaum stand ich vor ihm und warf ihm die Finger um die Kehle so raschelte es zu beiden Seiten und ein Anzahl Indianer sprangen hervor ihrem Häuptling zu Hilfe Die Freunde hatten meine Bewegung gesehen und stürzten sich sofort auf meine Angreifer Wie es kam ich weiß es nicht aber ich hatte den weißen Häuptling welcher mir der linken um den Hals und die rechte um seine Hand welche das Messer gepackt hatte fühlend krümmte er sich unter mir wie ein Wurm und machte die wütendsten Anstrengungen mich von sich zu stoßen ich hatte keine Zeit auch nur einen einzigen Blick auf das um mich herum wogende Getümmel zu werfen denn bei dem geringsten versehen meinerseits war ich verloren und nie im ganzen Leben habe ich es mehr gefühlt dass sich die Kräfte des Menschen im Augenblick solcher Gefahr verdoppeln ja verzehnfachen können mit den Füßen wie ein angeketteter Stier um sich schlagend versuchte er in riesen kräftigen Rucken sich empor zu schnellen der falsche lang behaarte Schädel lag neben ihm die Augen traten weit und mit Blut unterlaufen aus ihren Höhlen vor Minetus barbierte Kopfblöße schwoll unter der Anstrengung aller Fasern und Nerven und dem wilden Schlage des zusammengedrückten Pulses mit einer erschreckenden Hässlichkeit auf mir war als hätte ich ein rasendes Tier unter mir und mit mir jetzt unbegreiflicher Gewalt krampfte ich meine Finger um seine Kehle sodass er einige Male konvulsivisch zusammenzuckte den Kopf hinüber legte und die Augen verdrehend unter einem immer leiser werdenden Zittern die Glieder von sich strickte er war besiegt jetzt endlich blickte ich mich erhebend um mich und es bot sich mir eine Szene wie sie die Feder nie zu beschreiben vermag keiner der Kämpfenden hatte aus Sorge dem Feinde Hilfe herbeizurufen eine Schusswaffe gebraucht sondern nur das Messer und der Tomahack waren tätig gewesen keiner von ihnen stand aufrecht sondern alle lagen am Boden und wälzten sich in ihrem oder dem Blute ihres Gegners Winnetou stand eben im Begriff einem unter ihm liegenden die Klinge in die Brust zu stoßen Er bedurfte bedurfte nicht und Feierhand lag auf einem der Gegner und versuchte einen zweiten welcher ihm den Arm zerfleischte von sich abzuhalten ich eilte ihm zu Hilfe und schlug den Dränger mit seinem eigenen Beile welches ihm entfallen war nieder Dann ging's zu Dick Stone welcher zwischen zwei toten Rothäuten unter einem riesigen Manne lag der sich alle Mühe gab einen tödlichen Stich anzubringen Es gelang ihm nicht das Beil des Stammes Genossen machte seiner Bemühung ein Ende Stone erhob sich und brachte seine Gliedmaßen in Ordnung Bei Götze das war Hilfe zur rechten Zeit Drei gegen einen ist doch wenn man nicht viel das muss so sein hab Dank Auch Old Feuern streckte mir die Hand entgegen und wollte eben sprechen als ein Blick auf Perano fiel Tim Finn ist möglich der Häuptling selber wer hat es mit ihm zu tun gehabt Mein junger weißer Bruder hat ihn niedergeworfen antwortete Winnetou statt meiner und bemerkend dass der Tote nicht verletzt sondern nur durch den Druck der Hand besiegt worden war fügte er mit einem Ausdruck des Erstaunens wie ich noch nie gehört hatte hinzu der große Geist hat ihm die Kraft des Büffels gegeben der die Erde pflügt mit seinem Horne Mann rief man wie euch so hab ich noch keinen getroffen so weit ich auch herum gekommen bin und ihr wollt nach dem Westen gekommen sein nur um Steine und Pflanzen kennen zu lernen statt aller Antwort legte ich meine Hand auf seinen Arm die fast übermenschliche Anstrengung hatte meine Kräfte so überschritten dass ich wie ein frierender am ganzen Körper zitterte und kaum im Stande war die fühlt ihr jetzt was für ein gewaltiger Held ich bin Sir der schwächste wehrt sich wenn es sein Leben gilt und hier handelt er sich nicht bloß um das meinige denn wenn er oben aufgekommen wäre so war es vielleicht aus mit uns allen vieren die Partei des Überlebenden von uns beiden musste siegen aber wie ist es möglich dass er mit den seinen hier versteckt sein konnte da Winnetou dort in der Nähe war der weiße Häuptling ist nicht verborgen gewesen an der Seite des Apachen er hat bemerkt die Spuren seiner Feinde und ist ihnen nachgegangen auf ihrem pfade seine Männer werden ihm nachkommen und meine weißen Brüder müssen Winnetou schnell folgen in ihre Wigwams hat recht der Mann bekräftigte Dick Stone das muss so sein und wir werden sehen müssen dass wir zu den Unsigen kommen gut erwiderte Oldfair von dessen Arme das Blut in hellen Strömen floss auf alle Fälle müssen wir die Spuren des Kampfes möglichst beseitigen er geht doch ein wenig vorwärts dick damit wir nicht etwa überrascht werden soll geschehen so aber nimm mir doch zuvor einmal das Messer hier aus dem Fleisch es kann nicht gut zu dem Dinge kommen und erlaubt dass ich zuvor meinen drei Vättern da nach dem Kopf sehe es scheint ihnen in den Haaren zu liegen nachdem er ihnen die Skalps genommen hatte trat er zu mir einer von den dreien hatte ihm das Messer in die Seite gestoßen und durch das Ringen war es immer weiter hineingedrungen glücklicherweise stak es an keiner gefährlichen Stelle und hinterließ bei seiner Entfernung eine für Stones Eisennatur nur leichte Wunde in kurzer Zeit war das notwendige getan und Dick Stone wurde herbeigeholt wie bringen wir unseren Gefangenen fort fragte Old Firehand er wird getragen werden müssen antwortete ich wird aber seine Schwierigkeiten haben wenn er vollständig zur Besinnung kommt tragen fragte Stone ist mir seit etlichen Jahren nicht so wohl geworden und möchte diesen alten Knaben dieses Herzeleid auch nicht antun mit einigen Schnitten trennte eine Anzahl der nebenan stehenden Stämpchen von der Wurzel nahm die Decke Peronose wieder vor schnitt sie in Streifen und meinte uns vergnügt zunickend bauen da eine Schleife ein Schlitten ein Rutschholz oder sowas zusammen binden das Mannskind Dorf fest und rollen uns damit von dann das muss so sein der Vorschlag war angenommen und ausgeführt und bald setzten wir uns in Bewegung die allerdings eine so deutliche Spur zurück ließ dass der hinterhergehende Winnetou alle Mühe hatte sie nur einigermaßen zu verwischen Es war früh um anderen Tage noch hatten die Strahlen der Sonne nicht die Spitzende umliegenden Berge berührt und tiefe Ruhe herrschte im Lager Ich aber war längst schon wach und auf den Felsen gestiegen wo ich wiedergefunden hatte Unten im Tale wälzten sich dichte Nebelballen um die Büsche Oben aber war die Luft rein und klar und wehte mir mit ermunterner Kühle um die Schläfe Drüben hüpfte ein Kernbeißer unter Brombeerranken auf und ab und lockte mit schwellender Pfirsich blütroter Kehle sein unfolgsames Weibchen Etwas tiefer saß ein blaugrauer Katzenvogel und unterbrauch sein Gesang zuweilen durch einen possierlichen miauenden Schrei und von unten herauf ertönte die wundervolle Stimme des Entenvogels der am Schlusse jeder Strophe seine musikalische Bravur mit einem lauten Entengequake applaudierte Meine Gedanken waren weniger bei diesem Frühkonzert als vielmehr bei den Erlebnissen des vorhergehenden Tages Nach dem Berichte eines unserer heimkehrenden Jäger welcher still durch die Waldungen schleichend Dioglalas auch bemerkt hatte waren diese in noch größerer Anzahl vorhanden als wir angenommen hatten denn er war unten in der Ebene an einem zweiten Lagerplatz vorüber gekommen an welchem sich auch die Pferde befunden hatten Es Es war also mit Bestimmtheit anzunehmen dass ihr Kriegszug nicht gegen einzelne Personen sondern gegen unsere ganze Niederlassung gerichtet war und aus diesem Grunde und der bedeutenden Anzahl der Feinde wegen durften wir unsere Lage keineswegs zu den Beneidenswerten rechnen Die Vorbereitungen welche getroffen werden mussten einem Überfall zu begegnen hatten den gestrigen Nachmittag und Abend in der Weise ausgefüllt dass wir keine Zeit gefunden hatten über das Schicksal unseres Gefangenen eine Bestimmung zu treffen Er lag wohl gebunden und gut bewacht in einer der Felsen kammern und noch vorhin erst leicht nach meinem Erwachen hatte ich mich von der Zuverlässigkeit seiner Fesseln überzeugt Die nächsten Tage vielleicht schon die heutigen Stunden mussten uns wichtige Entscheidungen bringen und es war wirklich ein außergewöhnlicher Ernst mit welchem ich an meine gegenwärtige Lage dachte als ich durch nahende Schritte aus dem Sinnen wach gerufen wurde Guten Morgen Sir Der Schlaf scheint euch ebenso geflohen zu sein wie mich Ich dankte dem Gruße und erhob mich aus meiner sitzenden Lage Wachsamkeit ist die notwendigste Tugend in diesem gefahrvollen Landemiss Fürchtet ihr euch vor den Braunen? fragte sie lächelnd Ich weiß dass ihr diese Frage nicht im Ernst aussprecht aber wir zählen im ganzen dreizehn Mann und haben einen zehnfach überlegenen Feind vor uns Offen können wir uns deswegen gar nicht erwehren und unsere einzige Hoffnung besteht nur allein darin von ihm nicht entdeckt zu werden Ihr seht die Sache doch wohl etwas zu schwarz 13 Männer von der Art und Weise unserer Leute vermögen schon ein Erkleckliches zu leisten und selbst wenn die Rothäute unser Versteck aufspürten würden sie sich nichts als blutige köpfe holen ich hirge andere meinung sie sind ergerimmt über unseren überfall noch mehr aber über den gestrigen Verlust ihrer Leute und wissen jedenfalls ihren Häuptling in unseren Händen sie haben natürlich nach den fehlenden gesucht die leichen gefunden und dabei perono vermisst und wenn eine so zahlreiche Horde um irgendeines Zweckes willen solche Strecken zurücklegt wie diese so wird dieser Zweck auch mit der möglichsten Energie und Schlauheit zu erreichen gesucht alles ganz rechts aber noch kein Grund zu schlimmen Befürchtungen ich kenne diese Leute besser als ihr feig und verzagt von Natur wissen sie nur hinterrückst zu handeln und den Wehrlosen anzugreifen wir haben ihre Jagdgründe durchstreift von Mississippi bis zum stillen Meere von Mexiko bis hinauf zu den Seen haben sie vor uns her getrieben uns mit ihnen herum geschlagen vor der Übermacht fliehend und uns verbergen müssen aber immer immer wieder die Faust am Messer gehabt und die Oberhand behalten ich sah sie an antwortete aber nicht und es musste in meinem Blicke etwas der Bewunderung Unähnliches gelegen haben der nach kurzer Pause fuhr sie fort sagt was ihr wollt Sir es gibt Gefühle im Menschenherzen den der tatkräftige Arm gehorsan muss gleich viel ob er ein männlicher oder weiblicher ist hätten wir gestern den Beef Walk erreicht so wäre euch ein Grab zu Gesicht bekommen welches zwei Wesen birgt die mir die liebsten und teuersten gewesen sind auf der ganzen weiten Erdenrunde sie wurden hingeschlachtet von Männern welche dunkles Haar und braune Haut besaßen und seit jenen schrecklichen Tagen zuckt mir es in der Hand wenn ich eine Skalblocke wehen sehe und mancher Indianer ist blutend vom Pferde geglitten wenn die Pistole blitzte aus welcher das tötende Blei in das Herz meiner Mutter fuhr und deren Sicherheit ihr ja auch bei New Venango kennengelernt habt sie zog die Waffe aus dem Gürtel und hielt sie mir vor die Augen ihr seid ein guter Schütze Sir aber aus diesem alten Rohre würdet ihr auf 15 Schritte nicht den Stamm eines Hickory treffen ihr mögt also denken wie oft und viel ich mich geübt habe um meines Zieles gewiss zu sein ich weiß mit allen Instrumenten umzugehen aber wenn es sich um Indianer Blut handelt dann greife ich nur zu dieser da denn ich habe geschworen dass jedes Körnchen Pulvers welches jenem mörderischen Kugeltrieb mit dem Leben einer Rothort bezahlt werden müsse und ich glaube ich stehe nicht sehr weit von der Erfüllung dieses Schwures dasselbe Rohr welches die Mutter niederstreckte soll auch das Ihr bekamt die Pistole von Winnetou Hat er euch davon erzählt Ja Alles Nichts als was ich eben sagte Ja sie ist von ihm Doch setzt euch sie Ich versprach euch gestern eine Aufklärung und ihr sollt das notwendigste erfahren wenn die Sache auch nicht eine solche ist über welche man viele Worte machen könnte Sie nahm neben mir Platz warf ein beobachtenden Blick über das uns liegende Tal und begann Vater war Oberförster da drüben im alten Lande und lebte mit seinem Weiber und seinem Sohne in ungetrübtem Glück bis die Zeit der politischen Gärung kam welche so manchen braven Mann um seine Ziele betrogen hat und auch ihn in den Strudel trieb welchen er sich schließlich nur durch die Flucht zu entziehen vermachte Die Überfahrt kostete ihm die Mutter seines Kindes und da er nach der Landung mittellos und ohne Bekannte in einer anderen und neuen Welt stand so griff er zum ersten was ihm geboten wurde ging als Surveyor nach dem Westen und ließ den Knaben bei einer wohlhabenden Familie zurück in welcher derselbe als Kind aufgenommen wurde Einige Jahre verflossen ihm unter Gefahren und Abenteuern welche aus ihm einen von den Weißen geachteten und von ihren Feinden aber gefürchteten Westmann machten Da füllte ihn eine Jagdwanderung hinauf an den Kikur mitten unter die Stämme der Assine Beunt hinein und hier traf er zum ersten Mal mit Winnetour zusammen welcher von den Ufern des Colorado kam um sich am oberen Mississippi den heiligen Ton für die Kalumet seines Stammes zu holen Beide waren Gäste des Häuptlings Tasha Tunga und lernten in dem Wigwam desselben Ribana seine Tochter kennen Sie war schön wie die Morgenröte und lieblich wie die Rose des Gebirges Keine unter den Töchtern des Stammes vermochte die Häute so zart zu gerben und das Jagdkleid so sauber zu nähen wie sie und wenn sie ging um Holz zu holen für das Feuer ihres Kessels so schritt ihre schlank Gestalt wie die einer Königin über die Ebene und von ihrem Haupte floss das Haar in langen Strömen fast bis zur Erde herab sie war sie war der Liebling Manitus des großen Geistes war der stolz des Stammes und die jungen Krieger brannten vor Begierde sich die Skalps der Feinde zu holen um sie ihr zu Füßen legen zu dürfen aber keiner von ihnen durfte die Hand an ihre Hüfte legen denn sie liebte den weißen Jäger welcher schöner war und tapferer als all die roten Männer und zu ihr sprach mit sanfter wohltönender Stimme deren Klang tief in ihr Herz drang und ihren jungfräulichen Busen erschwellen ließ unter süßen sehnsüchtigen Gefühlen auch in seiner Seele war aufgegangen das Feuer des Verlangens er folgte der Spur ihres Fußes wachte über ihrem Haupte und sprach mit ihr wie mit einer Tochter der Bleich Gesichter da trat eines Abends Winnetou zu ihm Der weiße Mann ist nicht wie die Kinder seines Volkes Aus ihrem Munde fallen die Lügen wie die Boudins aus einem Büffel Magen Er aber hat stets die Wahrheit gesprochen zu Winnetou seinem Freunde Mein roter Bruder hat den Arm eines starken Kriegers und ist der Weiseste beim Feuer der großen Beratung Er durstet nicht nach dem Blute der Unschuldigen und ich habe ihm gegeben die Hand eines Freundes Er spreche Mein Bruder hat lieb Sie ist mir lieber als die Herden der Prärie und die Skalpe aller roten Männer Und er wird gut mit ihr sein und nicht hart reden zu ihren Ohren sondern ihr sein Herz geben und sie schützen gegen die bösen Stürme des Lebens Ich werde sie auf meinen Händen tragen und bei ihr sein in aller Not und Gefahr Winnetou kennt den Himmel und weiß die Namen und die Sprache der Sterne aber der Stern seines Lebens geht hinunter und in seinem Herzen wird es dunkel und Nacht Er wollte die Rose vom Kikur nehmen in sein Wigwam und an ihre Brust legen sein müdes Haupt wenn er zurückkehrt vom Fahne des Buffalo oder von den Dörfern seiner Feinde aber ihr Auge leuchtet auf seinen Bruder und ihre Lippen sprechen den Namen des guten Bleichgesichts Der Apache wird gehen aus dem Lande des Glückes und sein Fuß wird einsam weilen an den Wogen des Chila Seine Hand wird nimmermehr berühren das Haupt eines Weibes und nie wird die Stimme eines Sohnes dringen an sein Ohr Doch wird er zurückkehren zur Zeit wenn das Elend durch die Pässe geht und wird sehen ob glücklich ist Ribana die Tochter Tascha Tungas Er drehte sich um und schritt in die Nacht hinaus und war am anderen Morgen verschwunden Als er zur Zeit des Frühlings zurückkehrte fand er Ribana und ihre strahlenden Augen erzählten ihm besser als Worte von dem Glück welches ihr beschieden war Er nahm mich das erst einige Tage alte Kind von ihrem Arme küsste mir und legte seine Hand beteuernd auf mein Haupt Winnetou wird sein über dir wie der Baum in dessen Zweigen die Vögel schlafen und die Tiere des Feldes Schutz finden vor der Flut die aus den Wolken rinnt sein Leben sei dein Leben und sein Blut wie dein Blut nie wird der Hauch seines Atems stocken und die Kraft seines Armes erlahmen für die Tochter der Rose vom Kikur möge der Tau des Morgens fallen auf deine Wege und das Licht der Sonne auf deine Pfade damit Freude habe an dir der weiße Bruder des Apatschen die Jahre Jahre vergingen und ich wuchs heran aber ebenso wuchs auch das Verlangen des Vaters nach dem zurückgelassenen Sohn den ich ihn vergebens zu ersetzen strebte. Ich vergaß, ein Mädchen zu sein, nahm Teil an den mutigen Spielen der Knaben und ward erfüllt von dem Geist des Krieges und der Waffen. Da konnte Vater seiner Sehnsucht nicht länger gebieten. Er ging nach dem Osten und nahm mich mit. Mir ging an der Seite des Bruders mitten im zivilisierten Leben eine neue Welt auf, von der ich mich nicht trennen zu können vermeinte. Vater kehrte allein zurück und ließ mich bei den Pflegeeltern des Bruders. Walter beregte sich das Heimweh nach dem Westen mit solcher Macht in mir, dass ich es kaum zu bewältigen vermochte, und nach dem nächsten Besuch des Vaters mit ihm wieder in die Heimat ging. Da selbst angekommen, fanden wir das Lager leer und vollständig ausgebrannt. Nach längerem Suchen entdeckten wir ein Wampum, welches Dachatunga zurückgelassen hatte, um uns bei unserer Ankunft von dem Vorgefallenen zu benachrichtigen. Timfinity, ein weißer Jäger, war früher oftmals in unserem Lager gewesen und hatte die Rose vom Kikur zu Squaw begehrt, aber die Asseboins waren ihm nicht freundlich gesinnt, denn er war ein Dieb und hatte schon zu mehreren Malen ihre Ketsches geöffnet. Er wurde abgewiesen und ging mit dem Schwur der Rache auf den Lippen. Vom Vater, der mit ihm in den Black Hills zusammengetroffen war, hatte erfahren, dass Ribana sein Weib sei, und er ging zu den Schwarzfüßen, um sie zu einem Kriegszuge gegen die Asseboins zu bewegen. Sie folgten seiner Stimme und kamen zu einer Zeit, in welcher die Krieger auf einem Jagdzug abwesend waren. Sie überfielen, plünderten und verbrannten das Lager, töteten die Greise und Kinder und führten die jungen Frauen und Mädchen gefangen mit sich fort. Als die Krieger zurückkehrten und die eingeäscherte Städte sahen, folgten sie den Spuren der Räuber, und da sie ihren Rachezug nur einige Tage vor unserer Ankunft angetreten hatten, so war es uns vielleicht möglich, sie noch einzuholen. Lasst mich's kurz machen. Unterwegs stießen wir auf Winnetou, welcher über die Berge gekommen war, die Freunde zu sehen. Er wandte auf des Vaters Bericht, ohne ein Wort zu verlieren, sein Pferd, und nie im Leben werde ich den Anblick der beiden Männer vergessen, welche lautlos, aber mit glühendem Herzen und drängender, angstvoller Eile den Weg der Vorangezogenen verfolgten. Wir trafen sie an Bifog, sie hatten die Schwarzfüße ereilt, welche am Flusstale lagerten, und erwarteten nur die Nacht, um über sie herzufallen. Ich sollte bei der Pferdewache zurückbleiben, aber es ließ mir keine Ruhe, und als der Augenblick des Überfalles kam, schlich ich mich zwischen die Bäume vor und kam gerade an dem Rand des Gehölzes an, als der erste Schuss fiel. Es war eine furchtbare Nacht. Der Feind war uns überlegen, und das Kampfgeschrei verstummte erst, als der Morgen zu grauen begann. Ich hatte das Gewirr der wilden Gestalten gesehen, das Ächzen und Stöhnen der Verwundeten und Sterbenden gehört und betend dem nassen Grase gelegen. Jetzt kehrte ich zur Wache zurück. Sie war verschwunden. Unsägliche Angst bemächtigte sich meiner, und als ich jetzt das freudengeheul der Feinde vernahm, wusste ich, dass wir besiegt waren. Ich versteckte mich bis zum Abend und wagte mich dann auf den Platz, wo der Kampf stattgefunden hatte. Tiefe Stille herrschte ringsum, und der helle Schein des Mondes fiel auf die leblos daliegenden Gestalten. Gepackt von grausen Entsetzen irrte ich zwischen ihnen herum, und da lag sie, die Mutter, mitten durch die Brust geschossen, die Arme krampfhaft um das kleine Schwesterchen geschlungen, dessen Köpfchen von einem tiefen Messerhiebe klaffte. Der Anblick raubte mir die Besinnung, und ich fiel ohnmächtig über sie hin. Wie lange ich da gelegen, ich wusste es nicht. Es wurde Tag und Abend und wieder Tag. Derhöhte ich leise Schritte in der Nähe. Ich richtete mich empor, und oh der Wonne! Ich sah den Vater und Winnetou, beide in zerfetzten Kleidern und mit Wunden bedeckt. Sie waren der Übermacht erlegen und gefesselt fortgeschleppt worden, hatten sich aber loszumachen gewusst, und waren entflohen. Tief atemholend hielt sie inne und richtete ihr Auge mit starrem Ausdruck in die Weite. Dann sich rasch zu mir wendend fragte sie, »Ihr habt noch eure Mutter, Sir?« »Ja.« »Was würdet ihr tun, wenn jemand sie euch tötete?« »Ich würde den Arm des Gesetzes walten lassen.« »Gut. Und wenn derselbe zu schwach oder zu kurz ist wie hier im Westen, so leitet man dem Gesetz den eigenen Arm.« Es ist ein Unterschied zwischen Strafe und Rachemiss. Die erstere ist eine notwendige Folge der Sünde und eng verbunden mit dem Begriffe göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit. Die zweite aber ist hässlich und betrügt den Menschen um die hohen Vorzüge, welche ihm vor dem Tiere verliehen sind. Ihr könnt nur deshalb so sprechen, weil euch kein Indianerblut durch die kalten Adern rennt. Wenn der Mensch aber sich freiwillig dieser Vorzüge entäußert und zur lebensgefährlichen Bestie wird, so darf er auch nur als eine solche behandelt und muss verfolgt werden, bis ihn die tötende Kugel ereilt hat. Als wir an jenem Tage die beiden Toten in die Erde gescharrt und so den Angriffen der Aasgeier entzogen hatten, da gab es in den Herzen von uns dreien kein anderes Gefühl als das des glühendsten Hasses gegen die Mörder unseres Glücks. Und es war unser eigenes Gelübde, welches Winnetou aussprach, als er mit tief rollender Stimme schwur. Der Häuptling der Apachen hat in der Erde gewühlt und den Pfeil der Rache gefunden. Seine Hand ist geballt, sein Fuß ist leicht und sein Tomahawk hat die Schärfe des Blitzes. Er wird suchen und finden Tim Finnetou, den Mörder der Rose vom Kikur, und seinen Skalp nehmen für das Leben Ribanas, der Tochter der Assine Boynes. War Finnetou der Mörder, Miss? Er war's. In den ersten Augenblicken des Kampfes, als es schien, dass die überraschten Schwarzfüße unterliegen würden, schoss er sie nieder. Winnetou sah es, stürzte sich auf ihn, entriss ihm die Waffe und würde ihn getötet haben, wenn er nicht von anderen gepackt und nach verzweifelter Gegenwehr gefangen genommen worden wäre. Zur Verspottung ließ man ihm die ungeladene Pistole. Sie kam später als sein Geschenk in meine Hand und hat mich nie verlassen. Mochte ich meinen Fuß auf die Trottoirs der Städte oder den Grasboden der Prärie setzen. Ich muss euch sagen, dass... Sie schnitt mir die Rede durch eine hastige Handbewegung ab. Was ihr mir sagen wollt, weiß ich, und habe es mir tausendmal schon selbst gesagt. Aber habt ihr noch nie die Sage vom Flats-Ghost vernommen, welche ein wilden Stürmen über die Ebene braust und alles vernichtet, was ihm zu widerstehen wagt? Es liegt ein tiefer Sinn in ihr, welcher uns sagen will, dass der ungezügelte Wille sich wie ein brandendes Meer über die Ebene ergießen müsse, bevor die Ordnung zivilisierter Staaten hier festen Fuß fassen kann. Auch durch meine Adern pulsiert eine Woge jenes Meeres und ich muss ihrem Drange folgen, obgleich ich weiß, dass ich in der Flut versinken werde.« Es waren ahnungsvolle Worte, welche sie hiermit aussprach, und es folgte ihnen eine tiefe, gedankenreiche Stille, welche ich endlich mit einer leisen Vorstellung zu unterbrechen wagte. Sie hörte mich ruhig an und schüttelte dann den Kopf. Mit berätem Munde gab sie eine Schilderung des Eindruckes, welchen jene Schreckensnacht auf ihr Gemüt hervorgebracht hatte, eine Beschreibung ihres späteren Lebens, welches sie zwischen den Extremen der Wildnis und Gesittung hin- und hergeworfen hatte, und ich lag vor ihr dem Klange ihrer tiefen, sonoren Stimme lauschend und jedes ihrer Worte trinkend, welche, ohne mich zu überzeugen, doch offenen Eingang in mein Inneres fanden. Da ertönte von unten herauf ein scharfer Pfiff. Sie unterbrach sich und meinte, »Vater, ruf die Leute zusammen, kommt nach unten, es wird Zeit, den Gefangenen vorzunehmen.« Ich erhob mich und ergriff ihre Hand. »Wollt ihr mir eine Bitte erfüllen, Miss?« »Gern, wenn ihr nichts Unmögliches von mir verlangt.« »Überlasst ihn den Männern.« »Ihr erbittet gerade das, was ich nicht gewähren kann. Tausend und abertausend Male hat es mich verlangt, ihm Angesicht zu Angesicht gegenüber zu stehen und den Tod entgegenschleunern zu können. Tausend und abertausend Male habe ich mir diese Stunde ausgemalt mit allen Farben, welche der menschlichen Fantasie zu Gebote stehen. Sie ist das Ziel meines Lebens, der Preis aller Leiden und Entbehrungen gewesen, die ich durchkämpft und durchkostet habe. Und nun, da ich so nah an der Erfüllung meines größten Wunsches stehe, soll ich auf die Erfüllung desselben verzichten? Nein, nein und abermals nein.« Dieser Wunsch wird erfüllt werden, auch ohne eure unmittelbare Beteiligung. Miss? Der Menschengeist hat nach höheren Zielen zu streben, als dasjenige ist, welches ihr euch vorgesteckt habt. Und das Menschenherz ist eines heiligeren und größeren Glückes fähig, als die Befriedigung auch des glühendsten Rachegefühls bietet. Euch ist alles, alles gegeben, um glücklich zu sein und glücklich zu machen. Warum wollt ihr auf dieses Glück verzichten, indem ihr die Hände in das Blut eines Elenden taucht und das von euch werft, was allein den Wert des Weibes bestimmt, die Milde, die Liebe? »Die Liebe?« »Geht, Sir. Ihr habt Romane gelesen, man hört es.« Sie wandte sich um und schritt mir voran den Felsensteig hinab. Eigentümlich berührt von unserer Unterhaltung folgte ich ihr langsam nach. Wie alle Frauen, so gehorchte auch sie fast stets nur dem Drange ihres Gefühles. Und wie ihrer lückenhaften Schilderung des Vergangenen der Zusammenhang mangelt und man sich gerade das Bedeutungsvolle, die Entwicklung ihres inneren, zwiespältigen Wesens hinzudenken musste, so war auch dieses Wesen in seiner gegenwärtigen Erscheinung ein unklares und der Vollendung mangelndes. Die Verhältnisse hatten die Erziehung des äußerlich so herrlichen Mädchens übernommen. Und da diese Verhältnisse so verschiedenartige, so extreme waren, so durfte es nicht wundern, dass ich mich von ihr zeitweilig ebenso sehr abgestoßen sah, wie ich mich vorher von ihr angezogen gefühlt hatte. Nachdem ich erst zu Svelo gegangen war, um den braven Tiere meinen Morgengruß zu bringen, trat ich zu der Versammlung, welche rund um den jetzt an einen stammgebundenen Perrano stand. Man beriet über die Art seines Todes. »Ausgelöscht muss er werden, der Halunke, wenn ich mich nicht irre«, meinte eben Sam Orkins. »Aber ich möchte meiner Lillie nicht das Herzeleid antun, dieses Urteil auszuführen, meine ich.« »Sterben muss er, das muss so sein«, stimmte Dickston mit dem Kopf nicken bei. »Und er soll mir Freude machen, ihn am Aste hängen zu sehen, denn ein anderes hat er nicht verdient. Was meint Ihr, Sir?« »Wohl«, antwortete Old Firehand, »unser schönster Platz hier darf aber nicht mit dem Blute dieses Scheusals verunreinigt werden. Da draußen am Biforg hat er die meinen gemordet, und da draußen an derselben Stelle soll er auch seine Strafe finden. Der Ort, welcher meinen Schwur gehört, soll auch die Erfüllung desselben sehen.« »Erlaubt, Sir«, fielst du in ein, »warum soll ich den skalpierten Rotweißen umsonst auf dem Schleifholze hierher transportiert haben? Glaubt Ihr, dass ich ein Vergnügen daran habe, den Braunhäuten dafür nun meine Schmachtlocken zu überlassen?« »Was meint Winnetou, der Häuptling der Apachen?«, fragte Old Firehand, die Gründe dieses Einwurfes begreifend. »Winnetou fürchtet nicht, die Pfeile der Oglala erträgt in seinem Gürtel die Haut des Hundes von Etabesca und schenkt den Leib des Feindes seinem weißen Bruder.« »Und Ihr?«, wandte sich der Fragende jetzt auch zu mir. »Macht's kurz mit ihm. Furcht vor den Innsmen wird wohl keiner von uns haben. Aber ich halte es nicht für nötig, uns in unnötige Gefahr zu begeben und dabei unseren Aufenthalt zu verraten. Der Mensch ist ein solches Wagnis nicht wert.« »Ihr könnt ja hierbleiben, Sir, um Euer Schlafkabinett zu bewachen,« riet mir Ellen mit zweifelhaftem Achselzucken. »Was aber mich betrifft, so verlange ich unbedingt das Urteil an demselben Ort vollstreckt, an welchem die Opfer des Mörders liegen. Das Schicksal bestätigt mein Verlangen dadurch, dass es ihn uns hier und nirgends anderswo in unsere Hände gab. Was ich verlange, bin ich denen schuldig, an deren Grabe ich den Schwur getan habe, nicht zu ruhen und zu rasten, bis sie gerecht seien.« »Tut, was ihr wollt, Miss«, erwiderte ich kalt und wandte mich ab. Das mehr als Unweibliche, das wahrhaft Dämonische, welches aus ihren Worten aus jeder ihrer Minen sprach, stieß mich heftig von ihr ab und brachte ein Schmerzgefühl in meinem Innern hervor, als bohre sich ein kalter, spitzer Stahl mir in das Herz.« Der Gefangene stand aufrecht an den Stamm gelehnt und verzog, trotz der Schmerzen, welche die tief in sein Fleisch eindringenden Fesseln ihm verursachen mussten, und trotz der ernsten Bedeutung, welche die Verhandlung für ihn hatte, keine Falte seines von Alter und Leidenschaft durch Furchten angesichts. In seinen abschreckenden Gesichtszügen stand die ganze Geschichte seines Lebens geschrieben, und der Anblick des nackten, in blutigen Farben spielenden Schädels erhöhten den schlimmen Eindruck, welchen der Mann selbst auf den unparteiischen Beschauer machen musste. Nach einer längeren Beratung, an welcher ich mich unbeteiligt hielt, löste sich der Kreis auf und die Jäger rüsteten sich zum Aufbruch. Der Wille des Mädchens war also doch durchgedrungen, und ich konnte mich des Gedankens nicht erwehren, dass uns daraus Unheil entstehen müsse. Oldfair hin, trat zu mir und legte die Hand auf meine Schulter. »Lass es ruhig gehen, wie es gehen will, Mann, und legt keinen falschen Maßstab an Dinge, welche nicht nach der Schablone eurer sogenannten Bildung geschnitten sind.« »Ich gestatte mir kein Urteil über Eure Handlungsweise, Sir. Das Verbrechen muss seine Strafe finden, das ist einmal richtig. Doch werdet Ihr mir nicht zürnen, wenn ich meine, dass ich mit der Exekution nichts zu tun habe. Ihr geht nach dem Bifolk?« »Wir gehen, und da Ihr Euch nun doch mit der Sache nicht befassen wollt, so ist es mir lieb, jemanden zu wissen, dem ich die Sicherheit unseres Lagerplatzes anvertrauen darf.« »Wird nicht an mir liegen, wenn etwas geschieht, was wir nicht wünschen. Tja, wann kommt Ihr zurück?« »Kann's nicht bestimmt sagen. Richtet sich nach dem, was wir draußen finden. Also leb wohl und halte die Augen offen.« Ich trat zu denen, welche bestimmt waren, ihn mit dem Gefangenen zu begleiten. Dieser wurde vom Baum losgebunden und als Winnetou, welcher gegangen war, um sich von der Sicherheit der Passage zu überzeugen, zurückkehrte und die Meldung machte, dass er nichts Verdächtiges bemerkt habe, schob Manfinity einen Knebel in den Mund und schritt dem Ausgang zu. »Mein weißer Bruder bleibt zurück?« fragte der Apache, ehe er sich dem Zuge anschloss. »Der Häuptling der Apachen kennt meine Gedanken. Mein Mund braucht nicht zu sprechen.« »Mein Bruder ist vorsichtig, wie der Fuß, ehe er in das Wasser der Krokodile tritt. Aber Winnetou muss gehen und sein bei der Tochter Ribanas, welche starb von der Hand des Atabeska.« Er ging, ich wusste, dass meine Ansicht auch die Seinige sei, und er nur aus Sorge für die anderen und ganz besonders für Ellen sich entschlossen habe, ihnen zu folgen. Nur wenige der Jäger waren zurückgeblieben, unter ihnen Dick Stone. Ich rief sie zu mir und machte ihnen die Mitteilung, dass ich beabsichtige, einmal hinauszugehen, um mir die Bücher anzusehen. »Wird wohl nicht nötig sein, Sir«, meinte Stone. »Der Posten steht ja draußen und hält die Augen offen. Das muss so sein. Und außerdem ist ja auch der Apache auf Umschau ausgewesen. Bleibt hier und pflegt euch. Werdet schon noch Arbeit bekommen.« »Inwiefern?« »Na, haben ja Augen und Ohren die Rothäute und werden schon merken, dass es da draußen was zu fangen gibt. Sind schlaue Kerls. Das muss so sein.« »Ich gebe euch vollständig recht, Dick, und werde deshalb mal zuschauen, ob sich irgendetwas regen will. Nehmt ihr indessen den Ort hier in euer Obhut. Werde nicht sehr lange auf mich warten lassen.« Ich holte die Büchse und begab mich hinaus. Der Wachtposten versicherte mir, nichts Verdächtiges bemerkt zu haben. Aber ich hatte gelernt, nur meinen eigenen Augen zu trauen und durchbrach den Saum des Gebüsches, um dasselbe nach Indianerspuren abzusuchen. Gerade dem Eingang unseres Talkessels gegenüber bemerkte ich einige abgeknickte Zweige und fand bei näherer Untersuchung des Bodens, dass hier ein Mensch gelegen und bei seiner Entfernung die Eindrücke, welche sein Körper auf das abgefallene Laub und den lockeren Humusboden hervorgebracht, mit Sorgfalt verwischt und möglichst unbemerkbar gemacht hatte. Man hatte uns also belauscht, unseren Aufenthalt entdeckt, und jeder Augenblick konnte uns einen Angriff bringen. Da ich aber schloss, dass der Feind zunächst wohl sein Augenmerk auf Parano und seine Eskorte richten werde, so war es vor allen Dingen notwendig, Old Firehand womöglich noch rechtzeitig zu warnen, und ich beschloss, dem vorangegangenen Zuge schleunigst zu folgen. Nachdem ich der Wache die nötigen Anweisungen gegeben, schritt ich den Spuren unserer Leute, welche längst des Flusses sich aufwärts begeben hatten, nach, und kam auf diesem Wege an dem Schauplatz unsere gestrigen Taten vorüber. Wie ich geahnt, so war es geschehen, die Oglalas hatten die beiden Toten entdeckt, und aus der Menge des niedergetretenen Grases war zu schließen, dass sie sich in bedeutender Anzahl an dem Orte eingefunden hatten, um die Leichname ihrer Brüder zu holen. Noch war ich nicht sehr weit über diesen Punkt hinausgekommen, als ich auf neue Spuren stieß. Sie kamen seitwärts aus dem Gebüsch und führten auf dem Weg weiter, welchen unsere Jäger eingeschlagen hatten. Ich folgte ihnen, bin auch mit möglichster Vorsicht, so doch in größester Eile, und legte so in verhältnismäßig kurzer Zeit eine bedeutende Strecke zurück, sodass ich bald die Stelle erreichte, an welcher sich die Wasser des Beforg in die Fluten des Mangazilla ergossen. Da ich den Platz nicht kannte, an welchem die Exekution vor sich gehen sollte, so musste ich meine Vorsicht jetzt verdoppeln und folgte die Spuren nur von der Seite im Auge behaltend ihrer Richtung durch das nebenanlaufende Gebüsch. Jetzt machte das Flüsschen eine Biegung und grenzte an dieser Stelle eine Lichtung ab, von welcher sich der sogenannte »Schwarze Wuchs« zurückgezogen und den Gräsern den nötigen Raum zur ungehinderten Entwicklung gelassen hatte. Mitten auf dem freien Platz stand eine Gruppe von Balsamfichten, unter deren Zweigen die Jäger in lebhaftem Gespräch saßen, während der Gefangene an einen der Stämme gebunden war. Gerade vor mir, höchstens drei Manneslängen von meinem Standort entfernt, blubten eine kleine Anzahl Indianer durch den Buschrand hinaus auf die Blöße, und es war mir augblicklich klar, dass die anderen rechts und links abgegangen waren, um die Belauschten von drei Seiten einzuschließen und durch einen plötzlichen Überfall niederzumachen oder in den Fluss zu treiben. Es war keinen Augenblick Zeit zu verlieren. Ich nahm den Henry-Stutzen an die Wange und drückte ab. Für die ersten Sekunden verursachten meine Schüsse das einzige Geräusch, welches zu hören war, denn sowohl Freunde wie Feinde befanden sich in lebhafter Überraschung über die unerwartete Durchkreuzung ihres Vorhabens. So dann aber gelte ein markerschütternder »Ho-Ho-Hee« der Kampfesruf der Indianer fast hinter jedem Strauch hervor, eine Wolke von Pfeilen drang von allen Seiten aus dem Gebüsch und dem Nu war der Platz von heulenden, keuchenden und schreienden Menschen bedeckt, welche im wütendsten Handgemenge miteinander kämpften. Fast zu gleicher Zeit mit den Indianern war auch ich vorgesprungen, um an der Seite von Ellen zu sein und kam gerade recht, einen der Rothäute niederzuschlagen, welcher auf sie eindrang. Das Mädchen war emporgestellt und hatte die Pistole erhoben, um Parano niederzuschießen, war aber von dem Indianer, welcher die Absicht bemerkt hatte, daran gehindert worden. Mit den Rücken gegeneinander oder die Baumstämmen gelehnt, verteidigten sich die Jäger mit allen ihnen zu Gebote stehenden Kräften, gegen die sie umzingelnden Wilden. Es waren lauter wohlgeschulte Trapper, welche schon manch harten Strauß ausgefochten hatten und keine Furcht kannten, aber es war klar, dass sie hier der Übermacht erliegen mussten, zumal sie vorhin den Indianern ein offenes Ziel geboten hatten und infolgedessen fast alle verwundet waren. Einige der Braunen hatten gleich im ersten Augenblick sich auf Parano geworfen, um ihn seiner Bande zu entledigen und so sehr dies auch Firehand und Winnetou, welche von ihm weggedrängt worden waren, zu hintertreiben suchten, so war ihnen diese Absicht doch endlich gelungen. Mit einem kräftigen Schlage schleuderte der muskulöse Mann die Arme in die Luft, um das stockende Blut wieder in Bewegung zu bringen, entriss der Hand eines seiner Leute den Tomahawk und knirschte auf Winnetou eindringend, »Komme her, du Hund von Pimu, du sollst jetzt meine Haut bezahlen!« Der Apache, welcher sich mit dem Schimpfnamen seines Stammes angeredet fühlte, drang sofort auf ihn ein, aber es war zu sehen, dass er seinen Gegner, dessen Kräfte die Wut verzehnfacht hatten, nur mit äußerster Mühe Werdestand halten können, zumal er schon verwundet war und in demselben Augenblick auch von beiden Seiten angefallen wurde. Old Firehand war rund von Feinden umgeben, und wir anderen alle waren so in Anspruch genommen, dass wir an eine gegenseitige Hilfe gar nicht denken konnten. Längerer Widerstand wäre hier die größte Torheit und ein falsches Ehrgefühl am unrechten Platz gewesen. Deshalb rief ich Ellen am Arme durch den Kranz der Feinde, welcher uns umgab, reißend, »Ins Wasser, Männer, ins Wasser!« und fühlte dasselbe auch schon im nächsten Augenblick über mir zusammenschlagen. Mein Ruf war trotz des lauttobenden Kampfes gehört worden, und wer sich loszumachen vermochte, folgte ihm. Der Fork war, wenn auch tief, aber doch so schmal, dass es nur weniger Ruderschläge bedurfte, um das jenseitige Ufer zu erreichen. Aber in Sicherheit waren wir natürlich damit noch lange nicht. Vielmehr beabsichtigte ich, die zwischen ihm und dem Mankizilla auslaufende Landspitze zu durchschneiden und dann den letzteren zu überschwimmen, und schon winkte ich dem Mädchen nach der Richtung hin, welche wir auf diese Weise einzuschlagen hatten. Als die kleine, krummbeinige Gestalt Sams in triefendem Jagdrock und schwappenden Mokassins an uns vorüber schoss und die kleinen Äuglein schlau auf die verfolgenden Feinde zurückwerfend mit einem raschen Satze seitwärts im Weidengestrüpp verschwand. Sofort waren wir hinter ihm her, denn die Zweckmäßigkeit seines Verfahrens war zu einleuchtend, als dass ich an meinem vorherigen Plane hätte festhalten mögen. »Der Vater, der Vater«, rief Ellen angstvoll, »ich muss zu ihm. Ich darf ihn nicht verlassen.« »Kommt nur Mist«, drängte ich und zog sie immer vorwärts. »Wir vermögen nicht, ihn zu retten, wenn es nicht schon ihm selbst gelungen ist.« Mit möglichst raschheit uns durch das Dickicht windend gelangten wir schließlich wieder an den Biforg, und zwar oberhalb der Stelle, an welcher wir in das Wasser gesprungen waren. Sämtliche Indianer hatten ihre Richtung auf den Mankizilla zugenommen, und als wir drüben anlangten, konnten wir mit ziemlicher Sicherheit unseren Weg fortsetzen. Sam Hawkins aber schien zu zaudern. »Seht ihr dort die Büchsen liegen, wie mir scheint, Sir?« »Die Innsmen haben sie abgeworfen, als sie ins Wasser gingen.« »Hihihi, Sir, sind das dumme Männer, uns ihre Schießhölzer liegen zu lassen, wenn ich mich nicht irre.« »Ihr wollt sie holen? Es ist Gefahr dabei.« »Gefahr, Sam Hawkins und Gefahr.« In raschen Sprüngen, welche ihm das Ansehen eines gejagten Känguru gaben, eilte er davon und las die Gewehre zusammen. Ich war ihm natürlich gefolgt und zerschnitt die Bogen, welche zerstreut umherlagen, vom Boden nehmend, deren Sehnen, sodass sie wenigstens für einige Zeit unbrauchbar wurden. Niemand störte uns in dieser Beschäftigung, denn die Rothäute ahnten sicherlich nicht, dass einige von den Verfolgten die Verwegenheit besitzen könnten, nach dem Kampfplatz zurückzukehren. Hawkins hatte die Gewehre in den Händen, betrachtete sie mit mitleidigen Blicken und warf dann alle miteinander in das Wasser. »Schönes Zeug, Sir, schönes Zeug. Können die Ratten hineinhecken in die Läufe, meine ich, ohne dass sie viel gestört werden. Aber kommt, es ist hier nicht geheuer, wenn ich mich nicht irre.« Wir schlugen den geradesten Weg mitten durch dick und dünn ein, um so bald wie möglich das Lager zu erreichen. Nur ein Teil der Indianer war am Biforg gewesen, und da ich gesehen hatte, dass man uns belauscht und also Kenntnis von unserem Aufenthaltsorte genommen hatte, so stand zu vermuten, dass die Übrigen die Abwesenheit der Jäger zu einem Überfall der Zurückgebliebenen benutzt hatten. Noch hatten wir eine ziemliche Strecke zurückzulegen, als wir einen Schuss aus der Richtung des Talkessels vernahmen. »Vorwärts, Sir,« rief Hawkins und beschleunigte seine Bewegungen. »Da vorn wird's lebendig, scheint es mir, und wir können die armen Braunen doch nicht so allein beim Vergnügen stehen lassen, wenn ich mich nicht irre.« Ellen hatte noch kein Wort wiedergesprochen, und mit angstvollen Zügen drängte sie in hastiger Eile vorwärts. Es war gekommen, wie ich vorher gesagt hatte, und wenn ich auch nicht unternehmen konnte, einen Vorwurf auszusprechen, so sah ich es ihr doch deutlich an, dass sie dieselbe Einsicht hegte. Die Schüsse wiederholten sich, und es blieb uns kein Zweifel, dass die zurückgebliebenen Jäger in einem Kampf mit den Indianern sich befanden. Hier war Hilfe notwendig, und trotz der Unwegsamkeit des Gehölzes gelang es uns doch in kurzem das Tal zu erreichen, in welches der Ausgang unseres Schlosses mündete. Wir hielten auf den Punkt zu, welcher diesem Ausgang gegenüber lag und wo ich die Spuren des Indianers entdeckt hatte. Jedenfalls lagen die Rothäute im Saume des Waldes verborgen und blockierten von da aus das Wassertor. Wir mussten ihn also in den Rücken kommen, wenn wir einen Erfolg erzielen wollten. Da hörte ich seitwärts hinter uns ein Geräusch, als dringe jemand in aller Eile durch die Büsche. Auf ein Zeichen von mir traten die beiden anderen ebenso wie ich hinter das dichte Blätterwerk eines Strauches und erwarteten das Erscheinen desjenigen, welcher dieses Geräusch verursachte. Wie groß war unsere Freude, als wir Old Fire hinterkannten, hinter welchem Winnetou und noch zwei Jäger folgten. Sie waren also der Verfolgung entkommen, und wenn Ellen ihre Freude über das Wiedersehen auch nicht in auffälliger Weise kundgab, so war ihr dieselbe doch in einer Weise anzumerken, welche mir die Überzeugung gab, dass ihr Herz gar wohlmächtiger Gefühle fähig sei und mich mit ihr vollständig aussöhnte. »Habt ihr die Schüsse gehört?« fuhr Goldfeier enthastig. »Ja, so kommt, wir müssen den Unsigen Hilfe bringen. Denn wenn der Eingang auch so schmal ist, dass ein einzelner Mann ihn recht zu verteidigen vermag, so wissen wir doch nicht, was geschehen ist.« »Nichts ist geschehen, Sir, wenn ich mich nicht irre,« meinte Sam Hawkins. »Die Rothäute haben unser Nest entdeckt und sich nun davor gelegt, um zu sehen, was wir darin ausbrüten wollen, meine ich. Bill Balcher, welcher die Wache hat, wird ihnen ein wenig Blei gegeben haben, und so hat der ganze Lärm also nichts zu bedeuten, als dass wir uns noch einige Rattenfälle holen sollen.« »Möglich, dass es so ist, aber wir müssen trotzdem vorwärts, um uns Gewissheit zu verschaffen. Auch ist zu bedenken, dass unsere Verfolger bald hier sein werden, und wir es dann mit einer doppelten Anzahl Indianer zu tun haben.« »Aber unsere versprengten Leute«, warf ich ein. »Ja, wir brauchen jeden Arm so notwendig, dass wir keinen von ihnen entbehren können. Der Einzelne wird sich den Eingang nicht erzwingen können. Wir müssen also sehen, ob sich nicht vielleicht noch irgendwer zu uns finden will.« »Meine weißen Brüder mögen bleiben hier an diesem Ort. Winnetour wird gehen, um zu sehen, an welchem Baum die Skalpe der Oglalas hängen.« Ohne eine Antwort auf diesen Vorschlag abzuwarten, ging der Apache von dannen, und wir konnten nichts anderes tun, als ihm Folge leisten, indem wir uns niederließen, um seine Rückkehr zu erwarten. Während dieser Zeit gelang es uns wirklich noch, zwei von unseren zerstreuten Leuten an uns zu ziehen. Auch sie hatten das Schießen vernommen und waren herbeigeeilt, um die vielleicht notwendige Hilfe zu bringen. Der Umstand, dass wir alle den geradesten Weg mitten durch den Wald eingeschlagen hatten, war die alleinige Ursache unseres glücklichen Zusammentreffens. Und wenn es auch keinen gab, der ohne Wunde dem Überfall entgangen war, so besaßen wir doch immer noch die gute Zuversicht, dass wir uns glücklich aus der Affäre ziehen würden. Wir waren ja neun Personen, eine Anzahl, die bei kräftigem Zusammengreifen schon etwas auszurichten vermochte.« Es verging eine geraume Zeit, ehe Winnetou zurückkehrte, aber als er kam, sahen wir einen frischen Skalp in seinem Gürtel. Er hatte also einen der Indianer in aller Stille ausgelöscht, und unseres Bleibens konnte hier nun nicht länger sein. Denn wenn der Tod eines der ihrigen bemerkt wurde, so mussten die Innsmen sofort erkennen, dass wir hinter ihnen sein. Auf Old Firehands Rat sollten wir eine dem Buschrande parallel laufende Linie bilden, dem Feinde in den Rücken fallen und ihn aus seinem Versteck hinauswerfen. Infolgedessen trennten wir uns, nachdem wir unsere vom Wasserbade nass gewordenen Gewehre wieder schussfähig gemacht hatten, und kaum waren einige Minuten vergangen, so krachte eine der neun Büchsen nach der anderen. Jede Kugel forderte ihren Mann, und ein lautes Schreckensgeheul der Überraschten erfüllte die Luft. Da unsere Linie eine ziemlich gedehnte war und unsere Schüsse immer von Neuem fielen, so hielten die Wilden unsere Zahl für größer, als sie war, und nahmen die Flucht. Aber anstatt in den freien Talraum hinauszugehen, wo ihre Körper uns ein sicheres Ziel geboten hätten, brachen sie zwischen uns durch und ließen die Fallenen zurück, über welche die Jäger sofort herfielen, um ihnen die Kopfhaut zu nehmen. Bilbaldjörn, der Wachthabende, hatte das Nahen der Rothäute bemerkt und sich zu rechter Zeit noch nach der Festung zurückgezogen. Sie waren ihm gefolgt, hatten aber nach einigen Schüssen die er und der herbeieilende Dickstone von dem engen Felsengange aus, in den sie ihn nicht folgen konnten, unter sie gefeuert, sich wieder zurückgezogen und dem Gebüsche festgesetzt, aus welchem wir sie jetzt vertrieben hatten. Die beiden Genannten starken noch immer im Wassertore, denn da sie sich nicht bloßgeben durften, so konnten sie nicht eher zum Vorschein kommen, als bis wir uns gezeigt hatten. Als dies geschehen war, standen sie und alle anderen Zurückgebliebenen bei uns und hörten den Bericht über das Geschehene. Der Letzte, der aus den Büschen kam, war Sam der Kleine, welcher also gleich auf Dickstone zusteuerte. »Schau her, Mann, was für Arbeit mein Messer gemacht hat, meine ich!« Unter dem Gerinsen, mit welchem diese Worte gesprochen wurden, sträubte sich der Bartwald des alten Jägers wie der Borstenbesatz eines Stachelschweines, und mit stolzem Augenfunkeln reckte er dem Angeredeten die eben erst abgezogenen Skalpe vor die Nase. »Hm. Ja, hast du dir wohl wieder von dem da schießen lassen?« »Keine Beleidigung, altes Stunk. Sam Hawkins weiß schon, eine Kugel dahin zu schicken, wo sie hingehört, wenn ich mich nicht irre. Bei Dickstone freilich kann es anders sein.« »Nimm dein Mundwerk unter diese Rabe, Mann, dann, sonst springe ich dir in den Bart. Wenn Dickstone Skalpe braucht, wird er sich schon welche holen. Das muss so sein.« Mit einigen raschen Schritten ging er seitwärts, wo am Rande des Wassers drei Indianer lagen, welche beim ersten Vordringen auf die Wasserpforte unter den Kugeln der Jäger gefallen waren. Er löste ihnen die Kopfhäute, hingen sich zwei von denselben an seinen eigenen Gürtel und gab die dritte an Balcher. »Hier, Bill, hast du deinen Teil. Hat nicht viel Weisheit drunter gesteckt, sonst hätte sich der Braune nicht so weit an unsere Büchsen gemacht. Trag sie gesund und halte die fest, welche dir über die Ohren gewachsen ist, alter Bison, damit du nicht auch eine Haube brauchst, wie Sam Hawkins, der Goliath.« »Lass gut sein, Leute, und mach, dass wir in Sicherheit kommen,« meinte Old Firehand, »denn es wird wohl nicht lange dauern, so haben wir die Roth heute wieder hier.« »Wird mir lieb sein,« brummte Sam Hawkins. »Habe mit Ihnen ein Wörtchen zu reden, wegen des Wasserspringens, meine ich. Aus dem Rocket rief's wie ein Wolkenbruch, und in den Schuhen, da warte ich rum, als stecken meine alten Beine im Schlamm des Mississippi, wenn ich mich nicht irre.« In diesem Augenblicke kam es von der Seite herauf gedonnert wie eine Herde wilder Büffel. Sofort sprangen wir ins Gesträuch und machten uns schussfertig. Wie groß aber war unser Erstaunen, als wir eine Anzahl aufgezäumter Pferde erblickten, auf deren vorderstem ein Mann in Jägertracht saß, dessen Züge von dem aus einer Kopfwunde rinnenden Blute nicht zu erkennen waren, auch am Körper trug er mehrere Verletzungen, und es war ihm anzusehen, dass er sich in einer nicht beneidenswerten Lage befunden hatte. Gerade vor dem Ort, an welchem sich gewöhnlich der Posten befand, hielt er an und schien sich nach dem Letzteren umzusehen. Als er ihn nicht bemerkte, ritt er kopfschüttelnd weiter und sprang beim Wassertor vom Pferd. Da ließ sich neben mir im Busch eine laute Stimme vernehmen. »Jetzt lass ich mich schinden und ausnehmen wie einen Dickschwanz, wenn das nicht Will Parker ist! So sauber fällt kein anderer vom Pferd wie dieser Mann, meine ich!« »Sollst recht haben, altes Kuhn! Will Parker ist das Greenhorn!« »Weißt noch, Sam Hawkins?« »Will Parker und ein Greenhorn!« »Hahaha!« »Und als wir anderen nun auch hervortraten,« rief er, »Segne meine Augen!« »Da sind sie ja alle, die Sprengfüße, die mit meiner Muttersohne so topfer vor den Rothäuten herliefen.« »Na, Sir, nehmt's nicht übel, aber zuweilen ist das Laufen besser als irgendetwas anderes.« »Weiß es, Mann.« »Doch sag, was willst mit den Pferden,« frug Old Firehand. »Hm, hatte so meine Ansicht, dass die Braunen den alten Will Parker überall eher suchen würden als in ihrem eigenen Lager. Bin deshalb erst hinüber nach dem Gatter, war aber nichts mehr da zu finden. Darum machte sich das Greenhorn, hörst du, Sam Hawkins? Das Greenhorn nach dem Couch, wo sie die Pferde hatten. Waren ausgeflogen, die Vögel, und hatten zwei über den Tieren gelassen, damit sie mir ihre Fälle geben sollten, ist ihnen auch nach Willen geschehen.« Er zeigte dabei auf die Skalpe, welche in seinem Gürtel hingen. »Hab sie mir selber geholt und nicht dem, äh, dem jungen Skalper das zu verdanken, äh, Sam Hawkins.« »War böse Arbeit, sage ich, und hat mir einige Löcher eingetragen. Aber Will Parker dachte, den Innsmännern eine Freude zu machen, wenn er ihn von ihren Pferden helfe. Habe die Schlechten hinaus in die Prärie gejagt und die Guten mitgebracht. Da sind sie.« »Das muss so sein,« rief Dick Stone vor Erstaunen über die Heldentat des Sprechers. »Freilich muss das so sein,« antwortete Parker, »denn wenn wir den Pfeilmännern ihre Pferde nehmen, so kommt ihr Holz ins Schwimmen und sie müssen elend untergehen. Aber da liegen ja drei von ihnen. Aha, hier gewesen. Und drum war es im Couch so leer. Seht euch noch den Braunen an, Sir. Ein Pferd wie Tabak, muss dem Häuptling gehören.« »Den wir so schön an die Luft geführt haben, wenn ich mich nicht irre,« grollte Sam der Kleine. »War ein heilloser Streich, meine ich.« Und Feierend hörte den Vorwurf nicht. Er war zu dem Braunen getreten und betrachtete das Tier mit bewundernden Blicken. »Ein Kapitalross,« wandte er sich zu mir. »Wenn mir die Wahl gelassen würde, wüsste ich nicht, ob ich Swellow nehme oder diesen da.« Winnetou spricht mit der Seele des Rosses und hört den Pult seiner Adern. »Er nimmt Swellow,« entschied der Apache. Da ließ er ein scharf zischender Laut sich hören. Ein Pfeil flog Hawkins an den Arm, fiel aber von dem brettsteifen, eisenharten Leder des Ärmels abgleitend zur Erde und im selben Augenblick erscholl betäubendes »Ho-Ho-Hü« aus dem Dickicht davor. Trotz dieser kriegerischen Demonstrationen aber ließ sich keiner der Wilden sehen und Sam meinte den Pfeil vom Boden nehmend und betrachtend »Ha-Ha-Ha, Sam Hawkins-Rock« und so ein dummes Gewächsdurchkrieg. »Wir gehen, meine ich. Habe dreißig Jahre lang einen Flicken auf den anderen gesetzt und stecke nun drin wie San Iago in Abrahams Schoß, wenn ich mich nicht irre.« Weiter hörte ich von seiner an das alte Kleidungsstück gerichteten Ode nichts, denn wir sprangen natürlich sofort in den Busch, um den unfreundlichen Gruß gehörig zu beantworten. »Hätten wir uns in die Burg flüchten wollen, so wäre deswegen der Enge des Eingangs so langsam vor sich gegangen, dass, da wir ohne alle Deckung waren, einer nach dem anderen weggeschossen werden konnte.« Auch mussten wir dann die erbeuteten Pferde im Stich lassen, da ihr Transport durch die schmale Felsenwindung uns ungemein aufgehalten hätte, und vor allem war aus dem Umstand, dass der Feind zu keinem Angriff vorging, mit ziemlicher Sicherheit zu schließen, dass er nicht zahlreich genug sei und ihm die von mir und Sam hinweggenommenen oder doch wenigstens unbrauchbar gemachten Waffen fehlten. Der ganze Lärm war nichts weiter gewesen als eine Kundgebung des kriegerischen Mutes der Indianer, denn trotzdem wir weit in das Gebüsch eindrangen, bekamen wir doch keinen von ihnen zu Gesicht. Sie hatten sich schleunigst zurückgezogen, um auf Verstärkung zu warten, und wir waren durch das unschädliche Ereignis nun doch so weit gewitzt worden, dass wir nicht länger halten blieben, sondern uns in den sicheren Talkessel begaben. Einer der vorher zurückgebliebenen und also nicht ermüdeten Jäger ward als Wache aufgestellt, während die anderen nach ihren Wunden sahen und dann sich um das Mahl versammelten oder der Ruhe pflegten. Am Feuer, welches den Versammlungsort aller derer bildete, welche das Bedürfnis sich auszusprechen fühlten, ging es lebhaft her. Jeder der um dasselbe Herumsitzenden hatte notwendig, seine Taten zu erzählen und seine Ansicht auszusprechen. Alle waren der freudigen Meinung, dass von den Wilden nichts zu befürchten sei. Die Zahl der erbeuteten Skalpe war eine ansehnliche, das Abenteuer siegreich bestanden, und keine der Wunden zeigte eine gefährliche Beschaffenheit. Zudem schien unser Aufenthaltsort ein vollständig sicherer zu sein. Für Proviant und Munition war reichlich gesorgt und so konnten die Feinde den Eingang belagern, solange es ihnen gefiel, oder sich die Köpfe an den ringsumstarrenden Felsen einrennen. Auch Old Fire enthalte diese Ansicht und nur Winnetou schien ihr nicht beizustimmen. Er lag abseits von den anderen in der Nähe seines Pferdes und schien in tiefe, ernste Gedanken versunken. Das Auge meines roten Freundes blickt finster und seine Stirne trägt die Falten der Sorge, welche Gedanken wohnen in seinem Herzen, fragte ich zu ihm tretend. Der Häuptling der Apachen sieht den Tod durch die Pforte dringen und das Verderben von den Bergen steigen. Es flammt das Tal von der Glut des Feuers und das Wasser ist rot vom Blute der Erschlagenen. Winnetou spricht mit dem großen Geiste. Das Auge der Bleichgesichter ist blind geworden vom Hasse und ihre Klugheit ist den Gefühlen der Rache gewichen. Perano wird kommen und nehmen die Skalpe der Jäger, aber Winnetou ist gegürtet zum Kampfe und wird anstimmen, den Totengesang auf den Leichnam seines Feindes. Wie soll der Oglala betreten, das Lager unserer Jäger? Er vermag nicht durch das Tor zu dringen. Mein weißer Bruder spricht Worte, aber er glaubt ihnen nicht. Vermag eine Büchse aufzuhalten, die Zahl der roten Männer, wenn sie durch die Enge brechen? Er hatte recht. Gegen eine geringe Anzahl Feinde konnte es wohl einem einzigen Glücken den Pass zu verteidigen, nicht aber gegen eine so bedeutende Horde, wie sie uns gegenüberstand. Denn wenn auch nur stets eine Person einzudringen vermochte, so stand jedoch eben auch nur einer entgegen. Und wenn die Hintersten nachdringten, so konnten wohl einige der Vorderen getötet, nicht aber das Eindringen der übrigen verhütet werden. Ich hatte das Old Firehand gesagt, er aber mir geantwortet, wenn sie es wagen, so wird es uns leicht sein, sie nacheinander auszulöschen, so wie sie durch die Schlucht kamen. Das klang wahr und ich musste mich zufriedengeben, obgleich ich wusste, dass der kleinste Umstand hinreichend sein konnte, diese Wahrheit zu Schanden zu machen. Als der Abend hereinbrach, wurde die Wachsamkeit natürlich verdoppelt und trotzdem ich auf meinen ausdrücklichen Wunsch erst zur Zeit des Morgengrauens Posten zu stehen hatte, zu welcher Zeit die Innsmen am liebsten ihre Überfälle vornehmen, so ließ es mir doch nirgends Ruhe und ich hielt mich für alle Fälle bereit. Die Nacht lag still und ruhig über dem Tal, in dessen Vordergrund das Feuer brannte und sein zitterndes Licht über die Umgebung warf. Swellow, welcher sich in dem von Bergen umschlossenen Raume frei bewegen durfte, weidete im dunklen Hintergrunde des Kessels. Ich ging nach ihm zu sehen und fand ihn ganz am Rande der steil ansteigenden Höhen. Nachdem ich mit ihm die gewöhnlichen Liebkosungen gewechselt, wollte ich mich eben wieder entfernen, als ein leises Gepolter mich lauschen machte. Auch das Pferd hob den Kopf in die Höhe, aber da der kleinste Atemzug unsere Gegenwart verraten konnte, so ergriff ich es beim Riemen und deckte die Hand, auf die sich unter dem Verdachte schon erweiternde Nüstern. Während wir von oben herab nicht leicht bemerkt werden konnten, war es mir möglich, von unten hinauf gegen den lichten Himmel jeden Gegenstand zu erkennen, und mit angestrengtem Auge suchte ich nach der Ursache, welche den herabgefallenen Stein von seinem Orte gelöst hatte. In den ersten Augenblicken nach dem Fall des Steines war nichts Auffallendes zu bemerken. Jedenfalls hatte man das von dem Steine verursachte Geräusch ebenso gut bemerkt wie ich und wartete nun eine Weile, um sich zu überzeugen, dass dasselbe nicht gehört oder beachtet werde. Diese Ansicht war eine richtige, denn nachdem ich mich eine Zeit lang ruhig verhalten hatte, sah ich zuerst mehrere Gestalten, welche sich von dem dunklen Felsen lösten und nach unten stürzten. Bald aber gewahrte ich eine ganze Reihe Indianer, welche einer hinter dem anderen über den Kamm der Höhe kamen und mit langsamen, vorsichtigen Schritten dem ersten folgten, welcher mit der Örtlichkeit außerordentlich vertraut zu sein schien und kaum noch zweier Minuten bedurfte, um die Talzone zu erreichen. Hätte ich meinen Stutzen bei mir gehabt, so wäre es mir leicht gewesen, ihn durch einen Schuss herunterzuholen und damit zugleich das notwendige Alarmsignal zu geben. Er war der Führer und die anderen durften bei dem gefahrdrohenden Terrain sich keinen Schritt weiter wagen, wenn er ihnen weggeschossen wurde. Aber leider hatte ich nur die Revolver im Gürtel, welche für einen Fernschuss untauglich waren. Gab ich mit ihnen das Lärmzeichen, so waren die Feinde doch unten, ehe Hilfe herbeikommen konnte, und ich befand mich dann in der gefährlichsten Lage, denn selbst wenn ich mich zurückziehen wollte, so musste ich meinen von mehreren Sträuchern gedeckten Standort verlassen und mich den Schießgewehren der Roth heute bloßgeben. Deshalb verfolgte ich eine andere Taktik. Perrineau, denn dieser war jedenfalls der Vordere, welcher allem Anschein nach seinen jetzigen Weg nicht zum ersten Mal zurücklegte, befand sich soeben in der Nähe einer Felsenklippe, welche er umklettern musste. Konnte ich dieselbe vor ihm erreichen, so musste er mir gerade in die Kugel laufen, und ich stieg deshalb kurz entschlossen nach oben. Hinter dem Felsblock verborgen und von ihm gedeckt, konnte ich ihnen allentrotz bieten und sie einzeln, wie sie kamen, auslöschen. Kaum hatte ich den ersten Schritt getan, so viel vom Wassertor aus ein Schuss, welchem bald mehrere folgten, ich begriff sofort die Klugheit der Indianer, welche einen Scheinangriff auf den Eingang vornahmen, um unsere Aufmerksamkeit von dem eigentlichen Punkte der uns drohenden Gefahr abzulenken. Mit verdoppelter Eile und Anstrengung kletterte ich deswegen erpor und war der Klippe schon so nahe, dass ich sie fast mit der Hand erreichen konnte, als die lockere Steinmasse unter mir nachgab und ich kopfüber von Stein zu Stein, von Riff zu Riff den zurückgelegten Weg wieder hinunterstürzte und unten angekommen für einige Momente die Besinnung verlor. Als ich wieder zu denken vermochte und die Augen öffnete, sah ich die ersten der Innsmen nur noch wenige Schritte von mir entfernt und sprang obgleich furchtbar zerschlagen und zerquetscht in die Höhe, feuerte alle Schüsse des einen Revolvers rasch hintereinander auf die dunklen Gestalten ab, warf mich auf Swellow und galoppierte dem Feuer zu. Ich durfte das brave Pferd nicht irgendeiner Gefahr aussetzen, indem ich es zurückließ. Die Oglalas, welche sich nun doch bemerkt sahen, stießen ihren schon wiederholt vernommenen Schlachthof aus und stürmten, wie sie einer nach dem anderen den Boden des Kessels erreichten, mir nach. Am Lagerplatz vom Pferde springend fand ich ihn von den Jägern verlassen. Sie hatten sich am Eingang zusammengescharrt und waren auf meine Schüsse hin eben nach der Richtung unterwegs, aus welcher sie dieselben gehört hatten. Ich wurde von ihnen mit hastigen Fragen empfangen. Die Indianer kommen, rief ich rasch in die Höhlen. Es war dies das einzige Mittel, uns vom Untergange zu retten, mit welchem wir von der Übermacht bedroht waren. In den Höhlen waren wir sicher und konnten von ihnen aus nicht nur den Inzmen standhalten, sondern sie bis auf den letzten Mann niederschießen. Deshalb eilte ich schon noch während meines Rufes nach dem Boudoir, welches mir zur Schlafstelle gedient hatte, aber es war zu spät. Die Rothäute waren mir auf dem Fuß gefolgt und ganz gegen ihre gewöhnliche Art und Weise, obgleich sie sich noch nicht gesammelt hatten, sofort auf die Jäger eingedrungen. Welchen die unerklärliche Anwesenheit des Feindes so überrascht kam, dass sie erst an Abwehr dachten, als die feindlichen Waffen unter ihnen zu arbeiten begannen. Vielleicht hätte ich meinen Zufluchtsort noch zu erreichen versucht, aber ich sah Ellen und Feierend und Will Parker vom Feinde bedroht und sprang ihnen zu Hilfe. Vor Ort, vor Ort, an die Felswand, rief ich, mitten in den Knäuel hineinfahrend, sodass die Angreifer für einen Augenblick aus der Fassung gebracht wurden und wir Raum gewannen, das senkrecht aufsteigende Gestein zu erreichen, wo wir den Vorteil hatten, im Rücken gedeckt zu sein. »Muss das sein, wenn ich mich nicht irre,« rief uns eine Stimme aus einem im Felsen befindlichen Risse entgegen, welcher gerade so breit war, dass sich ein Mann hineinzwängen konnte. »Nun ist Sam Horkens der alte Trapper verraten.« Das listige Männlein war der einzige gewesen, der seine Geistesgegenwart bewahrt und die wenigen Sekunden benutzt hatte, sich zu salvieren. Leider machten wir ihm diese Bemühung erfolglos, indem wir gerade den Ort, an welchem sich sein Versteck befand, zum Ziel unseres Laufes wählten. Trotzdem aber streckte er schleunigst die Hand nach Ellen aus und fasste sie beim Arm. »Die kleine Miss mag mit hereinkommen in das Nest, meine ich. Ist gerade noch Platz für sie, wie mir scheint.« Natürlich waren die Roth heute uns gefolgt und drangen mit wilder Energie auf uns ein, und ein Glück war, dass es infolge des Scheinangriffs die Jäger alle ihre Waffen bei sich führten. Freilich waren im Nahkampf die Büchsen vollständig nutzlos, desto erfolgreicher aber wütete das Schlachtbeil unter den Wilden. Nur Horkens und Ellen machten Gebrauch von ihren Schießgewehren. Ersterer Lut und letztere, welche vornan im Risse stak, gab die Schüsse ab, die zwischen Old Firehand und mir aus der Spalte hervorblitzten. Es war ein wilder, grauenhafter Kampf, wie kaum die Fantasie in sich auszumalen vermag. Das halb erloschene Feuer warf seinen flackernden, dunkelglühenden Schein über den Vordergrund des Tales, auf welchem sich die einzelnen kämpfenden Gruppen wie der Hölle entstiegene und einander zerfleischende Dämonen abzeichneten. Durch das Geheul der Indianer drangen die einzelnen Rufe der Trapper und die scharfen, kurzen Laute der Revolverschüsse, und der Erdboden schien zu erzittern unter den schweren, stampfenden Tritten der miteinander ringenden Feinde. Es blieb uns kein Zweifel darüber, dass wir verloren seien. Die Zahl der Oglalas war eine zu bedeutender, als dass wir hoffen durften, uns gegen sie zu halten. Eine zufällige Wendung zu unseren Gunsten war ebenso wenig zu erwarten, wie die Möglichkeit, uns durchzuschlagen, und deshalb hegte ein jeder die vollständige Überzeugung, dass er in kurzer Zeit aufgehört haben werde, zu den Lebenden zu gehören. Aber nicht umsonst wollten wir sterben, und wenn wir uns auch in das uns bestimmte Schicksal ergaben, so wehrten wir uns doch nach allen Kräften und mit derjenigen Kaltblütigkeit, welche dem Weißen ein so großes Übergewicht über den roten Bewohner der amerikanischen Steppen gibt. Mitten in dem blutigen Ringen gedachte ich des alten Elternpaares, welches sich in der Heimat zurückgelassen hatte und dem nun keine Kunde mehr von dem in die Ferne gezogenen Sohne zukommen sollte, gedachte. Doch nein, ich warf diese Gedanken alle von mir, denn der gegenwärtige Augenblick erforderte nicht nur die kräftigste körperliche Anstrengung, sondern auch die größeste geistige Aufmerksamkeit. Ich hatte vorhergesehen, wie es kommen werde, hatte geraten und gewarnt, und nun musste ich die Fehler der anderen mitbüßen. Und wie ich dem Tode geweiht war, so auch sie, der trotz allem und allem mein ganzes Sinnen und Trachten gehört hatte, die nun hart hinter mir mit unerschrockenem Mannesmut ihr Leben verteidigte und doch dem Schicksal, welches sie auf der falschen Richtung ihrer Lebensbahn früher oder später entgegengeführt werden musste, unwiderruflich verfallen war. Es überkam mich ein noch nie gefühlter Ingrimm und eine Erbitterung, welche meine Kräfte verdoppelte, sodass ich den Tomahawk mit solcher Nachdrücklichkeit handhabte, dass es anerkennend aus der Spalte scholl. »Recht so, Sir, recht so. Sam Horkens und ihr, das passt zusammen, meine ich. Schade, dass wir ausgelöscht werden. Könnten noch manches Rattenfell miteinander holen, wenn ich mich nicht irre.« Wir kämpften still und lautlos, es war eine ruhige, aber desto fürchterlichere Arbeit, und die Worte des kleinen Fallenstellers wurden deshalb deutlich gehört. Auch Will Parker hatte sie vernommen und rief trotz der gestern erhaltenen Verletzungen mit der umgedrehten Büchse die wuchtigsten Hiebe austeilend. »Sam Horkens, blick hierher, altes Kuhn, wenn du sehen willst, wie es zu machen ist, raus aus dem Loche mit dir und sage, ob das Greenhorn, Will Parker, ein Greenhorn, hörst du es?« »Sam Horkens, ob das Greenhorn etwas gelernt hat?« Kaum zwei Schritte von meiner Rechten entfernt stand Old Firehand. Stets war es mir bisher vorgekommen, als ob der Leumund etwas zu schmeichelhaft von ihm erzählte, und es mochte wohl auch sein, dass das Alter ihn nach und nach immer mehr beeinflusse. Jetzt aber schien die volle strotzende Jugendkraft in ihm zurückgekehrt zu sein und die Art und Weise, wie er mit beiden Händen im Leben der ihn umdrängenden Gegner wühlte, flößte mir die größeste Bewunderung ein. Über und über mit Blut bespritzt lehnte er an der Felsenmauer, die langen grauen Haare hingen in zusammengeklebten Strähnen von seinem Kopf, die ausgespreizten Beine schienen in der Erde zu wurzeln, und in der einen Faust das schwere Beil, in der anderen das scharfe, leicht gekrümmte Messer hielt er die mächtig an ihn Drängenden von sich ab. Noch mehr als ich war er von Wunden bedeckt, aber noch hatte keine derselben ihn zum Fall gebracht, und ich musste immer wieder von Neuem meinen Blick auf seine hohe, reckenhafte Gestalt richten. Da entstand eine Bewegung in dem Knoll der Rothäute, und Paranoa schien, sich eine Bahn durch ihre dichte Menge brechend, kaum erblickte er Feierhin, so rief er, »Endlich hab' ich dich. Denk an Ribana und stirb'«. Er wollte sich an mir vorüber auf ihn stürzen, da packte ich ihn bei der Schulter und holte zum tödlichen Hiebe aus. Mich erkennend sprang er zurück, sodass mein Tomahawk die Luft durchsauste. »Auch du«, brüllte er, »dich muss ich lebendig haben. Gebt ihm ein Lasso.« An mir vorbeispringend noch, ehe ich das Beil wieder schwingen konnte, erhob er die Pistole, der Schuss krachte los, der Getroffene schlug die Arme weit auseinander, in die Luft, sprang mit einem mächtigen, krampfhaften Satz vorwärts, mitten unter die Feinde und stürzte lautlos dann zusammen. Es war mir, als sei die Kugel in meine Brust gefahren, so durchzuckte mich der Fall des Helden. Ich schlug den Indianer, mit welchem ich es in diesem Augenblick zu tun hatte, nieder, und wollte auf Perunel los, als ich eine dunkle Gestalt bemerkte, welche sich mit schlangenhafter Behändigkeit durch die Feinde wand und grad vor dem Mörder die geschmeidigen Glieder in die Höhe streckte. »Wo ist die Kröte von Etaberska? Hier steht Winnetou, der Häuptling der Apachen, zu rächen den Tod seines weißen Bruders.« »Ach, der Hund von Bero fahrt zum Teufel!« Mehr hörte ich nicht. Der Vorgang hatte meine Aufmerksamkeit in so hohem Grad in Anspruch genommen, dass ich die Verteidigung meiner selbst versäumte. Eine Schlinge legte sich mir um den Hals, ein Ruck. Zu gleicher Zeit fühlte ich einen schmetternden Schlag auf den Kopf, und ich verlor das Bewusstsein. Als ich erwachte, war es vollständig dunkel und still um mich, und ich besann mich vergebens auf die Art und Weise, wie ich in diese Finsternis gekommen sei. Ein brennender Schmerz, welchen ich im Kopf befühlte, erinnerte mich endlich an den empfangenen Schlag, und nun reihten sich die Einzelheiten des Vergangenen zu einem vollständigen Bilde des Geschehenen aneinander. Zu dem erwähnten Schmerz kam noch die Qual, welche mir von den empfangenen Wunden und den Fesseln verursacht wurde, welche man mir mit raffinierter Festigkeit um Hände und Füße gelegt hatte, sodass sie mir tief in das Fleisch einschnitten und ich kaum zu irgendwelcher Bewegung fähig war. Da hörte ich ein Geräusch neben mir, als ob ein Mensch sich räuspere. »Ist noch jemand hier?« fragte ich. »Mhm, freilich«, fragt der Mann gerade so, als ob Sam Hawkins niemand wäre, wenn ich mich nicht irre. »Ihr seid es, Sam. Sag doch um aller Welt willen, wo wir sind.« »So leidlich unter Dach und Fachmann, haben uns in die Lederhöhle gesteckt. Wiss schon, wo die Felle lagern.« »Meine ich, die wir so schön vergraben haben. Sollten aber keines finden, sage ich, keines.« »Und wie steht's mit den anderen?« »Passabel, Sir. Old Firehand ist ausgelöscht, Dick Stone ist ausgelöscht, Bill Parker ist ausgelöscht.« »Wo doch ein Greenhorn, der Mann.« »Ein Greenhorn«, sag ich, wollte's aber nicht glauben, wenn ich mich nicht irre. Bill Balcher ist ausgelöscht, Harry Corner ist ausgelöscht, alle, alle sind ausgelöscht, nur ihr brennt noch und der Apache. Auch die kleine Miss lebt ein wenig, ist aber doch ein ganzer Haufen gewachsen, wie mir scheint. Und Sam Hawkins, vielleicht haben sie auch ihn noch nicht ganz ausgelöscht.« »Wisst ihr es gewiss und wahrhaftig, dass Alan wirklich noch lebt, Sam?« fragte ich angelegentlich. »Denkt ihr wohl, dass so ein alter Skalper nicht weiß, was er sieht, Mann? Haben sie daneben uns gesteckt in das andere Loch und euren roten Freund dazu? Wollte gern auch mit da hinein, habe aber keine Audienz bekommen, wie mir scheint.« »Wie steht es mit Winnetou?« »Loch an Loch, Sir. Wird, wenn er davonkommt, aussehen wie der alte Rock, in welchen sie Samorocken zu vorsichtig eingeschnellt haben, Flick an Flick und Fleck auf Fleck, meine ich.« »An das davonkommen ist wohl nicht zu denken, aber wie kam er lebendig in ihre Hände?« »Grad so wie ihr und ich? Hat sich gewählt wie ein Heide. Hm, ist doch wohl auch einer, wenn ich mich nicht irre. Wollte lieber untergehen, als sich am Pfahle braten lassen. Half aber nichts, wurde doch niedergeschlagen und halb entzweit gerissen. Nicht davonkommen wollt ihr? Sam Hawkins hat große Lust dazu, wie mir scheint.« »Was tut man mit der Lust, wenn es nicht möglich ist?« »Nicht möglich? Hm, klingt grad wie Will Parker.« »Sind gute Leute, die Braunen, gute Leute. Haben dem alten Kuhn hier alles genommen. Alles, die Pistole, die Pfeife. Werden sich wundern, wenn sie daran riechen. Duftet ganz wie Skunk. Wird ihnen aber lieb sein. Auch die Lady ist zum Teufel, die arme Lady. Was für ein Schakal wird sie nun wohl nehmen? Und der Hut und die Haube werden sich wundern über den Skalp. Kostet mich zwei dicke Bündel Dickschwanzfälle, damals in die Kamer. Wiss ja schon, meine ich, aber das Messer haben sie ihm gelassen, dem Sam Hawkins. Steckt im Ärmel. Der alte graue Bär da steckt es hinein, als er merkte, dass es mit dem Quartiere in der Ritze vorüber sei, wie mir scheint.« »Das Messer habt ihr noch. Werdet wohl nicht gut dazu kommen können, Sam.« »Meines auch, Sir. Ihr müsst dem Sohne meiner Mutter schon ein wenig helfen.« »Komme gleich. Wollen sehen, was in dieser Sache zu tun ist.« Noch hatte ich nicht begonnen, mich zu ihm hinzuwälzen, die einzige Bewegung, durch welche es mir möglich war, an ihn zu kommen, als die Feldtür geöffnet wurde und Perrano mit einigen der Indianer eintrat. Er hielt den Feuerbrand, welchen er in der Hand trug, so, dass der Schein desselben uns überleuchtete. Ich gab mir nicht die Mühe, für noch bewusstlos zu gelten, würdigte ihn aber keines einzigen Blickes. »Da haben wir dich ja endlich,« knirschte er mich an. »Bin dir bisher ein Kleines schuldig geblieben. Sollst dich aber nun jetzt nicht zu beklagen haben. Kennst du den da?« Er hielt mir einen Skalb vor das Gesicht, das war derjenige, welchen Winnetou ihm selbst genommen. Er wusste also, dass ich es war, der ihn damals niederstach. Der Apache hatte ihn nicht darüber aufgeklärt, das war ich sicher, da ich wusste, er werde jede an ihn gerichtete Frage mit stolzem Schweigen beantworten. Aber Finiti hatte mich an jenem Abend vielleicht beim Schein des Feuers bemerkt oder im Augenblicke unseres Zusammenpralles ein Blick in mein Gesicht geworfen. Als ich nicht antwortete, fuhr er fort. »Sollt es auch erfahren, ihr alle, wie es ist. Wenn man die Haut über die Ohren gezogen bekommt, wartet nur ein wenig, bis es Tag geworden ist. Sollt eure Freude an meiner Dankbarkeit erleben.« »Wird euch nicht so wohl werden, wie mir scheint,« meinte Hawkins, der es nicht über das Herz bringen konnte, ruhig zu sein. »Wäre doch neugierig, welche Haut dem alten Sam Hawkins über das Ohr gezogen werden sollte. Habt ihr die Meineke ja schon in den Händen, ist vom Hairdresser gemacht worden. Wie hat euch die Arbeit gefallen, alter Giambarico?« »Schimpfe nur zu, wirst schon noch Haut genug haben, um geschunden werden zu können.« Und nach einer Pause, während welche er unsere Fesseln besichtigt hatte, fragte er, »Hab wohl nicht geglaubt, dass Tim Finity eure Mausefalle hier kennt.« »War in dem Tale noch ehe, der der Hund von Firehand, verdamme seine Seele, etwas von ihm geahnt hat und wusste auch, dass ihr euch hergemacht hattet.« »Der da hat mir's erzählt.« Er zog ein Messer aus dem Gürtel und hielt den Hölzern in den Griff desselben vor Sams Augen. Dieser warf einen Blick auf die eingeschnittenen Buchstaben und rief »Fred Owens«. »Hm, war ein Halunke alle Zeit. Will wünschen, dass er das Neif hat selber kosten müssen, scheint mir.« »Keine Sorge, Mann«, dachte sich mit dem Geheimnisse loszukaufen, war aber nichts. »Haben ihm Leben und Haut genommen und gerade so, wie ihr es auch erfahren sollt, nur umgedreht, erst die Haut und dann das Leben.« »Macht, was ihr wollt, Sam Hawkins ist mit seinem Testament fertig. Hat euch das Ding vermacht, das sie Perücke nennen, wenn ich mich nicht irre. Könnt's gut gebrauchen.« Peronow versetzte ihm einen Fußtritt und Schritt gefolgt von seinen schweigsamen Begleitern wieder hinaus. Eine Weile verhielten wir uns schweigend und bewegungslos, dann aber, als wir uns sicher glaubten, warfen wir uns gegenseitig herum, sodass wir endlich hart nebeneinander zu liegen kamen. Obgleich mir die Hände fest aneinander gebunden waren, gelang es mir doch, das Messer aus seinem Ärmel zu ziehen und mit Hilfe desselben ihm die Armfesseln zu durchschneiden. Dadurch bekam er die Hände frei und einige Augenblicke später standen wir mit ungebundenen Ledern aufrecht voreinander und frottierten uns die durch die Bande taub gewordenen Körperteile. »So recht, Sam Hawkins. Scheinst mir kein so ganz unebenes Geschöpft zu sein, meine ich,« belobte sich der kleine Mann selbst. »Hast zwar schon in mancher schlimmen Patsche gesteckt, aber so böse ist es doch noch nie gewesen wie heute. Soll mich verlangen, wie du die Ohren aus der Mütze bringst, wenn ich mich nicht irre.« »Lass uns vor allen Dingen sehen, wie es draußen steht, Sam.« »Meines auch, Sir. Ist das Notwendigste.« »Und dann vor allen Dingen Waffen. Ihr habt ein Messer. Ich aber bin vollständig leer.« »Wird sich schon was finden lassen.« Wir traten an die Tür und zogen die beiden Felle, welche als Portieren dienten, ein wenig auseinander. Eben brachten einige der Indianer die beiden Gefangenen aus der Nebenhöhle gezogen und vom Lagerplatz kam Perrano herbeigeschritten. Es war jetzt schon ziemlich hell geworden, sodass wir das Tal vollständig überblicken konnten. Nicht weit vom Wassertor entfernt war Swellow mit dem von dem armen Will Parker erbeuteten Braunen in Zwist geraten, und der Anblick des mir an das Herz gewachsenen Tieres ließ mich auf eine Flucht zu Fuße, die jedenfalls die geratenste war, sofort verzichten. In nicht gar zu großer Entfernung davon graste der stark knochige und ausdauernde Klepper Winnetous, ein Pferd, welchem sein Wert nur schwerlich anzusehen war. Und wenn es uns gelang, zu einigen Waffen zu kommen und die Tiere zu erreichen, so war es vielleicht möglich zu entkommen. »Seht ihr etwas, Sir?« fragte Hawkins kichernd. »Was?« »Da drüben, den alten Burschen, welcher sich so behaglich im Grase wälzt.« »Sehe ihn.« »Und auch das Ding, was daneben am Steine lehnt?« »Auch das.« »Hihihi, liegt dem alten Kuhn da das Schießholz, so mundgerecht in den Weg. Wenn ich wirklich Sam Hawkins heiße, so muss das auch die Liddy sein, meine ich. Und einen Kugelbeutel wird der Mann wohl auch haben.« Ich konnte nicht viel auf die Freude des kleinen Helden achten, denn Parano nahm meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Leider war es mir nicht möglich zu verstehen, was er zu den beiden Gefangenen sprach, und es dauerte eine geraume Zeit, ehe er von ihnen ging, aber seine letzten Worte, welche er mit erhobener Stimme sprach, vermochte ich deutlich zu hören, und sie klärten mich auf über den Inhalt seiner ganzen Rede. »Mach dich gefasst, Pimo, der Pfahl wird eben eingeschlagen, und du?« setzte er sich mit einem eigentümlichen Blick zu Ellen wendend hinzu. »Hast lange genug den Mann gespielt und wirst für Ribada die Squaw von Finity.« Er gab seinen Leuten einen Wink, die Gefesselten nach dem Platz zu bringen, an welchem sich die Inzmen um das jetzt wieder hellloderne Feuer gelagert hatten, und schritt dann in hoch aufgerichteter und würdevoller Haltung davon. Jetzt galt es, schleunigst zu handeln, denn waren die beiden einmal in die Mitte der Versammlung geraten, so war keine Hoffnung mehr, zu ihnen zu kommen. »Sam, kann man sich auf euch verlassen?« »Hm, weiß es nicht, wenn ihr es nicht wisst. Müsstens mal probieren, wie mir scheint.« »Ihr nehmt den rechts und ich den linken. Dann rascht die Riemen in der Zwei.« »Und dann zu Liddy, Sir.« »Seid ihr fertig?« Er nickte mit einem Ausdruck im Gesicht, dem man deutlich das Vergnügen an dem bevorstehenden Streich anmerkte. »Nun, dann drauf!« Mit leisen, aber raschen Sprüngen schnellten wir hinter den die Gefangenen nach sich schleppenden Indianern her, und obgleich sie gezwungen waren, eine infolge ihrer Last gegen uns gewendete Haltung einzunehmen, gelang es uns doch unbemerkt, an sie zu kommen. Sam stieß den einen von hinten mit so gut geführtem Stiche nieder, dass der Getroffene lautlos zusammenbrach. Ich aber riss, da ich vollständig waffenlos war, dem anderen zuerst das Messer aus dem Gürtel und zog es ihm dann mit solchem Druck durch die Kehle, dass der Schrei, welchen er auszustoßen, in Begriffe gestanden hatte, als ein pfeifendes Gürgeln sich durch die Schnittwunde drängte und er ebenfalls niedersank.« Einige rasche Schnitte befreiten die Gebundenen von ihren Fesseln, sodass sie sich freisahen, noch ehe bei der Raschheit des ganzen Vorgangs derselbe von irgendeinem der Feinde bemerkt worden war. »Vorwärts! Hut euch Waffen!« rief ich, da ich wohl einsah, dass ohne dieselben ein Entkommen nicht denkbar war, riss dem einen von mir Getöteten den Schießbeutel vom Leib und stürmte Winnetou nach, welcher in richtiger Erfassung der Umstände nicht nach dem Tore zu, sondern mitten unter die am Feuerlagernen hineinsprang. Wie in jedem Augenblick, in dem es sich um Tod und Leben handelt, der Mensch ein ganz anderer ist als sonst, so gab auch uns die Erwägung dessen, was auf dem Spiele stand, die notwendige Behändigkeit. Noch ehe sich die Überfallenen besonnen hatten, waren wir schon die ihnen entrissenen Waffen in der Hand zwischen ihnen durch. »Swello! Swello!« rief ich dem Pferd zu, saß wenige Augenblicke später auf seinem Rücken, sah Winnetou auf der Seine gespringen und Hawkins den ersten besten Spritzer besteigen. »Herauf zu mir, um des Himmels willen rasch!« bedeutete ich Ellen, welche vergebens versuchte, auf Finiteys Braunen zu kommen, welcher wie rasend um sich schlug. Ich ergriff sie beim Arm, riss sie zu mir empor und wandte nach dem Ausgang zu, durch welchen Sam soeben verschwand. Es war ein Moment der höchsten Aufregung. Wütendes Geheul erfüllte die Luft, Schüsse krachten, Pfeile schwirrten um uns und dazwischen tönte das Getrappel und Schnauben der Pferde, auf welche sich die Wilden warfen, um uns zu verfolgen. Ich war der hinterste von uns dreien und kann unmöglich sagen, wie ich durch den engen, gewundenen Pass hindurch ins Freie kam, ohne von dem Feinde erreicht zu werden. Hawkins war nicht mehr zu sehen, Winnetoburg rechts in das Tal hinab, welches wir vor einigen Tagen bei unserer Ankunft heraufgeritten waren, und blickte sich dabei nach mir um, ob ich ihm auch folgen werde. Eben standen wir im Begriff, für die Biegung zurückzulegen, so fiel hinter uns ein Schuss, und ich fühlte, wie Ellen zusammenzuckte. Sie war getroffen worden. »Swello, mein Swello, greif aus!« bemunterte ich in höchster Angst das Tier, und in demselben rasenden Laufe wie damals nach der Explosion in Juvenango schoss es vorwärts. Als ich mich umblickte, sah ich Peroneau auf seinem Mustang dicht hinter mir, die anderen wurden mir durch die Krümmung des Weges versteckt. Obgleich ich nur einen Flüchtigenblick auf ihn werfen konnte, bemerkte ich doch den wütenden Ingram, mit welchem er uns zu ereilen, und verdoppelte meine Zurufe an das brave Pferd, von dessen Schnelligkeit und Ausdauer alles abhängen. Denn wenn ich auch einen Kampf mit dem wilden Mann nicht scheute, so wurde ich doch durch das Mädchen an jeder freien Bewegung verhindert, und konnte nichts tun, als nur vorwärts streben. Wie im Sturme flogen wir dem Laufe des Wassers entlang, Winnetous Fuchs schleuderte die langen, knochenstarken Glieder von sich, dass die Funken stoben und das lockere Geröll hinter ihm einen förmlichen Steinregen bildete. Svellow hielt ihm gleichen Schritt, obgleich er doppelte Last zu tragen hatte. Aber obwohl ich mich nicht mehr umblickte, wusste ich doch, dass Peroneau uns hart auf den Fersen blieb, denn der Hufschlag seines Braunen ließ sich in steter Nähe vernehmen. »Ihr seid verwundet, Miss?« fragte ich in höchster Besorgnis. »Rettet nur euch,« hauchte sie statt einer direkten Antwort. Das lebenswarme Blut rann aus der Wunde über die Hand, mit welcher ich sie um den Leib gefasst hielt, ihr Kopf legte sich ermüdend an meine Schulter, und die Röte der Wangen wich mehr und mehr einer Blässe, welche mich erschrecken machte. »Allen, seid aufrichtig. Ihr könnt nicht länger aushalten.« »Oh doch,« erwiderte sie mit matter Stimme, indem sie das Auge mit einem unbeschreiblichen Ausdruck zu mir aufschlug. »Ich mag nicht fort von diesem Platz und halte bei euch aus, bis, bis, bis,« fragte ich mit tiefem Beben, »bis ich den großen, großen Fehler meines Lebens gesühnt habe, mit dem Tode.« »Nein«, rief ich sie fester an mich drückend und das Pferd zu immer rasenderem Lauf anfeuernd, »sterben sollst du nicht und sterben darfst du nicht. Ich habe dich unter zehnfacher Todesgefahr errungen und mag ohne dich nicht sein und leben.« Da schlang sie die beiden Arme um meinen Hals, legte ihren Mund mir auf die Lippen und nach einem langen, langen Kusse, währenddessen die wilde Jagd immer vorwärts tobte, klang es, »Könnte ich leben, so wäre es nur und allein für dich. Oh, welches Glück, welche Seligkeit müsste es sein, der Liebe gehorchen zu dürfen?« Die Ahnung des Todes ging durch ihr Herz und machte den künstlich hineingepflanzten Mut erzittern. Es schwieg die Rache, die darin geglüht, und alles war vergessen, was einst bestimmend auf ihr Denken und Wollen gewirkt hatte. Sie hielt es für ein Glück zu sühnen, was sie an ihrer Weiblichkeit verbrochen hatte, und diese Sühne musste mir den Himmel geben, nach welchem ich mit meinen heißesten Wünschen strebte. Sollte er mir mit dem dahinfließenden Leben verloren gehen? Nein, tausendmal nein, das durfte nicht geschehen. Mit dem festen Vorsatz, der Stich zu halten, blickte ich zurück. Längst hatten wir den Lauf des Wassers verlassen und waren in die freie Ebene eingebogen, über welche wir parallel mit dem Saume des uns zur linken liegenden Waldes dahinflogen. Perano war jetzt eine ziemliche Strecke zurückgeblieben, und Svello bewies sich also dem Braunen weit überlegen. Hinter dem weißen Häuptling, einzeln oder in kleinen Gruppen, folgten die Indianer, welche die Verfolgung nicht aufgeben wollten, trotzdem wir immer größeren Vorsprung gewannen. Mich wieder umdrehend sah ich, dass Winnetou abgesprungen war und hinter seinem Pferde stand. Er lud die erbeutete Büchse. Auch ich parierte meinen Hengst, sanft ließ sich Ellen niedergleiten, stieg nach und legte sie in das Gras. Zum Laden blieb mir nicht mehr Zeit, denn Perano war schon zu nahe. Ich sprang also wieder auf und griff zum Tomahack. Der Verfolger hatte unsere Bewegung wohl bemerkt, ließ sich aber in der Hitze der Verfolgung fortreißen und stürmte das Schlachtball schwingend auf mich ein. Da krachte der Schuss des Apatschen, der Feind zuckte zusammen und stürzte zu gleicher Zeit von meiner Waffe getroffen, mit tief gespaltenen Haupte vom Pferd. Winnetou wandte den leblosen Körper mit dem Fuße um und sprach, »Die Schlange vom Etabeska wird nicht mehr zischen und den Häuptling der Apatschen nennen mit dem Namen eines Pimo. Mein Bruder nehme seine Waffen zurück.« Wirklich trug der gefallene Messer, Beil, Revolver und Stutzen von mir. Ich nahm eiligst mein Eigentum wieder an mich und sprang zu Ellen zurück, während Winnetou den Braunen einfing. Mit Entzücken bemerkte ich, dass die Verwundung, welche von einem Streifschuss herrührte, nicht gefährlich sei. Zum Verbinden war keine Zeit, denn während des gehabten Aufenthaltes waren uns die Innsmen fast so nahe gekommen, dass sie uns mit ihren Kugeln erreichen konnten. Wir saßen wieder auf und fort ging es mit erneuter Schnelligkeit. Da plötzlich blitzte es zu unserer Linken hell und glänzend auf wie Waffenschimmer, eine zahlreiche Truppe Reiter flog von dem Waldessaume her zwischen uns und die Verfolger hinein, schwenkte gegen diese um und stürmte in gestrecktem Galopp ihnen entgegen. Es war ein Detachment Dragona von Wilkes Fort, welche durch einen Streifzug in die Gegend geführt worden war. Kaum hatte Winnetou die Helfer erblickt, so riss er sein Gaul herum, schoss an ihn vorüber und mit hochgeschwungenem Tomahawk unter die Oglallas hinein, welche kaum Zeit gehabt hatten, den Lauf ihrer Pferde zu hemmen. Ich hingegen stieg ab, um nach der Wunde Ellens zu sehen. Mit dem tiefen Rot der Scham ließ sie es geschehen, dass ich die getroffene Stelle enthüllte und in aller Eile einen notdürftigen Verband auf dieselbe legte. Jetzt war sie ganz weib, und mit den Zücken las ich in ihrem Auge die Liebe, welche mir voll und innig aus demselben entgegenleuchtete. Zwar war sie schwach, aber mehr aus Schreck und Angst als infolge des Blutverlustes. Und als ich sie jetzt wieder auf das Pferd heben wollte, trat sie kopfschüttelnd zu dem braunen, dessen Zügel mir Winnetou im Vorbeispringen zugeworfen hatte, und saß im nächsten Augenblick auf seinem Rücken. »Wirst du dich erhalten können?« fragte ich besorgt. »Ich muss wohl stark bleiben, da du ohne mich nicht leben kannst,« antwortete sie mit einem Lächeln des Glücks, und den Arm erhebend fügte sie hinzu, »Dort fliehen die Roten vorwärts.« Es war so, wie sie sagte, ihres Anführers, beraubt dessen Zuruf sie zum Widerstand ermutigt oder wenigstens ihre Flucht geregelt hätte, jagten sie, die Dragoner, immer in ihren letzten Gliedern denselben Weg zurück, welchen wir gekommen waren, und es war also zu vermuten, dass sie in unserem Talkessel ihre Zuflucht suchen wollten. Jetzt ließen wir wieder ausgreifen, schossen an den zahlreich am Boden liegenden gefallenen Indianern vorüber und erreichten infolge der Schnelligkeit unserer Tiere, die Soldaten, noch eine ziemliche Strecke vor dem Wassertor. Es kam sehr viel darauf an, die Wilden sich nicht in der Felsenwindung festsetzen zu lassen, sondern gleich mit ihnen einzudringen. Deshalb ließ ich Ellen zurück und trieb Swellow durch Busch und Dorn über Stock und Stein an der ganzen Reihe der Verfolgenden vorüber und war bald an der Seite Winnetous, welcher sich immerfort würgend an die Fersen der Flüchtenden geheftet hatte. Jetzt bogen sie links nach dem Tore ein und eben wollte der vorderste sein Pferd in die Enge lenken, als aus derselben ein Schuss fiel und er leblos vom Tiere stürzte. Sofort krachte es zum zweiten Mal, der nächste ward bügellos, und da die bestürzten Wilden sich auf diese Weise den Eingang verwehrt und zu gleicher Zeit von uns fast umzingelt sahen, so brachen sie in der Richtung nach dem Monkeyzilla durch und flogen immer wieder verfolgt von den Dragonern den Wasserlauf entlang davon. Nicht geringer als die Bestürzung der Wilden war auch mein Erstaunen über die Schüsse, welche unsere Absicht so kräftig unterstützten oder vielmehr unnötig machten. Aber ich sollte nicht lange im Zweifel über den mutigen Schützen sein, denn noch war der Hufschlag der davonreitenden nicht verhallt, so lugte aus einem Walde von struppigen Barthaaren eine gewaltige Nase, über welche ein paar kleine listige Äuglein funkelten, vorsichtig hinter der Felskante hervor, und da kein feindliches Wesen zu bemerken war, so schoben sich die übrigen Körperteile vertrauensvoll hinter dem rekognoszierenden Richorgane her. »Segne meine Augen, Sir, welche Büchse hat denn auch euch wieder hierher geschossen, wenn ich mich nicht irre?« fragte der kleine Mann, ebenso erstaunt über meinen Anblick wie ich über den seinen. »Sam, ihr seid's! Wie kommt denn ihr in das Tor? Habe euch doch mit diesen meinen eigenen Augen fortreiten sehen!« »Fortreiten, Sir, danke für den Ritt!« war eine Bestie, die gar nicht von der Stelle kam und ihre alten Knochen mir so zwischen den Beinen herumschüttelte, dass diesem alten Kuhn die Seinigen auseinandergegangen wären, wenn er das dumme Tier nicht hätte laufen lassen. Bin dann wieder zurückgeschlichen, dachte mir, dass die Roten alle hinter euch her sind und die Festung leer gelassen haben würden, wie mir scheint. Fand es auch so, haben sich schön gewundert, als sie wieder zurückkamen und machten Gesichter, meine ich, Gesichter. Aber wo bringt ihr denn die Kommilleute her, Sir?« »Stießen unterwegs auf uns, Sam, kamen gerade zur rechten Zeit.« »Glaube es, aber kommt nur herein, wenn ich mich nicht irre, liegen alle noch da, alle, wie sie niedergemacht worden sind, meine ich.« Winnetou war uns vorangegangen und wir folgten ihm, die Pferde nachziehend. Im Innern der Burg angekommen sahen wir ihn an der Stelle stehen, an welcher wir gestern so heiß gekämpft hatten. Zu seinen Füßen lag die Leiche eines Mannes, welchen wir sofort alle erkannten. Es war Old Firehand. Die starken Glieder, lang ausgestreckt, lag er auf dem Rücken, sodass wir die Wunde sahen, welche die Kugel Peronose in seine Brust gerissen hatte. Die Augen waren geschlossen, um die eingefallenen Wangen und den fest zusammengekniffenen Mund lag noch der Ausdruck mutiger Todesverachtung, die ihm bis zum letzten Augenblick seines tatenreichen Lebens treu geblieben war. Eins aber machte uns schaudern. Der nackte, blutig-rote Schädel, man hatte ihn skalpiert und die prachtvollen, langen, grauen Locken. Wo waren sie nur? Peronose hatte sie nicht bei sich gehabt. Ah, dort am Pfale hingen sie, als Siegestrophäe bei den anderen skalpen. Ellen konnte den Anblick nicht ertragen und warf sich laut schluchzend über den geliebten Toten. Wir traten zurück, um ihrem Schmerz eine Rechte zu lassen. Es war einer der trübsten Augenblicke meines Lebens, und selbst im Auge Winnetus, des festen, stolzen, unerschütterlichen Mannes, glänzte es wie eine Träne, als er die Hand schwer auf meine Schulter legend sagte, »Die Seele des Apachen ist dunkel und sein Herz ist ohne Licht. Er möchte sein Haupt legen, neben das seines Freundes und tot sein wie er. Mein weißer Bruder mache glücklich, die Tochter Ribanas, der Rose von Kikur.« Es war mehrere Wochen später, als wir zu vier in jene Gegend kamen, wo ich Ellen zum ersten Mal gesehen und bei ihrem Erscheinen an den Flats-Ghost gedacht hatte. Sie ritt auf Peron aus Braunem dicht an meiner Seite, sodass wir warm die Hände ineinander legen konnten. Schon vor mehreren Tagen hatten wir von einigen Westmännern gehört, dass der Schwiegersohn Forsters, also Ellens Bruder, von Omaha nach New Venango gezogen sei, um die vom Feuer zerstörten Besitzungen des verunglückten Ölprinzen wieder in den früheren Stand zu setzen. Ihm galt heute, nachdem wir den Schauplatz unserer letzten Abenteuer in Begleitung der Dragona verlassen hatten, unser Besuch, und wir hatten uns vorgenommen, uns bei ihm von den gehabten Strapazen gehörig auszuruhen. »Hier ist die Stelle, an welcher wir uns begrüßten, Ellen.« »War's zum Glück oder war's zum Unglück?« fragte sie, den leuchtenden Blick tief in meine Augen senkend. »Es war zum Glück. Willst du es glauben?« »Ich glaube es.« Das waren wenige Worte, aber der aus dem innersten Herzen heraufsteigende Klang der tiefen, sonoren Stimme sagte mir mehr als eine lange Rede. Unbekümmert um unser Zurückbleiben war Winnetou fortgeritten, sein kleiner Nachbar aber schien weniger Nachsicht zu haben und mahnte uns mit ungeduldigem Rufe, »Wenn nur dieses alte Kuhn hier wüsste, was da hinten für ein Meeting abgehalten wird. Die kleine Miss mag doch vorwärts machen, wenn ich mich nicht irre. Die Sonne ist nun fort, und Sam Hawkins sehnt sich nach manchem, was hier nicht zu haben ist, meine ich.« Untertitelung des ZDF, 2020